Hallo, 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 äh, Delis, hallo Anne, hallo Miku, hallo Like, I'm, Ex? Ich schaue gerade einen Disney-Film und jetzt musste ich abbrechen. Verdammt. Was für einen Disney-Film schaust du? Ich habe gestern Pearl gesehen. Guck ihn dir an. Einer der besten Horrorfilme, Pearl, falls du noch nicht gesehen hast, ist auf Now. Äh, Wish? Okay, kenne ich gar nicht. Hallo, Bomba. Hallo, JJ. Hallo, Komet. Hallo, Happens. Hallo, Leon. Ich habe gestern Pearl angeschaut, wenn du den noch nicht gesehen hast. Ähm, Pearl, aber du musst den Film davor anschauen, Ex. Der ist einfach nur X. Und Pearl ist die Vorgeschichte davon, aber du musst zuerst X anschauen und dann Pearl. Großartig. Seit Jänner. Was ist Jänner? Januar. Hallo, Superius. Hallo, Azrael. Zuerst X und dann Pearl. Genau. Hallo, Far-Sky. Ist Wish schon auf Disney Plus? Ich dachte, jeder Disney-Film ist instant auf Disney Plus. Vielleicht ist er natürlich zuerst einen Monat im Kino, aber dann, oder? Du hast ihn im Kino gesehen, Wish. Gott, ich glaube, der letzte Kinofilm, den ich gesehen habe, war Encanto. War das Disney? Ja. Zumindest passiert alles typisch Disney. Ach ja, du bist ja ein Deutscher. Jänner. Wer sagt denn Jänner für Januar? Zwei Monate im Kino? Okay. Hallo, Angel. Österreicher sagen Jänner. Jetzt sind wir hier Österreich. Wir sind hier international. Da sagt man J-A-N. Hallo, Yellow Flash. Cola. Have it your way. Ne, was war der Claim von Cola? Was ist der, was ist der, was ist der Slogan von Coke? Refreshing taste, no calories, no sugar. Coke. Refreshing taste, no calories, no sugar. Hey, was ist der nochmal? Der ist so tasty feeling. Tasty feeling ist, glaube ich, uralt. Ich habe den Kokainbär angeschaut. Ja, und dank Kokainbär habe ich mein wunderschönes Deoxys gefehlt, weil ich war wirklich gerade an dem Film angucken. Da war eine Stelle, über die ich gerade nachgedacht habe, weil ich die Stelle komisch fand. Ich habe wirklich auf den Film mich total konzentriert und gedacht, das ist komisch. Guck hin, seh die vier Deoxys kommen, drück und seh das vierte war. Weil ich es über den Film nachgedacht habe. Äh, ne, Kokainbär ist cool und sowas, aber ich dachte nicht, dass er so trashig ist. Ähm, der ist schon, ich wusste, dass er trashig ist, aber nicht so trashig. Aber er ist gut, ja, klar. Tasty feeling? Tasty feeling. Ich dachte, irgendwas anderes war, war Coke Claim. Sowas wie Freude beim Fahren oder so. Kokainbär war so schrecklich. Kokainbär ist, ist nicht, hä, schrecklich, der ist cool. Ähm, aber ich dachte, das ist einer, weil es ist ein A24 Film. Und A24 nimmt sich eigentlich sehr ernst. Weil es sind nur so Arthouse-Filme. Und Kokainbär, ich dachte halt auch, dass Kokainbär relativ, bis auf die Thematik natürlich, relativ ernst gemacht ist. Natürlich übertrieben krass und sowas. Aber ich dachte nicht, dass er trash ist. Ich mag Trash-Filme. Ich war nur nicht, ich habe es nur nicht erwartet. Ich dachte, Kokainbär ist, ähm, ein krasser Horrorfilm. Und kein Trash-Film, in dem, was war das dümmste forever? Dass die Babybären auch kokainabhängig sind. Naja, das geht noch. Heute ist mein Nafi dran. Ne, ich mache es sofort zu und dann machen wir was anderes. Morbius hast du gesehen. Und dann, warum schaut ihr euch so einen Film wie Morbius an? Wahrscheinlich hast du auch mal Dumb Web gesehen. Letzte Woche in Österreich dachten wir immer, die Leute sagen Fickdisch zu uns als Verabschiedung. Hat sich immer so angehört. Fickdisch. Fickdisch, Fickdisch, Fickdisch. Die Österreichisch und Bayerisch sind ja sehr ähnlich. Fickdisch. Was ist denn Fickdisch? Bei dir steht Delicious und Refreshing. Hier steht nur Refreshing. Also meins ist, weil eben Zucker draußen ist, ist hier kein Delicious mehr drin, sondern nur noch Refreshing. Das letztens Slotherhouse gesehen. Das war Peak Entertainment. Ist Slotherhouse... Das klingt geil. Ist das quasi... Faultiere? Geil. Ich schreibe es mir auf. Slotherhouse. Ich mag Trash. Ich habe es nur von A24 nicht erwartet, Trash zu sehen. Weil Cocaine Bear ist schon Trash. Aber er ist gut. Ich habe es noch nicht erwartet. Ich dachte, der ist ernster. Ich dachte, der ist wirklich so... Also A24 mäßig. Vorgestern habe ich Innocent gesehen. Da... Es hat eine Stelle im Film, die mich so geschockt hat, dass ich weinen musste. Innocent. Innocent. Im Sinne von unschuldig. Kein YouTube-Stream? Nein. Wir machen keinen Gen 5. Black Devil B, du bist ein... Äh... Echt, na toll. Verträgst du eine Katzentode? Spoiler. Dann tue ich mal wieder von der Liste runter. Okay. Ein Film weniger zum Schauen. Was habe ich am Tag genau? Ich habe Cocaine Bear angeschaut. Und dann gestern Pearl. Pearl ist ein sehr guter Horrorfilm. Wahrscheinlich... Überrascht der auch viele. Weil sie denken, oh, das wird voll der Splatter-Film. Und dann die ersten 90% des Films passiert nix. Hallo, Eriko. Wie weit bist du schon in Gen 5? Ich glaube nicht, dass du irgendwas verpasst hast. Ich meine, du kannst alles auf YouTube nachschauen. Ähm... Ich bin in Gen 5. Das letzte Mal, dass wir gespielt haben, habe ich die siebte Arena gemacht, oder? Ich habe sie geschafft. Das war die Eis-Arena, glaube ich. Oder Elektro? Eis. Die siebte war Eis, glaube ich. Hallo, Maure. LPL, habe ich schon hallo gesagt. Hallo. Die 5 Euro vom Ausleihen werde ich nie wieder sehen für Morbius. Du hast ihn auch noch ausgeliehen? Das heißt, du hast ihn dir angeschaut, nachdem die ganze Welt wusste, dass er schrecklich ist? Ich meine, du kannst es... Ich hätte es eine gute Rechtfertigung gefunden, wenn du gesagt hättest, oh ja, ich mag... Ich mag 30 Seconds to Mars und ich gehe gerne ins Kino. Also gehen wir da rein. Upsi, schlecht. Aber wie lang... Wie alt ist der Film jetzt? Zwei Jahre? Einer der schlechtesten Filme ever? Ich habe ihn nicht angeschaut. Vielleicht ist er ja mega gut. Husky, du bist ein Mobile. Angel, du bist ein Flamping-Jung. Flamping-Jung. Äh, was? Wo sind hier? Fast Guy, du bist ein Droschel. Error, hast du noch ein Wuffels bekommen? Ich habe jeden auf der Liste auf Twitch angeschrieben, außer die Leute, die... Naja, ihre DMs privat haben. Kann man nichts machen. Dann habe ich noch mit so 3-4 Leuten getauscht auf dem Discord und ich glaube, andere haben auch noch getauscht mit Leuten. Also keiner kann sich in einer Woche beschweren, dass ihr kein Wuffels habt. Yellow Flash, du bist ein Zipurze. Anne, du bist ein Kobalium. Glückwunsch zum Deoxys. Nicht auf Home, aber im Herzen. Ich zeige euch nochmal den Clip, die die es nicht gesehen haben. Aber ihr habt es wahrscheinlich alle gesehen. Der Clip hat schon 3000 Aufrufe, auf Twitter zumindest. Ich hätte da übrigens ein Short draus machen sollen. Vielleicht mache ich noch ein Short draus. Naja. Ich habe... Jetzt stehe ich aber im Weg. Machen wir es doch so. Kann ich es so machen? Was ist das? Bild im Bild. Nee. Hier? Können wir das irgendwie so machen? Okay. Äh... Hier sitze ich ja auch gut in der Cam, ey. Ich habe... Vorgestern. Hey Dave. Hallo Ferret. Ich habe vorgestern Deoxys Resets wieder gemacht. Ich habe währenddessen Cocaine Bear angeschaut. Es war ungefähr 3 Uhr morgens. Und im Film ist gerade irgendwas passiert, was mich genervt hat. Und ich habe angestrengt darüber nachgedacht, was im Film passiert. Ich kann mich noch daran erinnern. Deswegen habe ich mich danach so geärgert, dass dieser Film in dem Moment mich... quasi... denken hat lassen. Und naja, es ist das hier passiert. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit mein Mikro an. Äh... Deswegen, ich habe kurz aufgeschrien. Nein! So irgendwie. Aber mein Mikro war nicht an. Ähm... Ich hatte es vergessen anzumachen. Ich habe es eigentlich immer an, so im Hintergrund, dass man zumindest die Hintergrundgeräusche hört, dass wenn was passiert. Aber natürlich. Das Mikrofon war kurz aus, dann habe ich es angemacht. Aber ja. Es geht schnell. Man kann es verpassen. Komm, ich mache kurz groß. Und mache mich weg. Wo bin ich hier? Das ist passiert vorgestern Nacht. Warte, ich mache es in Zeitluge. Pass auf. Mein Blick. Ich gucke Cocaine Bear. Die Dioxys kommen. Ich gucke rüber. Mein Blick geht von links oben, nach rechts oben, nach links unten, nach rechts unten und meine Finger drücken. Weil sie das schon 9.872 Mal durch 4 gemacht haben. Und wie ihr jetzt schon sehen könnt, ist, naja, rechts unten ein gelbes Dioxys. Weg. Und ich merke es instant. Das war ein zufälliges... Das war... Das ist wieder ein perfektes Beispiel für, ähm... Die Motorik ist schneller als der Gedanke. Also man denkt langsamer... Ne, man denkt langsamer als die Muscle Memory. Es ist wirklich... Ihr seht, es ist mir perfekt in dem Moment. Also wirklich. Der Screen wird weiß. Boom. Ich merke es. Und dann habe ich gemacht, aber das Mikrofon war aus. Und hier nochmal mit Screen. Weg. Einfach weg. Und ich dachte mir in dem Moment so, okay, warte, in Legends Arceus kann ich einfach resetten. In Legends Arceus habe ich davor gespeichert. In Legends Arceus geht es doch so und so. Aber fuck, es gibt keine Möglichkeit, es zurückzuholen. Ich war wirklich so kurz am überlegen auch, ist es wirklich weg? Ist es wirklich weg? Und ich habe hier ewig lang mich noch beschwert. Das habe ich aber alles weggeschnitten, weil es uninteressant ist. Ich habe zuerst kurz geschrien, dann, da war das Mikro noch nicht an und dann ich war einfach nur sehr traurig. Ich war sehr traurig, habe ewig lang so und nein und nein gemacht. Dann habe ich einfach weitergemacht. Weiter geht's. Dann habe ich einfach weitergemacht und ich bin jetzt übrigens bei 12.000. Ich habe gestern wieder, naja, was ist das für eine Zahl? Ich bin da noch auf 10.000 gegangen und dann bin ich gestern auf 12.000. Gestern habe ich 2.000 Resets wieder gemacht während dem Film. Aber ja, so einfach kann das gehen, wenn man weg macht, wenn man, wenn man, da ist es, da ist es, weg ist es. Naja. Ähm, wo ist mein hier? So schnell kann das gehen, wa? Äh, warum ist die Kamera Bibidi-Babidi-Buh? Hallo Henriette, hallo Sloth, Gusti, hi. Hätte Tränen der Verzweiflung geweint. Das Gute ist, ähm, es fühlt sich tatsächlich jetzt besser an, finde ich, weiterzumachen, weil ich jetzt weiß, dass eins kommen kann. Ne, man denkt sich ja die ganze Zeit, ich meine, ich bin bei 12.000. Ich bin ein Fünftel, also 50%, ich bin 50% über den Odds. Und da denkt man sich schon so, mach ich irgendwas falsch? Ist es doch mit Batterie leer? Bin ich doch auf Smaragd? Irgendwie ist es doch wie ein Smaragd oder sowas. Und da dachte ich auch die ganze Zeit, weil ich ja die gleichen Speicherstände habe auf drei Spielen, so, es sind das, resette ich eigentlich nur zwei verschiedene. Aber ich hab's eigentlich getestet. Und dadurch, dass jetzt eins rechts unten kam auf dem japanischen Spiel, weiß ich einfach, es geht. Ich muss einfach nur weitermachen. Und es geht verdammt schnell. Ich mein, ich hab gestern 2000 Resets gemacht während einem Film. Mau Rediven, du bist ein Kickli. Und deswegen passt schon. Und ich denk mir halt, ich denk so, ich hab ja ein Deoxys RNG manipuliert für das Video. Was ich ja auch, weil ich vier Deoxys brauche, ist das eins, was ich tatsächlich benutze. Mein RNG, ich glaub Speedform ist es, Smaragd, Speedform glaub ich, ne? Oder Attackenform in Smaragd? Attacke. Ich glaub Attackenform. Ne, Speed. Egal. Speed. Speed. Dachte ich mir halt, das ist jetzt quasi die Strafe dafür, dass ich die RNG-Manipulation gemacht habe. Jetzt auf jeden Fall kann ich sagen, okay, ich hätte ein viertes gehabt. Das hab ich mir aber RNG manipuliert. Und jetzt suche ich mir halt noch drei. Das vierte hab ich halt gefailt, aber dafür hab ich das RNG-Manipulierte. So, es ist irgendwie auch fair. Deswegen, es ist nicht ganz so, es ist nicht so schlimm. Mein Gott. Vor allem die Resets gehen echt schnell. Ich frag mich nur, das hab ich grad auf Twitch jemanden gefragt, äh, auf Twitter jemanden gefragt. Zähl ich jetzt weiter? Oder gilt es als ein Ding, was ich gefailt hab und ich starte wieder bei Null? Was würdet ihr machen? Würdet ihr wieder bei Null starten? Nach dem Deoxys Fail oder würdet ihr einfach weitermachen? Ich würd einfach weitermachen. Weil es ist ja, es ist ja nur ein Pokémon bei Null starten. Ich würd das als Phase sehen. Das ist die Frage. Ist es eine Phase? Na schau, schau, 50-50. Wenn's eine Phase ist, dann muss ich bei Null starten. Wenn wir sagen Fail, dann geht's weiter. Ich weiß nicht, was die allgemeine Shiny-Hunting-Community da macht. Ich hab hier gerade wieder technische Probleme, weil die dumme Kamera nicht will. Warum will die Kamera nicht? Da ist sie. Jetzt muss ich die. Warum ist die weg gewesen? Wartet, geht mir kurz. Ich muss leider den zweiten DS abfilmen, weil ich, naja, keinen weiteren DS habe mit Capture Card installiert. Okay. Jetzt muss ich quasi mit so einem DS spielen, der eine Kamera abfilmt. Das heißt, 50% von dem, was hier passiert, wird hier unten unter mir stattfinden auf einem DS, der vor mir steht und eine Kamera drauf gerichtet ist. weiterlaufen lassen, das zählt erst, wenn es gefangen wurde. Ja. Ich meine, ich habe ja jetzt schon weiterlaufen lassen, aber ich könnte immer noch umrechnen. Ich habe ja den genauen Moment, in dem ich Gefailer aufgezeichnet. Das ist sogar einer von den Vierern gewesen. Also es war das Vierte im Bildschirm, deswegen war es sogar, also die Vierer-Ding würde ja sogar weitergehen. Wer war das? Azrael! Du verrückter, du verrückter Mensch. Dankeschön für 35 Euro, Azrael. Hier ist dein Zettel natürlich. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Henriette, du bist ein Riolu, ein kleiner Doggy Dog. Dave, du bist eine Nase. Ähm, Parfi und Little Sheep. Du bist eins der intelligentesten Pokémon, Kommandutan. Und ich muss mal hier sagen, Superius hat 85 hintereinander geschaufte Streams. 85. Und Happens ist gerade daran zu schreiben, ich hätte schon 100, wenn du nicht einfach random online gehen würdest. Tja, Superius hat 85. Äh, Suicune für Dice. Hallo, Retro. Ah. Auch wenn ich schon froh war, dass man dafür nicht super früh kam, imagine so die ersten 10 Eier, das hätte mir halt kein Mensch geglaubt. Ja. Hallo Zelda Stan. Hi. Was ist dein Lieblings Zelda? Los, hau raus. Ich gebe dir einen Tipp, was meins ist. Hallo, Shrik. Also ist die Frage, ob ein Shiny Fail das Shiny Luck auflädt oder entlädt. So, auf jeden Fall. Wir beginnen heute die Manafi Shiny Hand. Ich habe hier, warte mal, vielleicht kann ich das so kurz zeigen. Ich habe hier zwei DS vor mir. Da seid, da seid ihr. Da ist mein Mikro. Da seid ihr. Da ist der Stream. Das heißt, ich sehe selber, ich sehe immer das, was ihr seht. Und da ist meine Technik. Da ist der Drucker. Da sind eure Zettelchen. Und hier ist das, was ich abfilme. Deswegen, wenn wir das genauso hier davor stellen, haben wir ein relativ scharfes Bild von einem wie alt? 20 Jahre alten? 15 Jahre alten DS. Und der andere hat eine schöne Capture Card. OOT in Majora's Mask. Zelda, Stan, wir sind direkt Freunde. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Beste Antwort. Retro, du bist ein Makago. Makago. Hallo Julius Cäsar. Warum soll ich bei Null starten? Guck auf meinen Twitter. Da siehst du meinen fetten, fetten Shiny Fail von Deoxys. Die Frage war, ob ich nach einem Shiny Fail wieder bei Null starte zu zählen oder ob ich einfach weiter zähle. Mariko, du bist ein Duo-Zyto? Nein. Die Weiterentwicklung von Mono-Zyto? Hallo Mariko. Hab kein Twitter. X? Nenn es nicht X. Duo-Zion? Ne, Mito-Dos, genau. Mito-Dos. Mito-Dos. Ich würde mich auch verarsch vorkommen, wenn man sich so viel Mühe fürs Setup macht und dann ist es in wenigen Stunden fertig. Ich hätte kein Problem, weil umso länger es dauert, desto mehr rechtfertigt sich eine zweite Capture Card in einem DS. Ich werde halt danach nie, wenn eine Capture, also weiß nicht, vielleicht werde ich noch andere Hands machen, wo ich zwei DS Capture Cards brauche. Aber im Moment lohnt sich halt keine zweite Capture Card. Und umso länger das hier dauert, desto mehr lohnt sie sich, weil das ist schon ein nerviges Setup, weil ich hier halt so hingreifen muss. Fingerchen. Drück dich aus. Hallo Beastie. Beast. Beast, du bist ein Porygon. Okay, ich erkläre ganz kurz die Manafi Shiny Hand. ganz grob. Ihr werdet dann sehen, was wir machen. Ich mache es jetzt auch gerade zum ersten Mal. Ich habe es noch nicht, also das ist, die Vorbereitung ist natürlich fertig, da konntet ihr nicht wirklich dabei sein. Aber wir starten bei 0. Ich habe noch keine Eier ausgeschlüpft. Ich habe noch nicht, also wir starten damit, dass ich die Eier übertrage. Weil hier das große Bild, das große Bild ist Spiel A, das kleine Bild ist Spiel B. Das ist Diamant, das ist Perle. Man macht das in Diamant und Perle am besten, weil es da am schnellsten geht, das Spiel neu zu starten. Danach kommt Platin, man kann es aber auch in HGSS machen, da dauert der Reset aber am längsten. Ein Reset von 4 Eiern also dauert, wenn man gut ist, 20 Minuten. Wahrscheinlich werden wir im Schnitt 25 bis 30 Minuten brauchen. Weil wir müssen jedes Mal, nachdem wir 4 Eier ausgebrütet haben, währenddessen, aber, naja, nicht wirklich währenddessen, weil 4 Eier ausbrüten geht schneller als das Spiel spielen, bis man Eier erhalten kann. Und das hier ist noch mein alter Perl-Spielstand, das ist noch mein alter Diamant-Spielstand. Die sind beide noch nicht nagelneu, die sind einfach, als wir Diamant und Perl durchgespielt haben, aber die werden beide jetzt gelöscht. Ich hab die gebackupt auch und sowas. Ich hab auch die Eier gebackupt, falls irgendwas schiefläuft, aber es sollte nicht schieflaufen. Ein japanisches Diamant und Perl wären noch schneller. Ja, aber dann wär das Ei, das Manafi, auch japanisch. Das stört mich schon bei Deoxys so, dass dann ein Deoxys japanisch sein wird. Mh, und in dem Fall, was ich gefailt habe, war ja ein japanisches, rechts unten. Bin aber überlegen, mir 4DS mit Controller-Mod zu beschaffen, das würde so viel einfacher machen für mich. Ja. Aber du hast doch schon sauviele GBAs. Du bist doch verrückt. Normalerweise sucht man sich das doch aus. Gen 4 Hunter oder Gen 3 Hunter. Du bist doch schon Gen 3 Hunter. Oder? Okay. Ich habe auf unserem Spiel A, das ist das große immer, habe ich 4 Manafi Eier. Diese 4 Manafi Eier habe ich zu, das seht ihr hier, 2.082 Schritte abgelaufen. Das sollte reichen. Im, schlüpft Manafi bei 2.500. Damit ich nicht aber jedes Mal 2.500 Schritte ablaufen muss, gehe ich von den 4 Eiern 2.000 Schritte ab und dann habe ich gespeichert. Das heißt, wenn ich jetzt diese 4 Eier übertrage auf Spiel B, das hier, dann muss ich nur noch ungefähr 500 bis 1.000 Schritte abgehen. Ich weiß, aber es ist zu kompliziert zu erklären. Ich habe es ja auch erst jetzt verstanden. Also ungefähr 500 bis 1.000 Schritte muss ich abgehen von den Eiern, was okay ist, weil ein Reset dauert 20 Minuten, 25 Minuten und in der Zeit schlüpfe ich auch locker 4 Eier aus, die 10.000 Schritte haben. Das ist natürlich trotzdem angenehm, umso schneller sie ausbrüten. Ich muss jetzt diese 4 Eier, wir machen es jetzt, ich muss jetzt diese 4 Eier übertragen. Das heißt, ich gehe in meinem Spiel B, da bin ich nämlich gerade random vor einem Baum gewesen für mein Faxo noch, wir gehen jetzt in Spiel B zu, auch zum Connix Club. Hier habe ich 4 Pokémon. Oh, ich brauche 5 Pokémon. Ich brauche mehr Pokémon im Team. Man kann in Gen 4, warum auch immer, nur 4 Pokémon tauschen, man kann nicht 5 Pokémon tauschen im Team. Es müssen immer 2 im Team übrig bleiben. Deswegen habe ich nicht 5 Eier, sondern 4 Eier. Deswegen brauche ich aber auch hier ein volles Team, was ich rüber tauschen kann. Weil wir tauschen natürlich jetzt Pokémon gegen Eier. Warum wir das machen, erzähle ich alles auch gleich im Sinne davon hier alles. Aber ja, ich tausche jetzt einfach, es wird sowieso alles gelöscht. Das ist vollkommen egal, was ich tausche, weil es wird sowieso alles gelöscht gleich immer wieder. So, das heißt, wir stehen bei beiden beim Connix Club und bei beiden starte ich jetzt den Connix Club. Dann sollte ich bin ich oben rechts jetzt blöd Schritte gegangen? Ne, das habe ich neu gestartet. Ich habe mich hier gar nicht bewegt, oder? Jetzt eh zu spät, jetzt habe ich gespeichert. Oh Gott, ich werde die ganze Zeit gegen diese Kamera gehen. Alter, wie viel länger braucht das Spiel unten links zu speichern? Und dann sind wir im Connix Club. Da kommen Erinnerungen hoch. Ich habe vergessen, was war deine Zahl? Wann hast du Manafi gekriegt? Und sag nicht, du hast mehr Manafis dir geholt. Ne, oder? Okay, ich muss es irgendwie noch besser positionieren hier alles. Nicht Gruß, nicht Gruß. Nein. Das wird anstrengend. Wenn ich ein bisschen besser drin bin, dann messen wir natürlich mal die Zeit von so einem perfekten Reset. Tausch, warum ist Tausch so weit unten? Dann muss ich hier A drücken. Ja. Und dann tauschen wir die rüber. Musst du Schritte sparen? Ne, also erzähle ich auch gleich, das mit den Schritten ist tatsächlich eine, ein wichtiger Punkt. Tauschen. Tauschen. Und dann tauscht man diese vier Eier rüber auf einen neuen Spielstand. Hallo, Taka Dragon. Habe ich es mal probiert, Rabautzen Gen 2 zu züchten. Daraus hat kein Interesse an Ditto. Ist das Zufall oder ist das allgemein so? Rabautz ist ein Baby. Du kannst Babys nicht brüten. Du musst Rabautz entwickeln zu Kekli. Oder zu irgendwas anderem. Babys kann man allgemein, also ich schätze mal, dass du Rabautz im Hort hast. Babys, eine Eigenschaft von einem Baby und Vonera, Elekid, was nicht alles, ist, dass es nicht brüten kann. Logischerweise, weil es ist ein Baby. Du willst gerade einem Baby Sex aufzwingen. Du kannst nicht mit dem Baby brüten. Wenn du Kekli und Nokchan hast, dann brüten die trotzdem. Da steht dann, dass Ditto und Kekli sich nicht mögen, aber die werden trotzdem brüten. Es dauert halt lang. Aber du hast Baby genommen, ja, das geht nicht. Das ist eine der, das ist wohl die, die Eigenschaft von einem Baby. Du kannst sie nicht brüten. Babys haben noch mehr Eigenschaften, aber das ist, glaube ich, die bekannteste, die wichtigste. Boah, hier ist echt wichtig, dass man realisiert, welches Spiel man gerade benutzt, dass man nicht das Ei wieder zurücktauscht. Oh mein Gott. Ich habe gestern Pokémon Film Nummer 9 geguckt, wo Manafi vorkommt. Cool. Ich habe nur den allerersten Pokémon Film ever gesehen. Das war damals im Kino als Kind und ich habe, natürlich wie alle Kinder geheult. Geht eigentlich der DNS-Klitch für die Pokémon Ranger Games? Ja, so kannst du dir auch Manafi Eier holen. Aber das legiteste ist natürlich das Ranger Manafi aus dem ersten Ranger, weil das ohne DNS-Klitch geht. So, ich muss echt auf, also wir machen gerade die Eier auf Spiel B. Boah. weil jetzt bin ich 2-2. Jetzt muss ich wissen, welches Spiel das ist, wo ich sie hinschicken muss. Boah, ist das gemein. Soll ich mir irgendwie einen Zettel hintun, wo ich einen Pfeil drauf mache, oben runter und dann drehe ich den Pfeil um, dass ich sehe, ah, jetzt muss ich von da nach da tauschen. Das heißt, hier. wobei ich sehe es dadurch, dass ich die Eier, die oben sind, sind die, die ich bekommen habe und die Eier, die unten sind, sind die, die ich wegschicken will. So könnte ich mir das als Regel überlegen. Hast du die Promo-Mew-Karte aus dem Film noch? Ich glaube, ich habe in meinem, ich glaube nicht, aber es ist eigentlich komisch, warum nicht? Ich habe in meiner Room-Tour, wenn du auf meinen Kanal gehst, YouTube-Kanal, Newsmind, habe ich bei meiner Room-Tour, habe ich meine besten Karten gezeigt von meiner Kindheit und ich glaube, die Mew-2-Karte ist dabei, aber die Mew-Karte nicht. DNS-Kitsch wäre in Ordnung, um überhaupt erstmal den Living-Decks in SoulSilver zu schaffen. Ja, wenn du den dann machen willst. Klar. Ich glaube, da gibt es ein paar, die musst du dann so holen. Hallo Hannes. Gibt es noch Möglichkeiten, Vulkanion zu bekommen? Nein. Vulkanion ist ein Event und das letzte Vulkanion Event war, glaube ich, vor zwei Jahren, so im September vor zwei Jahren. Das weiß ich noch, weil ich da gerade in München war. Und da bin ich zum GameStop und habe es mir geholt. Aber das war das letzte Mal, dass das Event war. Entweder du wartest auf ein Vulkanion Event irgendwann, dass eins wiederkommt oder irgendein netter Mensch tauscht dir ein Vulkanion. Am Anfang habe ich vier Eier genutzt und das genau gleich wie du gemacht. Irgendwann habe ich auf acht Eier mit drei Geräten aufgerüstet. Das dritte Gerät war quasi in der Eierhort und auf einem Spielschirm habe ich dadurch immer acht Eier ausgebrüht. Ja, ich habe das gesehen, wie Leute das mit drei Systemen machen. Aber was war deine Zahl? 3906. Das geht ja, ne? Von der Zahl her heißt trotzdem 3906 mal ist die Frage, ne? Bei acht Eiern. Okay, jetzt habe ich vier Manafi Eier übertragen auf Spiel B. Und ich mache es jetzt noch nach der Reihenfolge. Ich mache es jetzt noch nicht gleichzeitig, weil wie komme ich hier raus? Muss ich da runter auf BN gehen? B geht nicht. Okay, tauschen. Dein Freund ist noch nicht fertig. Ja, ja, Ende. Krass, ich kann nicht B drücken. Das ist ja Quatsch. Ja, Quatsch ist das. Okay, das Spiel rechts oben ist egal. Das können wir resetten und löschen. Wir sind jetzt bei dem Spiel hier unten. und gehen raus. Und jetzt bin ich eben hier und hier sieht man, ich gehe einen Schritt. Also ich gehe einen Schritt gleich, um um mit der Dame wieder zu reden. Aber hier habe ich jetzt eben vier Eier. Eine Sache, die ja doch komisch ist, ist, ich kann nicht Fahrrad fahren. Aber wir haben ja so viele Schritte weg gemacht, dass man nicht wirklich Fahrrad fahren muss. Und jetzt brüte ich eben diese Eier hier oben aus und renne die ganze Zeit hin und her. Dafür brauche ich tatsächlich, wenn ich B gedrückt halten will, brauche ich tatsächlich beide meine Hände. Verdammt. Wahrscheinlich am besten macht man es so, dass man resettet das Spiel hier. Was ist die Kombi BX hoch, BX runter? Ich vergesse es immer wieder. BX hoch, glaube ich, ne? Wir löschen den Spielstand hier. Warte, hier. I'm not using an Emulator, I'm using DS. Yeah. I'm actually using two DS Consoles. B, A, runter, hoch. Was ist die B? Select up? Hab ich das nicht letztens gesagt oder habt ihr gesagt, nein, es ist X? Okay. Speicherdaten löschen? Ja. Währenddessen kann ich hier weiter hin und her gehen, weil das Löschen dauert immer lang, weil man ewig lang sich durchklicken muss. Ja. Das ändert sich mit einer Ding, ja. So, somit löschen wir gerade Spiel A. Das große Spiel ist immer Spiel A. Das dauert ewig und in der Zeit könnte ich auch hier mit B schnell hin und her laufen. Plötzlich international demnächst größer YouTuber Deutschlands. Auch hier kommen regelmäßig Leute rein, die Englisch reden. Theoretisch kannst du jetzt resetten, der Spielstein ist weg. Spart ein bisschen Zeit. Echt? Warum mache ich das nicht kaputt dadurch? Da habe ich Angst. Bitte nicht das System ausschalten. Da steht, ich soll nicht das System ausschalten. Ich muss mich doch an die Regeln von Game Freak halten. Warum dauert das so lang? Wege nur in Platin. Ah. Hallo Hamke. So, dann ist das Spiel hier gelöscht. Also, bei anderen Shiny Huntern habe ich gesehen, dass das Manafi eigentlich schon längst geschlüpft ist. Aber okay, wir klicken uns jetzt durch einen neuen Spielstand. Ich muss sicher gehen, dass ich mich Leo nenne, damit mein naja, mein Charakter auch, damit mein Manafi dann auch wirklich einem Leo gehört. Ich glaube, es ist wichtiger, das Spiel also Spiel einen Moment zu spielen als die Eier auszubrüten, weil die Eier ausbrüten, das passiert gleichzeitig. Weil hier sich durchklicken dauert länger. Aber ich kann halt entweder bei Spiel A nicht B drücken, um schneller durch den Text zu gehen oder ich kann beim bei Manafi nicht B drücken, um zu laufen. Aber das erste Manafi Eier schlüpft. Leider, 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 Leute. Sehen wir nicht das Shiny beim Schlüpfen. Leider gibt es keine Shiny-Animation beim Schlüpfen, denn Manafi ist eigentlich Shiny-Locked. Wir umgehen den Shiny-Lock mit dem ganzen Heckmeck. Achso, ich muss hier auf diese dumme Fläche drücken. Oh mein Gott, ich hasse es. Dumme Touch-Funktion, die keiner braucht. Und hallo Noah, hi. Hallo Daniel. So, und ihr seht schon, die Eier ausbrüten. Zwischen jedem Ei muss man ungefähr nochmal 200 bis 500 Schritte gehen. Das ist in Gen 4 so, dass die Eier nicht gleichzeitig schlüpfen. Totaler Quatsch. Zum Glück ist das heutzutage so. Ich meine, Karmesino und Purpur ist das auch wieder nicht wirklich so, weil man irgendwie doch ein bisschen warten muss. Gott, ich sehe das hier nicht. Gott, es ist umständlich. Namen eingeben. Okay. Das auf jeden Fall muss man aufpassen die ganze Zeit. Zumindest bis die Eier geschlüpft sind. Luzi. Ich habe es gelesen, Taco Dragon, du musst dich nicht wiederholen. Es ist nicht so viel los, dass ich Nachrichten übersehen würde. Ich weiß aber nicht, was ich zu deinen Babys sagen soll. Baby. Baby time. Was für Megas willst du für Legends Zah? Ich will ein Mega Potrott, ein Mega Zirpeise, ein Mega Manafi und ein Mega Dumiesel. Du willst Mega Bedisa? Das stimmt, das ist tatsächlich genauso dumm wie die, die ich gerade gesagt habe. Natürlich habe ich jetzt Manafi einen Spitzname geben wollen. Was geht schneller, wenn ich so schnell es geht die Eier ausbrüte oder das Spiel so schnell es geht starte? Libeldra. Libeldra musst du nicht wollen, Libeldra wird wahrscheinlich kommen, würde ich sagen. In deinem Kommentar bei dem Video, witzig, oder? Den Pokerus habe ich so oft bekommen und Ho-Oh will nicht. Ja, oder? Also auf Patreon ist bereits mein Video über den Pokerus. Falls Patrons es nicht mitbekommen haben, ihr könnt mein neuestes Video anschauen auf Patreon. Für die anderen kommt das am Donnerstag, morgen kommt das Pokerus Video. Ich habe versucht es ein trockenes Thema lustig zu machen. Dadurch sind vielleicht ein paar Sachen ein bisschen unlogisch. ein paar Analogien finde ich machen nicht so viel Sinn, aber dafür habe ich versucht es irgendwie lustig zu machen. Weil der Pokerus ist halt nicht. Ich vergleiche den Pokerus mit ich sage es euch nicht. Nicht mit Corona, keine Angst. Weil man halt immer wieder auf Null springt, ja. Warum aber auch immer das so ist, warum springt der Zyklus wieder auf Null, nur weil ein Ei aus, also wahrscheinlich haben sie sich gedacht, wir können es nicht machen, weil dann wird das Ei gleichzeitig ausschlüpfen und es muss ja im nächsten Frame ausschlüpfen, also resetten wir die Zahl. Das ist cool, ich gebe die ganze Zeit Manafee einen Spitznamen. Moment, in Diamant und Perle doch, muss ich auch zu ihm hoch hier, ne? Ja. Ich verstehe gar nicht, warum Platin langsamer ist. Ich dachte, in Platin haben sie so viel weggeschnitten. Ich meine, ich kriege in Platin die Starter so viel schneller. Aber trotzdem, nachdem ich die Starter habe, muss ich immer noch zum See hingehen und das dauert dann wahrscheinlich alles viel länger. Du musst zweimal zum See. In Platin muss ich zweimal zum See. Mein Platin würde ich jetzt hier oben die neuen, die Starter kriegen. Hey Marco, Mega Clorak Z mit Safecom? Vielleicht. Spiel Spiel halt Prio Leo. Ich habe 8 Eier auf einem Spiel ausgebrüten können, bevor Spiel B ready ist, also samt mit drittem Gerät tauschen. Spiel A hat Prio, meinst du? Also der neue Spielstand hat immer Prio. Aber trotzdem muss ich ja währenddessen die Eier ausbrüten. Marco hier, jetzt siehst du, Marco ist zur Zeit daran, sich auch die Ranger Spiele zu besorgen, der will nämlich auch Manafi angehen und hier siehst du jetzt, was du vor dir hast, wenn du das wirklich machen willst. Hallo Verox. So und das hier war das vierte Manafi Ei. Wir können jetzt gucken gehen, ob wir ein eins von den vier oder vielleicht sogar geht das eigentlich? das geht gar nicht, ne? Das oder? Geht das? Dass die Eier dass ich zwei Shinies kriege? Ne, oder? Dafür müsste ich zwei exakt gleiche Manafis haben. Okay. Nicht Shiny. Nicht Shiny. Nicht Shiny. Wechsle ich überhaupt? Ich glaube, ich gehe am besten auf den Status Screen, weil da sehe ich, wie sich die Werte ändern. Ändern sich die Werte? 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 7, 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 kann es sehr gut sein, dass sie gleich sind. Die sind aber alle unterschiedlich. Ich habe das nämlich schon mal getestet. Die sind alle unterschiedlich, doch. Okay, also ich habe jetzt alle, oder habe ich nicht alle vier angeschaut? Bereits alle haben 13 KP. Ich meine, bei Level 1, was hast du denn für Wesen? Ah ja, da gehen wir am besten hin. Lasch, Naiv, Solo, Zart. Ja, vier verschiedene. Krass, wie die Stats gleich sind, bei so einem geringen Level. Kurz Angst gehabt. Lasch, Naiv, Zart. Ja, wir gehen am besten auf den Bildschirm, da sehe ich auch immer, wenn ich wechsle. Okay, und das hier sind jetzt vier Manafis, die nicht shiny sind. Das heißt, wir machen 1, 2, 3, 4. Und auf unserem Counter sind jetzt 4+. Jetzt resette ich, ich darf auf keinen Fall jemals diesen Spielstand jetzt speichern, den hier, sondern ich muss resetten, sodass ich wieder bei dem Punkt bin, wo ich die Eier nicht ausgebrütet habe. Und ich greife hier über den einen DS, über den anderen DS, wenn Professor What's His Face mit mir labert, du wirst noch in den Flow kommen, ja. und jetzt stehe ich wieder im Connex Club, habe die vier Eier, habe vier Manafie Eier, diese vier Manafie Eier muss ich jetzt wieder auf Spielstand A rüber transferieren, dafür muss ich aber dieses Spiel bis dahin spielen, sprich so 15 Minuten lang. Und das Interessanteste ist, was am meisten Angst macht, aber wir sollten keine Angst haben, ist, dass ich hier unten in Spiel B gerade einen Schritt gehen muss. Ich muss einen Schritt gehen, um eben wieder mit dem Connex Club zu reden, um wieder tauschen zu können. Dieser eine Schritt wird jedes Mal abgezogen von den Eiern, weil jetzt wird gespeichert und beim nächsten Mal gehe ich wieder einen Schritt, dann wird gespeichert. Schritt speichern, Schritt speichern, deswegen genau genommen wird jedes Mal von den Eiern ein Schritt weggemacht. Aber, wie ihr vorhin gesehen habt, die Eier schlupfen random mit einem gewissen Puffer aus. Weswegen dieser Puffer dafür sorgt, dass wir niemals mehr abziehen, als der Puffer groß ist. Deswegen, auch wenn wir immer einen Schritt mehr gehen und speichern, werden die Eier deswegen im Schnitt nicht mehr ausgebrütet, nicht schneller ausgebrütet. Solange wir jetzt hier nicht aus Versehen ewig viel rumlaufen und dann speichern. Hallo Oliver, hallo. Imagine, du löscht einmal den falschen Spielstand. Na, volle Transparenz, ich habe ein Backup-Safe gemacht von diesen vier Eiern. Ich versuche trotzdem nicht, dass es passiert, ich will nicht irgendeinen falschen Speicherstand löschen, ich will nicht, dass die Eier irgendwie verloren gehen, aber ein Vorteil von einem gemoddeten DS ist nun mal, dass man ein Backup-Safe machen kann. Weil ich habe keinen Bock nochmal vier Ranger-Spiele zu kaufen. Aber ich werde alles dafür tun, um nicht mich zu verklicken natürlich. Aber es ist ein bisschen schwierig. Vielleicht sollte ich noch Spiel A und Spiel B irgendwo hinschreiben. Oder ich brauche so ein Ding. Aber damit kann ich mich erst recht vertun. Ich brauche einen Automatismus, der quasi mir immer sagt, wo gerade die Eier sind. Quasi so ein Schalter, der rot oder grün ist. Und jedes Mal, wenn ich ein Reset mache, wechselt es auf rot und grün, damit ich jederzeit weiß, wo ich gerade bin. Aber eigentlich, ich muss nur nachdenken. Es geht ja langsam genug. So schnell geht das ja nicht. Welches nehme ich am besten eigentlich? Ich schätze mal am besten nehme ich Pantflamme, oder? Was habt ihr mal genommen? Die ersten vier Manafi-Checks. So aufregend. Wünsche dir ganz viel Erfolg und Spaß mit der Hand. Dankeschön. Dankeschön. Du nimmst jedes Mal Pantflamme. Ist das wichtig? Weil es wird natürlich schneller gehen, wenn ich einfach das erste nehme, was glaube ich Turtwig ist, oder? Du hast doch einen Stream Deck. Kannst dir einen Schalter basteln. Ich kann, ja klar, ich kann locker einstellen, dass jedes Mal, wenn vier Eier, wenn die unten, wenn unten F4 gemacht wird, F4 mehr, dann, dann, keine Ahnung, wird hier eingeblendet, dass die Eier gerade da sind. Und beim Vierer Wechsel wird eingeblendet, dass die Eier da sind. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. jetzt können wir uns eigentlich komplett konzentrieren auf Spiel A und wir müssen einfach das Spiel spielen, bis das Tutorial vorbei ist. Aber dann müssen wir auch noch fünf Pokémon fangen. Und anscheinend soll man dafür einen Trank kaufen, damit man sich nicht heilen gehen muss und den Rest des Geldes gibt man den zwischen heute und drei Jahre. Turdwig. Heißt Turdwig eigentlich Turdwig wegen Turd? Auf jeden Fall, Cruiser. Vielen Dank mal wieder, vielen, vielen Dank für dein Tier 3. Danke, danke, danke. Und wir haben JGamer mit einem Kokuna. Okay, Olli hat inzwischen 6800 Checks, das müsst ihr euch mal ausrechnen. Und vor allem Olli macht nur, nee, du machst, ich dachte gerade nur ein System, aber nur ein System ist bei Raikou. Du machst vier Eier, machst du acht Eier? Nee, du machst vier Eier. Aber du hast zwei Capture Cards. Ich werde, wenn wir über, sage ich mal, 4000 kommen bei Manafi, werde ich es bereuen, dich eine zweite Capture Card geholt zu haben. Sind die drei Jahre genau ausgerechnet? Natürlich. Wie lang ist, wie lang ist Oliver dran mit seinen 6000 Resets? 6800 durch vier mal mindestens 20 Minuten. Das ist sehr lang. Das ist wirklich sehr lang. Ich meine, es ist einer der längsten Shiny Resets, die man machen kann. Es gibt welche, die genauso lang sind und wo du nur einen Check hast. Wir haben wenigstens vier Checks. der längste, oder? Es gibt auch, also, komplett legit gesehen ist Jiraji länger, weil du genau genommen das komplette Spiel durchspielen musst. Und da hast du nur einen Jiraji, was du dir abholen kannst. Selbst wenn du vier Gamecubes hast, kannst du nur einen Jiraji drauf tun. Du bräuchtest quasi eine Gamecube und vier GBA-Spiele. Und dann müsstest du jedes Mal ein komplettes Spiel durchspielen und dann kannst du erst ein neues Jiraji dir draufholen. Das ist länger, dann gibt's Pokémon Colosseum Hunts, die länger sind, weil es gibt zum Beispiel, ich glaube, Metagross, das ist das allerletzte vom letzten Boss und da musst du allein 15 Minuten lang kämpfen und aufpassen, dass du richtig kämpfst und auch den Boss besiegst und sowas. Und dann kannst du vielleicht sogar nur mit einem Hyperball das Metagross versuchen zu fangen. Und das geht auch 15 bis 20 Minuten. So, den kann ich jetzt noch nicht fangen, oder? Ich habe noch keine Eier bekommen. Ich glaube, um es mir einfacher zu machen, blende ich dann das hier aus, weil ich brauche den zweiten Bildschirm. Aber selbst wenn du die Bonus Disc hast, Pokédex ist ja auch schon 15 Minuten wahrscheinlich. Und du kannst dir halt nur einen Giraji dann holen. Also wenn wir pro Spiel reden, kannst du dir nur einen Giraji holen. Wenn du natürlich vier Spiele gleichzeitig spielst, kannst du dir auch vier gleichzeitig holen. Aber das wäre dann auf jeden Fall auch schon länger, weil du nur eins holen kannst. Aber Colosseum hat längere Hands und da ist es immer nur eins, außer du hast halt mehrere Gamecubes natürlich. Also du kannst schon Hands haben, wo der Reset um einiges länger geht. Genauso kannst du sagen, es gibt Shiny Hands, wo du nach einem 1% Mon suchst. In der Safari Zone zum Beispiel nach einem 1% Dragonier oder sowas. Und dann dauert das automatisch ein 1% Mon auftaucht im Gras, kann halt mal eine halbe Stunde dauern. Aber das, keine Ahnung, kann man sich ausrechnen, was im Schnitt dann, wie lange es dauert. Was passiert hier gerade? Wir labern, wir labern. Ich muss fünf Pokémon fangen jetzt, weil sonst kann ich ja nichts rüberschicken. Hallo Anubis. Sweeto, du bist ein Porygon. Ich sollte die Textgeschwindigkeit auch umstellen, ich trottel. Ich habe die Textgeschwindigkeit nicht umgestellt. Und dann muss ich natürlich A drücken. Erstes Ranger-Spiel, Mega-Dusel, Ei direkt bereit zum übertragen. Ach, du hast dir einen Ranger gekauft, wo ein Ei drauf ist, was du direkt übertragen kannst? Perfekt. Perfekt. Das hatte ich nicht. Ich hatte nur zwei Spiele, wo ich bei Kapitel 10 war von 14. Das heißt, du hast noch gar keinen Ranger gespielt, Marco. Du kriegst schon noch eins, wo du das Ranger-Spiel komplett durchspielen musst. Ey, wie viele reden die hier mit hier mit Ich habe gestern für das 4% Kangama für den Mew Glitch drei Stunden gebraucht. Um das Kangama zu kriegen in der Safari-Zone. Aber kennst du den Trick, den, wenn du den machen willst, den Missing No Glitch? Damit kannst du das Kangama um einiges leichter bekommen. Das zeige ich einmal kurz in meinem Gen 1 Origin Dex Video. Dass man sich, also mit dem Missing No an der Zinnoba-Insel kannst du dir jedes Pokémon, also es ist nicht mal ein Missing No Glitch, nennt man das Missing No Glitch? Weil Missing No erscheint ja gar nicht. Auf jeden Fall du kannst dir, du kannst dir, also die erste Gen oder Rot und Blau funktionieren so, dass an der Zinnoba-Insel, an der Küste rechts, wo auch Missing No auftauchen kann, tauchen immer die Pokémon auf, die du warte, ich muss zur Mama zurück, ne? Gott, dauert es lang. Leo, hast du deine Eltern schon gesagt, dass du nein? Genau, wenn du an der Zinnoba-Insel an der Küste hoch und runter düst, erscheinen immer die Pokémon von dem Gebiet, wo du als letztes warst. Das heißt, wenn du als letztes in der Safari-Zone warst, tauchen an der Zinnoba-Insel die Safari-Monds auf. Wenn du es dir leichter machen willst. Aber jetzt hast du es ja schon, das kann gar nicht. Ich kann jetzt Bälle kaufen. Kann ich jetzt? Ich muss das Bälle-Tutorial mir nicht anschauen. Zeitverlust, Zeitverlust. Nein. Ich weiß, das habe ich gemacht und dennoch drei Stunden lang Dodos angeschaut. Echt? Du hast trotzdem an der Zinnoba-Insel nicht das Kangama gefunden? Oh, mies. Blödsinn geht nicht. Was ich gerade gesagt habe mit der Zinnoba-Insel? Doch, das geht. 100% verspreche ich dir. Das habe ich nämlich gemacht. Das geht. Du brauchst das Tutorial. Achso, du redest von den Poké-Bällen. Okay, schauen wir mal. Schauen wir mal. Bälle im Shop. Schauen wir mal. Wir sehen, wer recht hat. Mal schauen, ob die Person recht hat, die man Nuffin-Shiny sich geholt hat. Oder du. Ich kann auf jeden Fall, warte, was war der Plan? Einen Trank kaufen. Und 13 Bälle, das geht ja perfekt aus, wer hätte es gedacht. Ja, bringt es jetzt noch was, den Text schneller zu stellen? Folge ist glaube ich egal. Die Frage ist nur, ob ich schon, aber warum sollte ich nichts fangen können? So, und jetzt gehe ich einfach hier hin und schwäche ich die Pokémon oder schmeiße ihn einfach drauf? Weil schrecklich wäre es natürlich, wenn ich Pech habe und ich mit den 13 Bällen nicht 5 Pokémon fange. Ich glaube, ein Kratzer sollte man machen. Zum Thema, ein Schritt nach dem Konix Club. Eier schlüpfen in Gen 4 nicht nach Schritten, wie viele denken, sondern nach Eier zügeln. Ja, ja, das hat mir Dave letztes Mal schon erklärt, was ich jetzt endlich verstehe. Ich wusste das, dass Schritte und Zyklus nicht das gleiche ist, aber ich habe mich nie damit beschäftigt. Aber jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich den Grund, warum das mit dem einen Schritt egal ist. Ja, 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 ja. Und wenn du immer darauf achtest, so wenig Schritte wie möglich bis zum Eiertausch zu laufen, wirst du niemals das Einschrittproblem haben, zum Glück. Ja, und ich habe sowieso ungefähr 500 Schritte Puffer. Also gerade eben ist das, eine Ei hat eh, die Eier haben gerade ewig gebraucht auszuschlüpfen. Ich hätte noch viel mehr Puffer, ich könnte noch viel mehr ablaufen von meinen Eiern. So, siehe einer an, ich kann tatsächlich Pokémon fangen. Blödsinn geht nicht. Erstmal meckern immer, ne? Erstmal immer sagen, Blödsinn geht nicht. Lass doch erstmal gucken, ob es geht, und dann können wir alle Blödsinn schreien und Finger, Finger strecken, Finger ausstrecken. So, äh, was, was habt ihr? Mit nur vier Eiern ist es auch nicht so wichtig. Ich habe immer einmal Kratzer gemacht. Okay. Ja. Den Trank brauche ich wahrscheinlich gar nicht. Also wir müssen fünf Stück fangen, die sind direkt im Team. Ich kann direkt zum Pokémon Center gehen und tauschen. ja. 14 Bälle. Habe ich 14 Bälle? Wegen dem Premium Ball. Kriegen wir hier einen Premium Ball? Wie sind das die Eier? Kann ich im Supermarkt dann alle auf einmal abholen? Das ist am klügsten, oder? Ja, du kannst alle auf einmal abholen, damit, habe ich auch gemacht, damit du halt nicht, ähm, ich meine hier auch wieder Egg Cycles und sowas, also in einem Cycle ist es wahrscheinlich drin, dass du vier nacheinander abholst. Aber ich habe auch vier Eier rüber geschickt und dann vier im Supermarkt abgeholt auf einmal, dass ich halt bei keinem Ei mehr oder weniger Schritte gegangen bin. Also alle Eier bei mir haben exakt die gleichen Schritte. Sollte, also sind im gleichen Zyklus quasi. Also das ist Pokémon Nummer drei. Wenn euch die Hand interessiert, falls ihr nicht versteht, was ihr hier seht, ihr könnt immer Ausrufezeichen Manaffi machen. Da habe ich ein Bild gebaut, das den Zyklus erklärt. Ich habe auch im Discord mal ein Bild gepostet von so einem, das ist quasi ein Unendlichkeitszeichen. Die Manaffi Hand ist quasi so ein Unendlichkeitszeichen zwischen zwei Systemen. Fand ich ganz interessant, sich so zu überlegen. Aber wenn man keine Ahnung hat, versteht man das nicht. Deswegen, das unter dem Link ist ein quasi ein Textguide mit ein bisschen ein paar Bildern und sowas. Ich glaube, dass man das Unendlichkeitszeichen erst recht nicht versteht. Okay, das ist glaube ich Pokémon Nummer drei gewesen. Mit wie vielen Konsolen machst du denn Hand? Mit zwei. Du musst es mit mindestens zwei machen. Kann ich auch gleich erklären, warum wir nicht einfach die Eier immer wieder ausbrüten können. Ich meine, das ist logisch, dass wir vier Eier nicht immer wieder ausbrüten können, oder? Das ist ja schon in jedem Spiel so, dass jedes Ei festgeschrieben hat, was drin ist. Aber bei Manafi ist das ein bisschen besonderer. Beziehungsweise, by the way, würde das eigentlich mit jedem Ei funktionieren? Also könnte ich jetzt hier auch einfach ein Starralili brüten, nicht ausbrüten und da wäre immer das gleiche Starralili natürlich drin und kann ich das dann, das sollte ja auch gehen, oder? Natürlich wäre es dumm, so Starralili zu Shiny hunden, aber es würde auch gehen, oder? Weil das besondere Manafi Ei ist ja bloß, dass es Shiny lockt ist auf die traditionelle Art und Weise. Aber es funktioniert ja sonst gleich. Das heißt, alle anderen Eier, es geht mit allen Eiern. Gibt es eine Person, die so verrückt ist und es mit was anderem macht als Manafi? Das wäre lustig, so ein kleines Starralili einfach. Ah ja, genau, stimmt, stimmt ja, Oli macht das mit Eiern von Zuschauern, ja, 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 das war das, das ist das gleiche Prinzip, ja. Stimmt, hast du das letztes Mal erwähnt und da dachte ich mir, ach ja, stimmt, das ist ja dann wie Manafi nur mit Eiern und du weißt vorher nicht, was deine Zuschauer dir geben. So, das sollte Nummer 5 sein. Bin gespannt, ob so ein wildes Shiny kommt. Hier, das wäre krass. Dann hätte ich wenigstens endlich meinen Random Gen 4 Shiny. Wir haben in Gen 2 eins gekriegt, in Gen 3 eins gekriegt und in Gen 4 haben wir keins gekriegt, was logisch ist. Ich hatte ein, du hattest ein wildes Shiny, von den 5 Pokémon war bei dir einmal ein wildes, sogar fangbar. Ich meine, klar, das eine Starralili könnte auch Shiny sein, uncatchable. Du hattest ein normales Starralili, geil. So, ich sollte 5 haben. 1, 2, 3, 4, 5. Habe ich nicht so, ich glaube, ich habe genau 5 gefunden. Das heißt, wir können jetzt zum Connix Club gehen und können wieder unsere Cam anmachen. Gehen jetzt hier hoch und jetzt schauen wir mal, ob ich das, ob das weiter funktioniert, von wegen, so, jetzt drücken wir gleichzeitig A. Das heißt, wir speichern, wir haben unten links Resetted. Also B ist Resetted, das sind wieder nur Eier, ne? Ja, ich habe 100 und das da, das darf ich nicht vergessen, oh mein Gott. Wenn ich das mal vergesse, das Spiel zu Resetten und dann stehe ich hier und speicher und dann steht auf einmal Manafi gegen Team und dann, oh mein Gott. Oh mein Gott, das passiert, das wird irgendwann passieren. Oh nein. Ich habe das Gefühl, das wird irgendwann passieren. Weil das geht schnell, dass man einfach vergisst, das Spiel zu Resetten. Oh Gott. Das wäre schlimmer, als Deoxys zu verpassen. Du bist erst bei 88 Manafi Eiern. Andi, du bist 88 mehr als ich, ey. 88. Ich komme wahrscheinlich heute auf 20 oder so, oder? Aber das ist der Eggmanth. Leute, macht beim Shiny Eggmanth mit. Wenn ihr Bock habt, Full Odds Eier auszubrüten, geht auf den Discord, Ausbrückzeichen hier, was da oben steht, Eggmanth. Macht mit. Es wurden schon, ich glaube, eine Stunde nach Mitternacht wurden schon, wurde schon ein Shiny Sichler, glaube ich, gefunden. in, ich glaube, Feuerrot, Blattgrün. Okay, also wie machen wir das? Dass ich das nicht verchecke? Ich fange in dem Spiel, wo ich das Team habe, unten an. Weil im anderen Spiel sind die Eier, im anderen Spiel sind die Eier auch unten. Gott, es wechselt sich dann jedes Mal ab. Kann ich hier irgendein System nicht haben? Ähm, kann ich ein System haben, dass ich nicht verchecke, was kann ich in System entwickeln? Ich muss einfach, ich mache es immer einfach verkehrt herum, wie es da ist. Das heißt, wenn, wenn sie Eier oben sind, fange ich unten an. Mitte zuerst. Ja stimmt, wenn die Mitte zuerst ist, würde ich auch sehen. Ich glaube, wenn ich einfach entgegengesetzt immer es mache, also wenn die Eier oben sind, fange ich unten an und wenn die Eier unten sind, fange ich oben an. Also so. Sehr gut. Von oben nach unten. Wenn ich von oben nach unten mache, dann habe ich irgendwann den Moment, also bei der Hälfte habe ich dann den Moment, dass ich bei beiden Spielen zwei Eier habe. Und dann bin ich so, fuck, welches ist jetzt das richtige Spiel? Bisschen? Manafi ist nur shinylockt auf den Spielstand, auf dem es von Ranger getauscht wurde. Nach dem ersten Tausch auf ein anderes Gen 4 Spiel ist es nicht mehr lockt. Jaja. Warte, da war noch eine fette Nachricht. Hallo Leo, nicht ganz legal lassen, sich die VC Gen 1 und 2 noch holen, aber sind die Games dann mit Bank kompatibel? Weißt du das zufällig? Überlegt habe ich auch, mir einen Nintendo Account zu kaufen. Spiel kann man ja noch downloaden, oder? Alles hätte bestimmt seine Vor- und Nachteile. Bin überfordert. Kenne mich leider nicht mit gemoddeten DS aus, habe aufgenommen, dass die Spiele da noch bekommen werden können. Bekommen werden können. Wenn du einen gemoddeten DS hast, kannst du alles machen, buchstäblich. Ich könnte hier Playstation Spiele drauf spielen. Ich möchte euch aber nicht dazu auffordern, dass ihr illegal Spiele spielt auf eurem gemoddeten DS. Ein gemoddeter DS ist einfach schön zu haben, weil man dann oder dann mit deinen Spielen machen kann, was du willst. Die Spiele, die du dir legal besorgt hast, mit denen kannst du machen, was du willst. Das ist das Schöne. Du kannst die backuppen, du kannst sie auf die Festplatte laden, kannst sie auf dem PC weiterspielen und so weiter. Einfach schöne Sachen. Aber ja, wenn du einen gemoddeten DS hast, dann, also wenn du Gen 1 und 2 virtuelle Konsole hast auf dem DS, dann ist das kompatibel mit der Bank. Schwierig wird es nur mit Spielen halt, die, also ich sage es ganz allgemein, Spiele, die es auf den im DS-Store gab, die sind kompatibel, weil das sind die DS-Store-Spiele, also zum Beispiel Gen 1, 2, X, Y, Sonne, Mond, das sind alles digitale Spiele. Wenn du jetzt aber Gen 5 auf einem wenn du jetzt aber Gen 5 auf einem gemoddeten DS hast, dann ist genau genommen das nicht kompatibel, weil du kannst halt Gen 5 nicht auf einem DS haben, weil das sind Cartridge-Spiele, die gab es nie digital. Weißt du, also wenn du dich in dem Rahmen befindest, im Sinne, also wenn du in dich, warte, wie rum ist es jetzt? Weil jetzt ist nämlich hier die, hier, warte, hier ist so, und hier kann ich den nehmen. Also wenn du dich auf deinem gemoddeten DS so verhältst, als ob es halt einfach zwei Jahre früher ist, bevor der eShop zugemacht hat, wird alles funktionieren. Nur wenn du als Sachen probierst zu machen, die noch nie möglich waren, dann wird es auch heute nicht möglich sein. Aber, Sternchen-Text, alles ist möglich. Alles ist möglich. Ist doch egal, hast du auch ein Safe-Game gesichert? Das ist aber, so dürfen wir nicht denken. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ah, ist doch egal, wenn ich was überspeichere, weil ich habe ja ein Backup gemacht. Das Backup ist nur zur Not. Ich will trotzdem diese Hand so machen, dass es einfach richtig ist. Wenn ich jetzt anfange zu sagen, ah, ich habe doch ein Backup, dann kann ich mir auch den Backup verhundertfachen und einfach 100 Eier am Stück ausbrüten. Auch kacke. So, warte, aufgepasst. Wir sind bei, das war der dritte Ei. Ich soll ein Post-it auf den DS kleben, wo die Eier hin müssen. Ja, aber dann kann ich genauso gut den Post-it vergessen, drüber zu kleben. Ich glaube, dann passiert eher was, weil ich mich dann auf ein System verlasse. Wohingegen, wenn ich einfach jedes Mal kurz innehalte und nachdenke, funktioniert wahrscheinlich, ist es wahrscheinlich sicherer, als wenn ich mich auf ein System verlasse, dass ich dann irgendwann, ne, wenn ich mich darauf verlasse, dass ich Dioxus erscheinen sehe und ich werde schon merken, dass es gelb ist, dann wird es irgendwann beim 9000. Versuch so zu einer Routine, dass ich es nicht mehr merke. Verdammte Kacke, nochmal. Alles gut, alles gut, das ist nur ein Dioxus. Stellt euch vor, ich übersehe ein Manafie. Ich glaube, das Manafie kann man nicht übersehen. Ah, kein Shiny dabei. Boom. Ne. Da möchte ich sehen, wie du 100 Instanzen gleichzeitig steuerst. Ich rede nicht davon, 100 Instanzen gleichzeitig zu steuern, aber du könntest dir einfach 100 Eier machen. die unterschiedlich sind. Dann hast du sie auf einem System und dann brütest du einfach 100 Eier am Stück aus. Nicht gleichzeitig, aber nacheinander. Du kannst alles machen. Ich kenne jemanden, der das so macht. Meine Eier sind hier, ne? Hier sind meine Eier. Was sind eigentlich mit den Schritten im Connex Club? Die Schritte im Connex Club werden auch gezählt? Weiß das jemand? Werden die Schritte im Connex Club gezählt? Bin ich jetzt gerade vier Schritte gegangen? Das heißt, der Account, aber ich muss mich bewegen. Mit einem von den beiden Accounts muss ich mich bewegen. Heißt das, ich muss mich mit dem Account bewegen, der keine Eier hat? Im Connex Club nicht. Okay. Sonst hätte ich mich jedes Mal bewegen müssen mit dem DS, wo die Eier nicht sind. Damit der im Connex Club sich nicht bewegt. Okay, jetzt haben wir hier vier Eier auf Spiel A und können die ablaufen. Währenddessen wachse ich, bekomme ich jetzt kurz zwei weitere Hände und resette das Spiel unten. Das ist aber wichtiger, deswegen machen wir das zuerst. Dafür gehen wir einmal kurz sicher, dass ich hier keine Eier habe. Dann resetten wir. Dann resetten wir. Wie? Ich kann die Kamera nicht, die Kamera ist im Weg. Ich kann nicht resetten. Äh. Äh. So. Dann resetten wir, dann laufen wir hier weiter, dann laufen wir hier weiter. Test mal, ob es reicht, wenn du normal läufst ohne Rennen. Ja, ich kann ja rennen, solange ich nicht woanders... Es reicht auf jeden Fall, wenn ich nicht renne. Ich habe ja vorhin, bin ich ja kaum gerannt. Aber wenn ich gerade die Hände frei habe. Warte mal, und jetzt ist die Kombi B-Select hoch? Genau. Und dann können wir hier weiterlaufen. Dann schmeiße ich die Kamera um. Es läuft, Leute, es läuft. Gott, ich wünsche, hier im Pokémon Center gäbe es eine Stelle, wo ich einfach gegen die Wand laufen könnte. Kann man die Rolltreppe hoch und runter fahren? Es wäre geil, wenn es zählen würde. Die Kamera umwerfen gehört dazu, ja. Leute, so haben früher alle geschein gehunted, mit Kamera auf den Bildschirm gerichtet. In den Zeiten, beziehungsweise das machen viele immer noch, weil DS-Capture-Cards einfach sacken teuer sind. Ich habe damals Tutorials angeschaut, bevor ich mich dazu entschlossen habe, eine DS-Capture-Card zu holen. Wie Leute halt Tutorials dafür geben, sie haben dann so 3D-geprintete so Gestelle, wo man den DS perfekt reintut, die Kamera perfekt reintut, damit der Winkel immer perfekt ist und dann auch einen Filter drauf gelegt, damit der Glare hier weg ist und sowas. Dass du wirklich kaum merkst, dass es abgefilmt ist und sowas. Was echt cool ist. Ich meine, selbst so geht es ja. Ich meine, der Bildschirm sieht nicht so schön aus, aber man erkennt alles sehr gut. Ich meine, es ist ja, ich meine, das Schlimmste, was passiert, wenn ich einfach starte, wenn ich einfach resette, während er sagt nicht ausschalten, ist ja, dass der Spielstand kaputt geht, oder? Und wenn der Spielstand kaputt geht, fange ich ein neues Spiel an. Deswegen, eigentlich kann ja nichts passieren, wenn ich einfach resette. Aber, also, oder, das Spiel geht kaputt. Aber das Spiel kann nicht kaputt gehen, oder? Das Schlimmste, was passiert, ist doch, dass der Speicherstand kaputt geht. Das Spiel kann doch nicht kaputt gehen, wenn ich ausmache, während da steht nicht ausmachen. Ich habe es immer durchlaufen lassen, aber theoretisch macht das keine Probleme. Ja, ich meine, auf 6000 Resets gesehen sind es wahrscheinlich schon ein paar Minuten dann. So, nein. Dann laufen wir weiter. So, dann muss ich hier auf diesen dummen Pokéball drücken. Das werde ich so oft vergessen. Und dann darf ich diesmal nicht vergessen, in den Settings umzustellen. Das Schlimmste ist, dass es nicht gelöscht wird. Genau, das Schlimmste wäre, dass es nicht gelöscht ist. Aber meistens ist es ja in Pokémon-Spielen ja sogar so, dass es in der ersten Sekunde, im ersten Frame schon gelöscht wird. Und alles andere danach ist einfach nur keine Ahnung, was das Spiel da noch groß macht. Ich meine, Safe State Corruption geht ja nicht anders, dass du einfach im gleichen Frame oder so das Spiel ausmachst, während du ähm während du keine Ahnung. Äh, ich muss den Namen eingeben. Ich darf meinen Namen nicht falsch schreiben. Das würde mich so ärgern, wenn ich einen Shiny kriege auf dem Speicherstand, der der dann irgendwie Leck heißt oder so. Was ist, wenn ich hier durch A spamme, dann heißt er einfach A. Passt. Ist einfacher. So. Es macht ein Backup, um sicherzugehen, dass der Löschauftrag wirklich durchgeführt wurde. Ja, gell? Gen 3 und, ich weiß nicht, ob es in Gen 4 auch so ist, aber wahrscheinlich in Gen 3 erstellt ja irgendwie zwei Saves. Ein Backup-Safe von einem, den du gerade spielst. Und deswegen kannst du ja Safe State Corruption machen, weil du quasi nur den löscht, der frisch ist und der Backup-Safe ist dann immer noch da, wenn du schnell genug löscht. Oder schnell genug das Löschen abbrichst. In Gen 4 funktioniert wahrscheinlich genauso. Wahrscheinlich funktioniert Gen 9 sogar genauso, weil Gen 9 hat ja auch Backup-Safe. Hier, ich habe das neue Nokimon-Video gesehen, habt ihr das angeschaut? Da war auch, wo ich mir wieder dachte, aaaaaaah, machst du das jetzt nur fürs Video oder weißt du es nicht? Du musst es wissen, Nokimon. Weil am Ende, Spoiler, sorry, er verliert am Ende, nee, die, 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 die mitmacht, verliert am Ende ein Shiny. Oh, ich habe die Steuerung, ich habe die Settings nicht geändert. Und wenn du in Legends Arceus vor dem Shiny nicht speicherst, hast du immer noch den Backup-Safe. In Legends Arceus hast du immer einen Backup-Safe, der, halt, hast du immer einen Backup-Safe, der am letzten, quasi am letzten Reisepunkt war. Und somit ist es schier unmöglich, in Legends Arceus einen Shiny-Fail zu haben. Außer, stimmt, ein Kirlia hat sie gefunden. Sie hat ein Kirlia gefunden und es ist dann weggelaufen. Aber du kannst einfach den Backup-Safe, oh Gott, du kannst einfach den Backup-Safe neu laden und dann kannst du wieder zum Kirlia gehen. Aber natürlich ist es fürs Video cooler, wenn, hätte ich auch so gemacht, dass es weg ist. Es ist halt spannender. Aber eigentlich ist ein Legends Arceus Shiny nie weg. Außer das richtig krasses Pech und aber ich wüsste nicht, warum das Spiel kein Backup machen würde. Weil jedes Mal, wenn du die Karte betrittst, ist sicher, dass das Kirlia da ist. Und jedes Mal, wenn du die Karte betrittst, wird ein Safe gemacht. Die einzige Sache ist, wenn du es eben vercheckst und dann einen neuen Safe machst. Dann ist es halt überspeichert natürlich. Aber solange du das Shiny findest, sofort failst und dann Backup-Safe lädst, ist das Shiny immer da. So, dann kann ich hier weiterlaufen. Ich fand die deutsche Besetzung für das Eierschlöpfen schon immer merkwürdig. Wie? Ich weiß nicht, das wäre immer interessant nachzuschauen. Ich muss das irgendwie anders hinstellen hier. Was ist, wenn ich dich hierhin mache? Nee, dich hierhin mache und dich dahin mache? So. Es wäre immer interessant, wie das sich über die Jahre hinweg verändert hat. Weil inzwischen ist es ja auch O. Und ich glaube, ich glaube, in Gen 5 ist es schon O. So, ich kann nicht wirklich A drücken. Okay, jedes Mal, wenn ich A drücken muss, laufe ich einfach keine Mana 4 A. Dann spame ich lieber den Text weg. Und dann können wir gehen. Ist die Frage, ob vor Gen 4 oder vor Gen 5 sie immer Wie sagen? Ich glaube, in Gen 2 sagt es auch O. Warum sagen sie in Gen 4 Wie? Heißt es auf Englisch O? Oder What? Ich meine, What heißt Wie? 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 Kannst du auch direkt Start drücken, dann kriegt er auch einen Namen. Ich glaube, der heißt dann Diamant und Perl. Ja, ja, ich weiß, dass du direkt Start drücken kannst, aber da muss ich ja dran denken. Ist ja einfacher, einfach A zu spammen. Und so viel länger dauert es nicht. Wie? What the? Genau, auf Englisch steht da what the F Punkt, Punkt, Punkt und dann oder bevor das F wird noch geschrieben und dann wird der Bildschirm schwarz und das All kommt. Hallo Ultra Walk, hallo. Hallöchen zusammen bin gerade im Aldi und höre zu, nicht da und doch dabei. Einfach entspannt durch die Gänge. Dankeschön, Serotonin. Viel Erfolg im Aldi. Ab Gen 10, what the crack? What the shiny? Und da kann what the shiny verklagen. Das ist mein Name. Wo kann ich Eier auswählen? Hier, ich mach mal jetzt, ich presse, ich gehe einfach mal mit Turtwack durch, um zu schauen, ob da irgendwas anders ist. Indisches Chicken Curry Masala und dazu Leo gucken, warum nicht? Pantinos, hallo. Erstmal, wenn du schreibst, muss ich natürlich an Final Fantasy denken. Ich, äh, komm nicht dazu. Ich komm nicht dazu, Final Fantasy zu spielen. Aber ich will es eigentlich onstream durchspielen. Hab ich Draroth, hallo gesagt? Hallo, hab ich Zelda Stantress gesagt? Tschüss, 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 hallo, hallo, hallo. Kamera umwerfen, Odds sind 1 zu 2. Ich dachte gerade, es war shiny, oder? Die Tackle-Animation macht Sternchen? Wie? Vor allem, wie? Fragezeichen heißt halt, was ist halt was ganz anderes als what? Eigentlich sollte da was stehen. Was? Aber warum wie? O ist schon am besten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Gen 2 schon O hieß. Warum haben wir das geändert? Wie? Palki. Leute, ich hab bei dem ganzen Stress hier, bei dem Verwirrtsein ganz vergessen, Anubis, vielen Dank für 500 Bits. Faulgott, Dankeschön, für, du hast 5 Subs verschenkt und ich hab nix gesagt, und ich hab nix gesagt, oh, das sollte man nicht singen, böses Rammstein. Faulgott, Dankeschön für 5 Subs, oh mein Gott, hä, aber, da steht 5 Mal, ach ne, du hast, du hast gesuppt, genau, alles, alles gut. Es war nicht 5, du hast 5 Mal gesuppt, Dankeschön. Palki 12 Mal, ein Jahr. Dankeschön, Palki, für, für ein Jahr. So, warum laufe ich hier hin und her, wenn das hier viel wichtiger ist? Oh, das ist schwierig, die Shiny Hand, ey. Drarot, du bist ein Lunala. Schwierig, ey. Ich muss irgendwie die DS anders positionieren, weil manchmal brauche ich die rechte Hand, manchmal brauche ich die linke Hand. Jetzt wäre, jetzt wäre quasi das Remake gut, weil da kann man das ganze Spiel, glaube ich, mit einem, also so gut wie jedes Pokémon Spiel, kannst du mit einem, mit einem Joy-Con steuern. Was echt angenehm manchmal ist. Aber hier muss ich entweder meine linke Hand oder meine rechte Hand benutzen, je nachdem, ob ich steuern oder drücken muss. Ich bin ein bisschen überfordert. Wir verlieren nur ein bisschen Zeit. Gab es denn bei dir schon was Leckeres zu essen und wie schaut es beim Chat aus? Ich bin heute, ich versuche, beides gleichzeitig zu machen. Ich glaube, das sollten wir einfach lassen. So, jetzt können wir gehen. Ich bin heute wieder mal zu meinem Lieblings-Feinschmecker-Laden gegangen und habe mir ein Beef-Sandwich geholt. Das ist echt fett und saugut schmeckt, aber irgendwie nicht so lange satt macht, obwohl es echt fett ist. Kennst du Xenoblade Chronicles? Selbstverständlich. Ist auch eine Spielreihe, die ich gerne irgendwann mal spielen würde, aber das ist auch so ein 100-Stunden-Spiel, ne? Ich weiß nicht, wann ich das machen soll. Manafi ist so viel wichtiger. Alles bis Gen 7 ist so viel wichtiger, weil wir haben leichte Zeitprobleme. Ich finde es schlimmer, wobei, ich finde es schlimmer, nicht zu wissen, wann Bank schließt, als wenn sie sagen würden, hey, in einem Jahr. Ich glaube, wenn sie sagen würden, hey, in einem Jahr machen sie dicht, fände ich das besser, als die ganze Zeit so im Ungewissen zu sein. Wobei, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie uns mindestens ein Jahr Zeit geben. Mindestens ein halbes Jahr geben sie uns Zeit. Also, man muss einfach immer davon ausgehen, dass man ein halbes Jahr noch Zeit hat. Wir müssen einfach auf immer denken, okay, ich habe noch ein halbes Jahr Zeit. Ich habe noch ein halbes Jahr Zeit, dieses Manafi zu finden. So, jetzt lest sie mir vor, wie die Turboträter benutzen, weil ich B drücke, verdammt. Dann drücke ich halt A. Aber wenn ich A drücke, dann spreche ich Mama wieder an. Hallo, Bettenbaron. Würde eigentlich auch 5 Eier gehen? Nein, weil Gen 4 ist komisch. Und erlaubt ihr nicht, habe ich überhaupt noch Eier? Ich habe keine Eier mehr, glaube ich, hier oben. Oh, okay. So, jetzt sehen wir schön auf dem großen Screen, ob es shiny ist. Wir gehen hier auf das Wesen. Wir haben Solo, wir haben Zart, wir haben Naiv und wir haben Lush. Ja, stimmt. Das bleibt gleich, ne? Weil es ist ja das gleiche Manafi. Das bleibt gleich. Solo, Zart, Naiv und Lush. Die Reihenfolge wird sich nur die ganze Zeit ändern. Weil es Manafi ist ja das gleiche, was sich ändert, ist unser Spiel. Okay. Dann entweder ich bleibe dann hier, dass wir sehen, ich habe es schon gecheckt. Und ich spiele hier durch oder ich resette und spiele dann durch. Ich glaube, ich bleibe hier, um jederzeit zu sehen, äh, Manafi, ich muss noch resetten. Weil wenn ich hier stehe, weiß ich immer nicht, habe ich jetzt resettet oder nicht? Deswegen, ich stelle mich hier hin, gehe auf Manafi und dann weiß ich, ich muss hier noch resetten. Und ihr seht auch, wo wir gerade sind. Das ist, glaube ich, besser. Und das ist ein schöneres Bild. Und dann müssen wir hier unten. Das ist dann das Traurige, wir müssen relativ viel spielen hier unten auf dem kleinen, auf der kleinen Handycam. Wenn Sie schon ein Extradatum machen, dann ist es ja wenigstens nicht nächsten Monat. Ich meine, manche Leute haben auch Angst, dass sie einfach von heute auf morgen sagen Tschüss. Aber das glaube ich einfach nicht. Das machen sie nicht. Sie haben bisher immer, ich meine, sie haben ja extra Bank und Home aufgelistet. Warum sollten sie dann einfach uns alle verraten und einfach von heute auf morgen zumachen? Wenn Sie schon extra auflisten unter den Services, die nicht abgeschaltet werden, dann werden sie sicher uns auch eine Kulanzzeit geben, in der sie es abschalten. Also ich glaube, da müssen wir keine Sorge haben. Und ich glaube, bis jetzt war es halt immer mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht ein Jahr. Und es kann halt auch sein, dass sie einfach abwarten, bis die Zahlen von Bank weniger werden. Vielleicht sind die Zahlen noch so okay, halt Leute, die das benutzen, dass sie sich sagen, es wäre asozial, alles auszuschalten. Aber ich glaube, umso weniger es benutzen, desto eher werden sie sagen, okay, jetzt machen wir es dicht. Ich glaube nur, es wäre echt interessant zu wissen, wenn Nintendo das mal veröffentlichen würde, wie viele tatsächlich Bank im Monat benutzen. Ich weiß noch, ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat, das hat jetzt nichts damit zu tun, mit Pokémon oder so, aber ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat bei einem App-Game-Entwickler halt gearbeitet. Und die hatten eine App, ein Game auf dem Handy quasi. Und dieses Game war dann schon irgendwie fünf Jahre alt und die Überlegung war halt, die Server abzustellen, weil es keiner mehr gespielt hat. Aber zwei Leute auf der ganzen Welt haben dieses Spiel noch gespielt. Und diese zwei Leute, da konnte man auch gegeneinander spielen in dem Spiel. Und diese zwei Leute haben ständig gegeneinander gespielt und das Spiel war halt auch Pay-to-Win. die haben da monatlich tausende von Dollar reingesteckt, weil sie dieses Spiel so krass lieben. Und deswegen haben sie gesagt, ey, wir können die Server für zwei Leute online halten, weil die die Serverkosten bezahlen und sogar noch mehr. Ich wünsche, wir würden, ich meine, das macht bei Bank keinen Sinn, weil Bank inzwischen kostenlos ist. Deswegen finde ich schon krass, dass sie es überhaupt laufen lassen, weil sie nichts damit verdienen, gar nichts. Ja, das hat mir einer erzählt, mit dem wir auf Summer Breeze gegangen sind und mit dem bin ich im Auto hingefahren und während ich gefahren bin, hat er mir das erzählt, wo er arbeitet. Und das ist so das Interessanteste am Job, dass er da sieht, wer was spielt und es gibt halt, sie haben ein Spiel im Katalog, das ist immer noch online, nur wegen zwei Leuten, die regelmäßig spielen. Und die buttern da so viel Geld rein und anscheinend ist das halt einer in Dubai und das ist die Frau von einem Scheich wahrscheinlich, denkt er, vom Namen her und sowas und die hat halt, die macht halt tagsüber nichts anderes, als diese App zu spielen und buttert da das Geld einfach rein, weil sie es so liebt und dann lohnt sich das halt. Ich kann gleich direkt Bälle kaufen, ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich bin Profi. Übrigens kann ich jetzt vier hochzählen. Wir sind schon bei acht. Leute, es, es, es läuft. Warte, ich kann da direkt reingehen, so. Es sah jetzt so aus, als ob ich nicht wirklich einen Trank brauche, oder? Warum empfiehlt ihr eine Guide, einen Trank zu kaufen? Habt ihr Tränke gekauft? Ich kaufe mal, ich kaufe mal 15 Bälle. Und das Game hieß Pokémon Sonne. Nein. Hallo Aura. Ich habe zum Beispiel noch nie Bank oder Home genutzt, aus Interesse natürlich mal reingeschaut, aber nie genutzt. Ich speichere meine Pokémon lieber auf dem jeweiligen Edition. Klar. Aber ich habe gerne halt so eine Hub, wo ich die alle drin habe. Ich kann es verstehen. Es gibt ja genug Leute, die einfach jedes Spiel perfekt machen und dann macht es auch Sinn, die Spiele halt alles auf einem Spiel zu haben, was perfekt ist. Vor allem, wenn die Spiele nicht kaputt gehen können, wie Gen 1 bis 3, wo halt die Batterie leer gehen kann oder Gen 1 bis 2. Aber ich mag einfach dieses Prinzip von ich habe alles an einem Ort und vor allem dir gehören die Pokémon eher als mir. Weil wahrscheinlich steht irgendwo in den AGBs von Pokémon Home, dass die Pokémon mir nicht gehören oder sowas. Ich meine, es sind auch nur Daten. Schwierig. Ich kaufe keine, habe manchmal nur den kostenlosen Trank abgeholt, wenn ich einen brauchte vom NPC im Gras. Ah, den. Stimmt, da ist ja einer. So, das Problem ist, ich kann kaum auf meinen zweiten Bildschirm gucken, weil die Kamera davor ist. Das heißt, ich, oh Gott, das ist blöd. Ich habe jetzt schon Bock, einen zweiten DS mit Capture Card zu kaufen. Vielleicht muss ich kurz immer so machen, aber dann seht ihr nichts. Hallo, Bloody Tomek. Moment, jetzt bin ich nicht mehr im Fokus. Schwierig. Wäre es auch theoretisch möglich, Pokémon Bank durch einen DNS-Server zu ersetzen? Äh, gibt's schon. Äh, Piki, PKSM haben einen eigenen Bank-Server, aber das ist halt nicht der gleiche, ne? Du hast da keine Verbindung zu Home oder sowas. Wie komme ich hier wieder raus? Mit A komme ich hin? Ich komme aus dem Pokédex nicht mit B raus? Okay. PKSM hat einen eigenen Server, quasi wie Bank, bei dem du Pokémon storen kannst und transferieren kannst auf andere Pokémon-Spiele. Ist halt natürlich eine Drittsoftware und dafür musst du deinen DS gemoddet haben, natürlich. Ähm, das heißt, ja, es gibt eine Möglichkeit, die Pokémon zu storen, wenn Bank weg ist, aber es gibt keine, zumindest keine einfache Methode, die Pokémon von, von dem Fake Bank dann auf Home zu bringen. Möglich ist alles. Dankeschön, Oliver. Dankeschön fürs, fürs, fürs vorbeischauen. Wäre es auch theoretisch möglich, Pokémon Bank durch einen, achso, du hast schon vorher gefragt. Ähm, ja. Also, es gibt schon. Aber der hat natürlich keine offizielle Verbindung zu Pokémon Home, weil warum sollte, ne, warum sollte Nintendo oder Pokémon mit Fans eine Möglichkeit geben? Quasi, sie könnten ja PKSM anschreiben und sagen, yo, könnt, wir schalten unsere Sachen aus und ihr übernehmt es einfach, hier habt ihr die Verbindung zu Pokémon Home. Ich meine, es ist auch verständlich, dass sie es nicht machen können. Aber das wäre eine Möglichkeit. Eva, du bist ein Klick. Frage ist, was PKSM, weil die Server kosten immer irgendwas. Selbst wenn es ein Euro im Monat ist, irgendwas kostet immer ein Server. Also, aber wahrscheinlich gibt es genug Leute, die PKSM donaten und dann lohnt sich das. Also, der kleine Turd bis jetzt ist auch okay. Hätten die nicht einfach Home für 3DS noch rausbringen können als Einbahnstraße wie für Let's Go? Hätte, hätte, ne? Können sie nicht einfach eine Verbindung machen zwischen DS und Home und Switch ohne dass wir irgendeinen Server benutzen müssen? Warum gibt es keine direkte Verbindung? Ich meine, die DS kommunizieren miteinander, warum kann DS nicht mit einer Switch kommunizieren? Warum brauchen wir einen Server, der dazwischen ist? Weil es halt veraltet, dass WiFi irgendwas ist. K.A. Weil Geld. Die einzige Chance von Pokémon angeschrieben zu werden ist doch nur wenn man verklagt wird. Dann wirst du nicht angeschrieben, dann kommen die Nintendo Ninjas und klingeln bei dir vor der Tür. Ding Dong, hallo. Wir haben gehört, sie haben unser Spiel runtergeladen. Kommen sie bitte mit in den dunklen Dungeon. Also ja, wenn du halt DS-Spiele Aura-Gecko, wenn du halt DS-Spiele gerne spielst, dann macht es für dich keinen Sinn, deine Pokémon auf Haum zu packen, weil dann eine Einbahnstraße, wie du schon sagst. Mein Ziel ist es halt immer, die Pokémon auf Haum zu bringen, weil da ist meine ultimative Bibliothek. Wie viel würdest du denn für einen weiteren DS mit CC ausgeben wollen? Ich meine, es geht nicht darum, wie viel ich ausgeben will. Achso, weil du einen hast. Willst du mir deinen verkaufen? Hast du einen? Das Problem ist eher, dass der DS-Lite, den ich hier habe, zumindest vom Angebot her auf der Website, kann ich den nicht modden lassen. Kann sein, dass wenn man Murky privat anschreibt und dann sagt, hey, kannst du bitte mal vielleicht geht es dann, weil auf dem DS, auf dem Discord gibt es einen Kanal. Gibt es einen Kanal, der heißt DS-Lite-Modding oder DS-Lite-Capture-Card oder sowas. Tertweg ist fast tot, oh mein Gott. So, wir hatten 15 Bälle und das ist jetzt der fünfte Ball. Jawohl. Ich habe einen Classic. 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 Ich habe halt keinen Bock mehr noch einen DS zu kaufen. Nur damit der eine Capture-Card hat. Dann würde ich gerne diesen Light hier eine Capture-Card geben, aber ich kann auch verstehen, dass es nicht geht, weil der hat hinten schon ein Slot und da ein Slot und überall. Also vielleicht geht es gar nicht. So, wir sind auf dem Weg zu unserem dritten Tausch heute ab in den Connex-Club. Und jetzt resetten wir das Spiel hier. Und jetzt reden wir hier mit dem Connex-Club und sobald es speichert, können wir hier ins Spiel gehen. So geht das doch, so geht das doch gut. Ich glaube, beim NDS geht nur der Fette. Ja. Ich weiß nicht, ob ich einen fetten will noch zusätzlich. Dann reden wir hier. Wir sind gerade aus dem Connex-Club rausgekommen. Das heißt, wir haben immer noch frische Eier. Gehen einen Schritt speichern. Iconic, ne? Das ist richtig OG hier. Ich meine, ich finde es von der Qualität her nicht schlimm. Mein Problem ist, dass ich auf dem Ding spielen muss und ich sehe den zweiten Bildschirm nicht, weil da die Kamera ist. Ich könnte, ich könnte, also ich, ich sehe nichts. Ich sehe den zweiten Bildschirm nicht. Okay. Hier habe ich die Eier. Ich mache es mal trotzdem so. Ich gehe immer mit dem, mit dem ich keine Eier habe. Das war dumm. Fuck. Das ist zum Glück, wenn mir das passiert, dann bin ich wieder einen Schritt zu viel gegangen. Wenn mir das passiert mit dem anderen Spiel. Deswegen immer mit dem Spiel gehen, wo man keine Eier drauf hat. und ich glaube, das ist jetzt meine Regel, damit das nicht passieren kann. Hallo Demon King. Wie lange dauert es ungefähr, Pokémon Ranger durchzuspielen? Wenn du weißt, was du tun musst, schaffst du es an einem Tag, also so 10 Stunden oder sowas. Aber am ersten Mal wirst du sicher 20 Stunden brauchen. Okay. Und jetzt übertragen wir von oben nach unten. Ranger ist mega nice. Als Kind habe ich es übelst gefeiert. Mein DS nicht so. Also ich habe Ranger mit meinen, als ich das gespielt habe, das erste Mal mit meinen 33 Jahren nicht gefeiert. Die Teile danach sollen besser sein. Der erste Teil hat einfach noch zu viele unnötige Sachen. Es ist so nervig, dass wenn du halt da rumwirbelst und die Chain bricht ab, dann war es das. Dann bist du, okay, cool. Du musst, du musst der krasseste Wirbler sein. Du musst wirklich physisch dich anstrengen. Das hat mich so genervt mit der Zeit. Warum kann 3DS sich nicht mit einer Switch verbinden? Weil veraltet er infrarot technisch? Warum baut Nintendo nicht einfach ein Link-Modul, wo man per Knopfdruck hin und her wechseln kann? Also die Antwort von allem ist ganz einfach und zwar, das lohnt sich nicht. Es lohnt sich nur etwas zu machen, wenn genug... Das war jetzt falsch. Warte mal. Wo bin ich? In welchem Spiel? Warte mal, was? Hier bin ich hier. Ne, ich bin hier. Okay, stimmt schon. So. Das ist so komisch, dass ich auf die andere Seite rüber kann. Die Antwort bei sowas ist immer bei sowas, es lohnt sich nicht. Ich meine, wie viele Leute glaubst du, von all den Switch und 3DS-Nutzern benutzen Pokémon Bank? Nicht mal ein Prozent. Warum sollte Pokémon und Nintendo, weil Nintendo muss da mitspielen, wegen der Switch, warum sollten die etwas machen für nicht mal ein Prozent der Leute, was ihnen nichts bringt? Also natürlich... Also, was Nintendo und Pokémon nichts bringt. Also natürlich bringt es ihnen etwas, dass ein kleiner, kleiner Teil der Community glücklich wäre, aber 99 Prozent oder 99,9 Prozent wahrscheinlich kriegen nicht mal was davon mit und es bringt... Es ist einfach nicht rentabel für die, etwas zu entwickeln, was nicht mal ein Prozent der Welt benutzt. Deswegen, ich finde, das klingt jetzt super Fanboy-mäßig und ich bin jetzt nicht der größte Fanboy, aber ich... 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 Find's einfach krass, dass die Pokémon Bank nicht abschalten. Weil wenn man sich das überlegt, ich... Ich... Ich hab eher das Gefühl... Ich... Also ich... Ich verstehe jeden Grund, wenn die sagen, jo, wir schalten das ab, es benutzt keiner. Aber sie lassen es laufen für die paar Leute, die es benutzen. Scheinbar ist Bank-Server laufen lassen rentabler als sowas? Ja, die Server sind bestimmt nicht groß von Bank, weil das sind einfach nur Daten. Die Daten vom Spiel hast du ja auf dem DS drauf. Die Server sind einfach nur gefüllt mit Zahlen, die sagen, welches Pokémon mit welchen Stats wo liegt. Die Server sind wahrscheinlich nicht... müssen nicht riesig sein wahrscheinlich. Hey Shireen, hallo, du bist hyped auf dem Manafi-Hunt? Hyper, hyper. Ich hab gestern einen Terra-Raid gemacht und zwei der Leute hatten Pokémon, die nach einer Website benannt sind, beide Eisenhand, gleicher Name und Shiny. Ich mein, solange ihr den Raid gewonnen habt. Wenn sie dann auch noch mit diesen gecheateten Pokémon schlecht spielen, dann wär's traurig. Das und das. Man kommt schon durcheinander, welches Spiel welches ist, ey. Okay. Das ist der vierte Tausch und jetzt kann ich auf dem Kleinen hier Eier brüten. Haben verloren. Das heißt, da sind zwei Leute mit dabei mit wahrscheinlich perfekt trainierten Shinies und ihr verliert trotzdem den Raid. Das ist das Traurige daran. Und dann noch brüten, dann noch brüten, dann wieder neu anfangen, dann wieder brüten, dann wieder neu anfangen. Das tust du dir an? Das müssen wir uns antun. Manafi, das ist die einzige Möglichkeit, ein Shiny Manafi zu kriegen. Ich hoffe, das bleibt noch langes und lange so, denn ich will dieses Manafi. Ich will nicht, dass auf einmal eine Verteilung von Shiny Manafi passiert, weil dann ist automatisch mein Elan geringer, das zu machen, weil man's halt anders einfacher bekommt. So, jetzt können wir hier raus. Jetzt ist Manafi auf Spiel B. Das heißt, wir können hier rausgehen. Aber ja, es ist egal, mit welchem DS man hingeht. Im Connix-Club muss man Schritte gehen, egal mit welchem man sich bewegt. So, auf B können wir jetzt Manafi-Eier ausbrüten. Hier können wir jetzt das Spiel löschen. Die Verteilung kommt eine Woche, nachdem du deins hast. Das fände ich okay. Dann bin ich... Das ist vollkommen okay. Ich meine, auf Go wird's wahrscheinlich irgendwann verteilt. Weil wir hatten Shaman. Als nächstes wäre Shiny Manafi dran. Das wird wahrscheinlich... Warum hab ich... Was... Warum bin ich jetzt hier? Warte mal. Warum bin ich jetzt hier? Ich bin noch raus. Bin ich wieder ins Spiel gegangen? Ich trottel. Schlimm wäre es nach so 6000 Resets. Ne, ich will ja das Manafi hier holen. Ja, es wäre halt so viel nerviger, diese... das hier durchzustehen. Durchzustehen. Wenn es irgendwo leichter zu holen ist. Aber Go wäre für mich... Dann ist es nicht schlimm, weil Go hat das hässliche Go-Symbol. Das will ich gar nicht. Ich will ja schon sagen, das ist das Problem mit Jiraji. Soll ich mir Jiraji noch holen, nachdem ich das Go-Jiraji habe? Definitiv. Ich hab Nein gedrückt, Mann. Oh mein Gott, ich hab Nein gedrückt. Ich habe jetzt drei beste Kumpel in Go. Ich brauche noch sieben beste Kumpel, was mich sicher noch drei Jahre kosten wird. So selten, wie ich das Spiel spiele. Dann habe ich einen Shiny Manafi. Äh, Shiny Jiraji in Go. Hallo Sarah. Go-Pokémon sind gebranntmarkt. Ja, gebr... Ne, G ist schon G. Sehr gut. Gebranntmarkt. Grütze. Äh, äh, Gülle. Äh, nicht geil. Hallo Sarah. Schön, dass du reinschaust. Hallo. Wir sind daran, wie du vielleicht sehen kannst, ein Manafi zu finden. Wir sind schon sehr weit. Wir haben schon acht Manafis gesehen. Kann jemand den, den Prozent ausrechnen? Na, 8008 0,1% haben wir. Das klingt gar nicht so wenig, wenn man sagt 0,1%. Acht klingt weniger. Doch, 0,1% klingt sehr klein. Hallo Danu. Danu, du weißt, ne? Hast du das mitgekriegt? Ich hab's dir nicht persönlich geschrieben, ich hab's jetzt hier schon oft da gesagt. Äh, das hier ist eins von deinen Manafi Eiern, gell? 0,01%. Ne, 1% wäre 100. 0,1 ist 1000. 0,01 wäre 10.000. Oder? Und wir sind ja bei einem Tausendstel. Da sind wir bei 0,01. Ein Hundertstel wäre 0,1. Lass mich den Pokéball drücken. So. Kann man sich eigentlich shiny die Regi aus Pokémon Channel holen? Ja. Du musst nur, äh, das ist, eine genauso anstrengende Hand wie die hier. Nur, dass du nicht zwei DS-Systeme brauchst, sondern halt eine Gamecube und ein DS-System und dieses DS-System musst du die ganze Zeit auch resetten. Wenn du es legit machen willst, musst du aber das komplette Spiel, auf das du Jiraji laden willst, äh, durchspielen. Dann das Spiel löschen, das Spiel komplett wieder durchspielen, also 16 Stunden lang, dann wieder löschen, komplettes Spiel durchspielen, 16 Stunden lang, dann wieder löschen und jedes Mal schaust. Also ein Reset wäre quasi 15 Stunden lang. Aber es gibt, äh, Safe Corruption, so, wodurch du halt auch so wie hier 15 Minuten brauchst. Wobei, nee, so lange brauchst du, glaube ich, gar nicht, wenn du Safe Corruption machst, oder? da können wir hier wieder hin- und herlaufen. Wo bin ich? Warum ist das Pokémon Center in so einem schwarzen Raum, sodass man die Ränder nicht sieht vom Raum? Ich kann es absolut verstehen wegen dem Go-Symbol, es sieht einfach unperfekt aus, ja. Es wäre so schön, wenn es eine Ansicht gäbe, ohne das. Ob automatische Schritte auch zählen, also wenn du gerade aus dem Club rausgehst? Nee, es zählt nur der eine Schritt, den ich mache, um wieder mit der Person zu reden. Aber so wie Gen 4 funktioniert, grob gesagt, es gibt einen Puffer von ungefähr 500 Schritten. Und dieser Puffer ist immer plus minus 500 Schritte, das heißt, insgesamt, halt, das heißt, insgesamt wirst du niemals diesen einen Schritt aufbrauchen, weil du immer einen Puffer von 500 plus minus hast. Aber ja, dieser eine Schritt, den wir machen, der zählt. Aber er ist zum Glück nicht schlimm. Hast du vier Ranger-Teile benutzt? Ja. Du kannst das Ranger-Eye bei Ranger resetten, wenn du auch da, es gibt glaube ich eine extrem schwere Methode, bei der du auch Save Corruption machen kannst, um das Ei wiederzubekommen. Aber was du sicher machen kannst, ist einfach mit einem gemoddeten DS kannst du tatsächlich den Spielstand komplett löschen und dann ist auch die Information gelöscht, dass du das Ei schon abgeholt hast und dann kannst du es wieder abholen. Weil es ist einfach nur eine Information auf dem Spiel, dass das Ei weg ist. Aber wenn du alles löscht, ist auch die Information weg, dass es weg ist. Dann ist es wieder da. Logisch, oder? Olli ist im Lörk, man, äh, happens. Also wie, wenn ich es von der Gamecube auf mein GBA-Modul lade, kann es schon die Wahrscheinlichkeit für Shiny bekommen. Genau. Oder ist es sogar im Spielstand von Shell bereits verankert. Nee, 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 im Channel kann es nicht Shiny sein, da gibt es keine Shinies. Aber du kannst das Jiraji übertragen auf dein DS-Spiel, äh, auf dein Gen 3-Spiel. Und dann, ja, kann es mit der Wahrscheinlichkeit von 1 zu 8000 Shiny sein. Aber du kannst halt nur ein Jiraji pro Spielstand auf dein GBA-Spiel übertragen. Weswegen du das Spiel immer wieder neu starten. Du brauchst immer wieder einen frischen Spielstand, um das Jiraji empfangen zu können. Im Safe-State-Cheat-Modul, genau, du könntest auch ein Safe-State machen, ein Hard-Safe quasi machen, bevor du das Ranger-Ei abholst. Und dann ist quasi auf dem Speicherstand füllt man ein Ranger-Ei drauf. Alles geht, wenn man cheatet. Vor kurzem wir hast einen auf Twitch gesehen, der Jiraji gedroppt hat. Meinst du den Hylien, 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 irgendwas? Der hat letztens auf Twitter gezeigt, dass er das Jiraji gefunden hat. Ja, genau. Ja. Ich würde trotzdem sagen, dass man Nuffy anstrengender ist, weil, naja, wir müssen halt weit spielen. und das Ranger-Ding davor muss man auch erstmal gemacht haben. Hallo JP. Aber man muss auch Channel durchgespielt haben. Aber Channel ist um einiges besser, finde ich, als Ranger. Channel ist zwar kein wirkliches Spiel, aber ich finde es interessanter und lustiger, Channel zu spielen. Danu, du bist ein Fluet. das ist ein Manafee hier. Kann man von Channel auch auf einen DS tauschen, wenn da drin die GBS-Karte drin ist. Gehen tut alles, aber offiziell geht das, glaube ich, nicht, weil der DS, wenn wir den hier umdrehen, wobei das da vielleicht geht das. Geht das? Es fehlen aber die Dinger hier. Also das ist ja der gleiche Anschluss, oder? Nee, das ist auch nicht der gleiche Anschluss. Nee, nee, nee. Nee, das geht nicht. Du müsstest, du musst ja dieses, du musst dieses GBA auf Gamecube Ding anstecken und das kriegst du an den Light nicht dran. Ich glaube nicht, dass es geht. Das ist ein anderer Anschluss, ja. Du brauchst ein GBA. Passend zu deinem Video habe ich gerade random in Gen 4 den Pokeros erhalten. Ernsthaft? Du wolltest einfach nur einen Finsterstein in der bizarre Höhle holen und danach im Pokémon Center wurde ich drauf angesprochen. Dein Ernst? Und ich sage in meinem Video so, 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 abgehoben so, keiner von euch wird jemals den Pokeros holen. Es ist so unfassbar selten und schon sagen mir drei Leute, dass sie einen Pokeros haben. Wo kriegt ihr diesen Pokeros her? So viel Glück. 21.800 ist die Chance. Dann hätte ich hier nur eins kaufen müssen. Merkt euch das. Wenn euer DS gemoddet ist, könnt ihr buchstäblich alles machen. Du hättest dir auch gar keins holen müssen, wenn wir so reden, ne? Aber ich werde euch immer ja zuerst ich werde euch immer nur zuerst den legiten offiziellen Weg sagen. Aber gehen tut und buchstäblich alles. Touché. Ich spiele gerade mit zwei Controllern gleichzeitig. Ich spiele mit zwei DS gleichzeitig. Also ja. JP, du bist ein Knarxel. Hatte damals auf SS den Pokeros bekommen. Lind hat mich sogar angerufen. Ja, in Gen 2 ruft er dich an, der Professor. Aber woher weiß der das? Was hat der für Spionage Material, dass der uns einfach so anrufen kann, weil er weiß, wie unsere Pokémon, ob die eine Krankheit haben? Multitasking Ahoy. Ja, es ist relativ schwierig. Vor allem, weil hier ist eine Kamera im Weg. Überwachung, Start, IOTO. Das ist übrigens aber tatsächlich komplett Fire, Pokémon Box, Rubin Saphir, das war eine Mega-Software ohne Einbahnstraßensystem. Solange du dich auf einem System befindest, hast du nie Einbahnstraßensystem. Du hast nur das Einbahnstraßensystem, sobald du eine Gen verlässt, ein komplettes System verlässt. Was halt auch irgendwie verständlich ist, weil halt Gens immer neue Sachen eingeführt haben, das heißt, sie, naja, Sachen sind neu und sie sagen halt, okay, du kannst dein Pokémon hoch transferieren und dann verändert sich das Pokémon. Aber es ist ja auch verständlich, dass sie sagen, hey, aber wenn du es zurück tun möchtest, geht nicht, weil wir können nicht das Pokémon wieder ins andere System umwandeln. Ich meine, inzwischen geht es ja. Gen 9 ist die erste 9, die das zulässt. Vor Gen 9 konnte man niemals zurück transferieren, immer nur hoch. Und Gen 9 lässt das erste Mal zu, dass wir auf Gen 8 übertragen. Lind riecht den Pokéos Kilometer weit. Alter, NPCs stehen im Weg. Aura Gecko, man kann auch in Pokémon Box Shiny hunden. Die Eier, die du bekommst als Belohnung, zum Beispiel 1.420, glaube ich. Bei 1.420 bekommst du ein Pichu zum Beispiel. Das ist die letzte Belohnung. Wir haben die Manafi Eier. Lush, naiv, Solo und zart. Kein Shiny. Dann können wir jetzt wieder hier hingehen. Ähm, plus 4. Mann, bin ich langsam. Lind ist schuld an der Pandemie, Pokéos. Hey, hey, hey. Der Pokéos ist lieb, der Pokéos ist gut. Kann Marafi nur mit einem Wesen Shiny sein? Ne, ich lese das Wesen nur vor, um sicher zu gehen, dass wir uns alle 4 anschauen. Blade, Sasuke, du bist ein Xatu. Ah, ich seh nix. Zum Glück hab ich einen DS in meiner Hand. La-di-da. Wie dem auch sei, gehen wir rein. Okay, wir gehen rein. Ich will wissen, wie das aussieht. Kamera. Ich muss noch zuschauen und lernen. Schwer ist es nicht, vom Verständnis her. Hast du noch irgendwelche Fragen? Das Problem ist eher, dass die Hand-Augen-Koordinationen, zwischen einer Kamera und zwei DS-Systemen. Nein. Ja, stimmt irgendwie, von GbA auf DS war ja schon Einbahn. Trotzdem, ich liebe Pokémon Box als Offline-Lagesystem. Warum heute nicht so? Ich würde mir lieber eine Software komplett kaufen und offline meine Pokémon managen wollen, als das über einen Aboservice rein digital. Ja, aber ist es nicht auch angenehm zu wissen, dass egal, was mit meiner Switch passiert, egal, was mit meinem Spiel passiert, weil Carmesin zum Beispiel, viele Leute haben schon kaputte Speicherstände und haben hunderte von Shinies verloren, einfach weil der Speicherstand kaputt gegangen ist. Und klar kannst du jetzt sagen, ja scheiß Pokémon, dann sollen sie das halt besser machen. aber du hast halt bei Home einfach alles digital in einer Cloud gespeichert. Selbst wenn deren Server down gehen, selbst wenn irgendwas kaputt geht, ein Speicherstand kaputt geht bei dir, haben die tausend Backup-Server, sodass deine Pokémon auf Home niemals verloren gehen. Wenn deine Memory Card irgendwann aufhört zu funktionieren, was auch einfach nur eine Memory Card ist, dann ist dein Box kaputt, leer. Wenn deine Box CD irgendwann nicht mehr geht, musst du dir eine neue für 200 Euro kaufen, weil Box so unverständlich teuer ist. Es ist halt einfach das Sicherere, solange du kein Magnetband benutzt, was irgendwie die sicherste Methode ist, um Daten zu sichern, aber Magnetband sind so riesige Disketten quasi, solange du nicht sowas benutzt, ist glaube ich online in der Cloud immer noch das sicherste System, vor allem wenn es sowas banales ist wie Pokémon. Wir reden ja nicht von Bildern, die gehackt werden oder wo irgendwelche Hacker sich reinhacken oder sowas, um irgendwas davon zu haben. Das wäre krass so, 2025, der große Pokémon Home Hack. Hacker betreten Pokémon Bank, betreten Pokémon Home und löschen Millionen von Pokémon. Pokémon äußert sich zu dem Skandal We're sorry. Upsi. Halt. Warte aber deine Grafik dazu, schon ganz gut erklärend. Okay. Es ist aber dreist, das über einen Aboservice zu machen, aber du musst es über einen Aboservice machen, weil Server. Weil Server. Und vor allem, wir reden von einem Aboservice bei Bank, hat der irgendwie 7 Euro im Jahr gekostet und Home kostet, ich glaube jetzt 16 Euro im Jahr. Also wir reden ja von einem Aboservice, der nichts ist im Vergleich zu all den anderen Aboservices, die wir verständlich dauernd kaufen. Jeder wird entschädigt mit 100.000 Euro, genau das passiert dann. Der Preis ist fein, je nachdem wie viel du benutzt halt. Und ich benutze halt Home und Bank sacken viel. Ich habe 150 Spielstunden in Home, glaube ich. Deswegen ja, für mich ist das definitiv, lohnt sich das. Aber für andere, die halt einmal im Jahr Pokémon spielen, lohnt sich das halt nicht. Deswegen frage ich mich immer noch, was passiert, wenn man Home nicht mehr zahlt. Wie lang habe ich Kulanz, bis die meine Pokémon löschen in der Bank, in Home? Wenn ich nicht mehr dafür zahle. Jetzt müssen wir irgendwann, irgendjemand hat mal gesagt ein Jahr, jemand anders hat gesagt einen Monat. Ich glaube, es ist ein Jahr. Irgendwo muss das, glaube ich, auch stehen. Oder man könnte Pokémon mal fragen. Und ich habe dann alle Shinies auf Pokémon Schwert aware. Aware? Fast Guy hat zum Beispiel, ah ne, Stabilo war das. Ne, Fast Guy, ne, Stabilo war das. Nee. Fast Guy oder Stabilo? Fast Guy, du hast nicht 200 Shinies auf Schwert und Schild verloren, oder? Stabilo war das. Ne, du warst es. Wer war's? Hallo, Roter J. Ich denke, die werden gar nicht gelöscht. Wenn die nicht gelöscht werden, ist es unlogisch, dass ich dafür zahlen muss. Ach komm, mach doch keinen Volltreffer jetzt. Wenn die nicht gelöscht werden, dann könnte ich ja einfach immer nur dann ein Abo abschließen, wenn ich es brauche. Warum sollten die umsonst meine 6000 Pokémon storen und die Server-Kapazität dadurch belasten, wenn ich nicht dafür zahle. 100%ig wird nach einem Jahr, zwei Jahren, keine Ahnung, meine Infos gelöscht. Weil du kannst ja nicht verlangen, wenn es einen Abo-Service gibt, dass die meine Daten storen für umsonst. Damit du nochmal Geld reinsteckst, um die zurückzubekommen. Ja, aber wenn sie sagen, sie löschen es nach einem Jahr, dann muss ich das einmal im Jahr machen. die würden viel mehr verdienen, wenn sie sagen, sie löschen es nach drei Monaten. Gibt YouTube, die geben das echt als Tipp zum Geld sparen. Die sagen, dass man Pokémon Home einfach, wenn man es nicht benutzt, deabonnieren soll. Haben die in den Videos erwähnt, wie lange die, es kann nicht sein, dass die das für immer storen. Das kann nicht sein. Das wäre wie wenn Google Drive, du legst alles, was du hast auf Google Drive, deinen kompletten PC-Inhalt, zahlst einmal 30 Euro, 100 Euro, dann hast du deinen kompletten PC-Inhalt auf Google Drive gelegt und dann wird es nicht gelöscht. Das kann nicht sein. Klar, das sind um einiges mehr Daten als jetzt Pokémon Home Daten, aber ich will dauernd fliehen. Willst du es mal testen? Nein. Wenn du alle 8192 Versuche brauchst und für jeden insgesamt 15 Minuten brauchst, dauert es 512 Stunden, was ganze 21.000 Tage sind. 21 Tage sind. Ja. Gut ausgerechnet, aber es sind mehr als 15 Minuten, glaube ich. Habe ich schon 5? Oh nein. Wozu zahlen, wenn du es nicht benutzt? Ich benutze es aber. Ich benutze Pokémon Home, sobald ich meine Pokémon dort drauf lade. Ob ich sie jetzt hin und her mache die ganze Zeit, ist zwar noch mehr benutzen, aber ich benutze es, sobald ich meine Pokémon da drauf habe, ist es quasi ein Bankschließfach, das du gekauft hast. Du musst ja auch für ein Bankschließfach zahlen, obwohl du nicht einmal im Monat hingehst und guckst, was du da drin hast. Es ist ja ein Schließfach, du musst für ein Schließfach zahlen, auch wenn du es nicht aufmachst. Aber es kann sein, dass es halt so gering, so günstig ist, dass das denen egal ist. Klar kann es sein, aber es ist trotzdem vom Prinzip her wäre es unlogisch. Merock, du bist ein Flamping Young, was wir heute schon hatten. Du musst auch fürs Gym zahlen, auch wenn du nicht hingehst, genau. Du schreibst eine Mail denen, Retro schreibt eine Mail. Achtung, Pokémon gibt euch acht. Jetzt kommt die Mail. Ne gut, mach das, mach das. Interessiert mich. Machst du ein Tutorial zu der Shiny Hand Methode? Sobald ich das Shiny habe, ja. Pokémon.com Support gibt keine Angabe, wenn sie löschen, nur dass du bis du wieder zahlst keinen Zugriff drauf hast. Ja. Irgendwann und seien es 30 Jahre müssen sie es löschen, glaube ich. Aber ach, das war zu viel. Ich habe schon, ich habe schon, ich habe schon. wenn du mehr als 30 Pokémon in Pokémon Home lagerst. Ja, das ist Linky, das weiß ich alles. Das weiß ich alles. Kann trotzdem sein, dass, wenn man die persönlich anschreibt, so wie Retro das jetzt macht, kann trotzdem sein, dass sie dann eine Antwort geben, wie maximal drei Jahre oder sowas. Über irgendeinen Max muss es geben. Okay, wir sind hier fertig. Wir sind hier. Das heißt, wir können jetzt hier mit dem Konnex Club reden. Und jetzt kann ich hier, welche Kombi ist es? die da. Boom. Und jetzt nicht den Spielstand löschen. Das hätte ich jetzt nämlich fast gemacht. Ich glaube nicht, dass sie dich anschreiben. Ich habe nicht das Gefühl, dass Pokémon mich anschreibt, wenn meine Pokémon Homebox gelöscht wird. So irgendwie komische E-Mail. Maybe. So, jetzt können wir mal eine Zeit vielleicht, aber das ist so eine lange Zeit, dass es eigentlich reicht auf die Uhr zu schauen. Die Frage ist, ab wann ist die, ab wann ist Stichpunkt, ab wann beginnt der Reset? Eigentlich ab immer. Gut, wir schauen mal auf die Uhr. 17 Uhr, warte, 17 Uhr 5 wahrscheinlich. Ich würde mal sagen, sobald wir den Konnex Club beide betreten. Ich sage mal 17 Uhr 5. Die Eier sind gerade da, das heißt, ich gehe mit ihm. Aber ja, versteht noch irgendjemand nicht, was wir hier machen? Warum? Benutze ich zwei Systeme und sowas? Ich erkläre das gerne, aber es ist relativ kompliziert. Also, wie es geht, sieht man ja, aber warum ist die große Frage, oder? Warum sind nicht hier die Eier? Sollen die Eier nicht hier sein? Ah ne, die Eier sind hier, stimmt. Hier tauschen und dann hier unten. Bam, bam. das ist eigentlich die größte Angst, den falschen Spielstand zu löschen, den falschen Spielstand zu löschen oder den Spielstand nicht zu resetten, damit die Eier wieder da sind und nicht die Manaphis. Wir haben 18 Uhr, nee, wir haben 17 17 Uhr 5. Don't assume where I live. Nimm nicht an, dass ich da bin, wo du bist. Vielleicht bin ich auf der anderen Seite der Welt. Dann wäre es hier aber nicht 17 Uhr. Wenn ich mir nun Ranger auf einem gemoddeten 3DS runterlade, habe ich dann auch das Manaphie bestimmt nicht, da es nur auf der physischen Karte ist, oder? Doch, hast du da auch drauf. Du lädst ja ein Beziehungsweise es kommt drauf an Nee. Das Problem ist, legal geht das nicht, Azrael. Außer du hast einen Ranger. Und da das nicht legal ist, kann ich dir nicht sagen, ob das funktioniert, weil das wäre böse, böse, böse. Macht das nicht. Tauschen. Du willst dann nicht die Pokémon Company in das Licht führen. verraten. You wouldn't steal a car. You wouldn't download a child. Nee, was? Hast du das Shiny NT schon gefunden? Nein. Genau, wir resetten nicht das Manaphie, wir resetten uns. Genau. Wie gesagt, bei mir auch noch 108,87 außerhalb der Standardbox und ich habe es bestimmt seit vier Jahren nicht mehr abonniert. Ja, und das nächste Mal, wenn du abonnierst, ist alles gelöscht. Kümmer dich gut um. Ei. Carmine, Dankeschön für sechs Monate. Dankeschön. Moment. Stimmt schon, ne? Ja. Cool, ich habe Nein gedrückt. Ja, ja, Gekko, ja, we know, we know, es gibt kein offizielles Statement dazu, deswegen will ja Retro die anschreiben. Einfach nicht das Abo beenden, Leute. Schenkt doch Pokémon ein bisschen Geld. Warum wollt ihr Pokémon nicht bezahlen? Dafür, dass sie großartig sind. Mir ist nichts klar, aber was ist deine Lieblings-Osterei-Farbe? Äh, Hautfarbe. Frisch, wie sie aus dem Hühnchen rauskommen. Noch ein bisschen Kalk dran. Ist das Kalk? Äh. Wie heißt es? Magnesium. Magnesium. Mit noch ein bisschen Magnesium dran. Und Tiny, du bist ein äh, Viscargon. Viscogon? Viscargon. Tom, 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 du bist ein Hopspross. Wir lassen uns hier echt Zeit. So, jetzt übertragen wir die Eier, die alle eine gewisse ID haben, auf einen neuen Spielstand gerade. Dieser neue Spielstand hat eine neue ID. Und wenn ID vom Spielstand, jetzt ganz grob gesagt, wenn ID vom Spielstand und ID vom Manafi übereinstimmen, ist es shiny. Das heißt, wir resetten, wir resetten so lange unsere ID, bis sie übereinstimmt mit der ID vom Manafi, was zu einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 8192 funktioniert, beziehungsweise eins weniger, glaube ich. Müssten wir nicht sagen, 8191? Weil eine ID ist gelockt, und das ist die, auf die ich das erste Mal das Ei übertragen habe. Oder bleibt die nicht lockt, sobald man es überträgt? Doch, die bleibt im Ei lockt, oder? Ist es dann nicht eins weniger eigentlich? Oder wie rechnen wir das aus? Es ist ja eigentlich 3 zu 3 zu 24.000 und somit 1 zu 8.000. So, wo sind jetzt meine Eier? Hier. Kann man die ID ist irgendwo einsehen? Nur wenn du mit Drittsoftware reinschaust ins Spiel. Hier sind die Eier. Hier können wir laufen gehen. Und in dieses Spiel müssen wir jetzt löschen. Und das machen wir inzwischen, weiß ich es, mit Alt Select, Alt Select, Steuerung, T. Und wieder habe ich Nein gedrückt. Dieser Text, der beim Löschen erscheint, ist so seltsam. Der geht manchmal, der geht erstmal so langsam. Natürlich, um sicher zu gehen, dass man nichts irgendwie aus Versehen löscht. Aber dann auf einmal, zack, bumm. Ja, nein. Ja, bitte. Werden die Daten gelöscht, kannst du sie nicht mehr wiederherstellen. Das ist der Sinn davon. Trotzdem löschen. Ja. Ah, okay. Und dann können wir hier laufen gehen. Aber du hast ja die Chance, die gelockte ID wiederzubekommen. Eben. Das heißt, es sollte doch zumindest 3 zu 6 und 3 zu 25.000 minus 1 sein, oder? Weil es gibt an die 26.000 verschiedene IDs. Dass sie übereinstimmt, ist 3 zu. Aber es ist eine ID weniger. Somit aufgerundet bleibt es bei 8.192 wahrscheinlich. Oder abgerundet, aufgerundet. Aber streng genommen ist es halt eine ID weniger, die stimmen kann. Der Text ist tatsächlich die Textgeschwindigkeit 1. Ja, um einfach sicher zu gehen, dass man ja nicht aus Versehen den Spielstand löscht. Weil man aus Versehen B-Select und hochgedrückt hat. Und man kennt es, der kleine Bruder. Ich meine, deswegen haben die das gemacht. Zu viele Beschwerden. Von enttäuschten Spielern, dessen kleines Geschwisterlein auf ein neues Spiel gedrückt hat. Ist es nicht eine ID weniger, die das Ei erhält und somit irrelevant für die ID des Spielers? Ist es nicht eine ID weniger, die das Ei erhält und somit irrelevant für die ID des Spielers? Ach Gott, jetzt muss ich hier... Gott, wenn man sich hier drin verirrt, ist es ja schrecklich. Bitte berühr die Schaltfläche, mach ich doch! Das verstehe ich nicht so ganz. Ist es nicht eine ID weniger, die das Ei erhält und somit irrelevant für die ID ist? Oh Gott, ich hasse den Anfang von dem Spiel. Warum muss ich diesen dummen Pokéball drücken? Ach, jetzt. Wie? Scheine ich mal noch wie? Genau, die ID vom Ei bleibt immer gleich. Und wir müssen doch die eine ID treffen. Also 1 zu 8192, weil es gibt, jetzt grob gesagt, 8192 verschiedene IDs. Da aber die ID gelockt ist von dem Spiel, wo ich das erste Mal war, ist es 8191. Oder? Nein, ich heiße Lee. Oh Gott. Leo, wir fahren nach Lodsch. Du resettest die Spieler-ID, selbst wenn ein Spieler-ID gelockt wäre, würde das an der Chance nichts ändern, dass du die richtige ID hittest, oder? Doch, weil eine von den IDs gelockt ist. Wenn die Chance 1 zu 1000 ist, weil es 1000 verschiedene Zahlen gibt, aber die 999 ist falsch, dann ist die Chance nicht 1 zu 1000, sondern 1 zu 999. Genau, das ist ein blödes Beispiel jetzt, aber 1, halt 1 weniger. Du kannst ja auch die als selbe ID haben wie davor. Ja eben. Und die würde nicht, achso. Warte. Und die zählt nicht. Ah, so wie alle anderen auch nicht zählen, zählt die ja auch nicht. Oh, ihr habt vollkommen recht. Weil, okay, totaler Denkfehler. Weil die, ist ja egal, ob ich die ID treffe oder nicht. Ob ich jetzt die ID von vorher treffe oder eine neue ID, ist ja egal. Es ist ja eh nicht die richtige. Ihr habt vollkommen recht. Es stimmt, natürlich. Gut, dass wir drüber geredet haben. Hallo, Maori. Für weniger Verwirrung zwecks Tauschhandel könntest du dich auch Leo 2 nennen. Oh, Gecko, was denn das für ein Vorschlag? Oh, nee, raus, raus, raus. Glaubst du, ich will ein Manafi in Shiny, das Leo 2 heißt? Dann könnte ich mich auch AAA nennen und müsste nicht jedes Mal mir Mühe geben, den richtigen Namen einzugeben. Mein Manafi muss doch die OT Leo haben. Sonst ist doch alles umsonst gewesen. Wir können uns die Mühe machen und sagen, wir nennen es Leo Perle und Leo Diamant, damit wir danach wissen, damit wir für immer wissen, auf welchem Spielstand das Manafi gefunden wurde. Weil die Information sieht man in Home nicht. Ich meine, wir können uns auch überlegen, ob das Manafi einen Spitznamen bekommt. Sowas wie die türkise Perle. Kann jetzt doch Kristall spielen und Celebi hunten, da ich mir nun endlich den Pokémover holen kann. Nice. Hab gerade mal die TS von Home überflogen, da findet man auch keine Zahlen dazu, aber gut, habe ja Mail geschrieben. Ich bin gespannt, ob sie auch nur sagen für immer oder ob sie nichts sagen. Oder wahrscheinlich antworten sie nicht mal. Gibt auch mit Sicherheit einen Trick, um seine OT zu ändern, wie in den alten Games. Ja, es gibt Arbitrary Code Execution in Gen 4. Das ist aber um einige schwerer, glaube ich, als in Gen 3, wo das ja mit dem Pomeglitch zum Beispiel gehen würde. Und zusätzlich müsstest du aber dann natürlich noch rausfinden, was die Manafi Eier für eine ID haben. Und dann kannst du rausfinden, welche ID du brauchst, damit das Manafi bei dir shiny ist. Und nachdem wir all das gemacht haben, haben wir schon so viel in den Code eingegriffen und nachgeguckt, dass ich mir auch einfach ein Manafi selber machen könnte. Wo bleibt da der Spaß? Genau. Warum ist Kappa auf meiner Blacklist? Weil Leute es zu viel benutzen, die nicht wissen, wie man Sarkasmus benutzt. Im deutschen Bereich, ich finde, Amerika oder der internationale englische Bereich auf Twitch hat nicht das Problem. Zumindest fällt es mir da nie negativ auf. Aber im deutschen Bereich, die Leute schmeißen mit diesem elendigen Kappa um sich rum, als ob es ein Smiley wäre. Und es ist halt kein Smiley. 90% der Leute benutzen Kappa falsch und dann Bunnies lieber, als die ganze Zeit getriggert zu werden von dem dummen Emote. Außerdem gibt es Kappa in verschiedenen Versionen. Du kannst immer noch andere Kappas benutzen. Maori, du bist ein Urhafnir. Und Happens, du bist ein Tukanon Trompek. Was war eher da, das Manafi oder das Ei? Ich bin ja so ein kleiner, sowas wie Buja. Nein, wir nennen das nicht Buja. Oh mein Gott, Eva weiß zu viel von mir. Wir nennen nicht das Manafi Buja. Lass mein Magianer Trauma in Frieden. Gerade wenn man von Fan von Instagram und Social Stream ist. Ja, erklär. Es ist wirklich komplett anders. Es ist wirklich einfach, du merkst einfach den Unterschied zwischen der Deutschen. Es ist klar, dass jede Sprache anders funktioniert auch. Du merkst halt wirklich den Unterschied zwischen einem deutschen Chat und einem englischen Chat. Aber allgemein gibt es natürlich auch im Englischen viele verschiedene Chats. Trollige Chats, toxische Chats, liebevolle Chats, Chats bei denen nur mit Emotes geredet wird und sowas. Allgemein im deutschen Bereich ist es glaube ich eher selten, dass man, ich sehe nichts, dass man, weiß nicht, dass man coole Emotes benutzt. Ich glaube das ist Ei, oder? Weil es aus dem Meerwasser geboren ist, oder nicht? Dann wäre aber Fion zuerst. Oh stimmt, das Ei, man, noch viel Ei. Aber ne. Also übrigens, kleiner besserwisser Leo hier, Deutsch. Auf die Frage, was kam zuerst, das Ei oder das Huhn, gibt es eine eindeutige Antwort. Ich meine, ich verstehe das Sprichwort dahinter. Was kam zuerst, das Ei oder das Hühnchen und so. Aber die Antwort ist, das Ei. Das Ei kam zuerst. Gelegt von einem prähistorischen Hühnchen. Mich hat es damals, diese Information hat mich damals, so logisch. Aber jedes Mal, wenn ich das erzähle, ist jeder so, okay und jetzt? Boring. Das Manafi kam zuerst. Genau, ne, nach der Logik ist das Manafi Ei zuerst. Gelegt von einem Arceus, Mew, keine Ahnung. Habe noch nie gesehen, dass ein Ei gekommen ist. Ergo war als erstes Huhn. Was? Hä? Habe noch nie gesehen, dass ein Ei gekommen ist. Ergo war als erstes... Achso. Boah. Buh. Cancel. Maori. Das Ei war einfach da. Beim Huhn ist das klar, aber bei Manafi finde ich das viel witziger, wegen dem Fion. Ja, ne, weil es ist halt auch das große Rätsel, ne. Warum ist Manafi aus einem Ei, aber dann Manafi legt Fions als Eier? Das heißt, irgendetwas muss dieses Manafi Ei erschaffen haben. Sowas wie Mew oder Arceus. Lucy, du bist ein Koranoss-Paar. Und wir haben eine Fusion. Warte, zuerst schauen wir nach, ob eins unserer Shinies Manafi ist. Wir haben... Nummer 13. Nicht shiny. Nummer 14. Nicht shiny. Nummer 15. Nicht shiny. Und Nummer 16. Nicht shiny. Kai Ogre hat das Ei gelegt. Warte, wir haben eine Fusion von Maure Dieven. Bitte. Manafi legen zu 99,9% Fion-Eier und unter 8 Milliarden ist ein Manafi Ei. Was ist das? Oh mein Gott, hast du Potrott und Miltank gemacht? Golden Cow. It's Cow-Gott. Oder ist das... Das muss... Das ist... Oder? Das ist Potrott. Potrott hat solche Augen und ist gelb. I, mach es weg. Ich mag es. Ein Potank. Ein Milrott. Ich finde es auch okay. Ich finde es ganz cool eigentlich. Man könnte auch denken, es ist ein Ditto wegen den Augen. Aber es ist Potrott. Manafi ist wie die Ameisenkönigin. Aber irgendjemand muss die Ameisenkönigin auch legen. Was glaube ich nur passiert, wenn die Königin drauf geht? Oder wenn die Königin merkt, dass sie stirbt, legt sie eine weitere Königin? Wie wird eine weitere Königin gelegt? Was? Ich wollte fragen, ob es für dich in Ordnung wäre, dass ich ein Video abspielen lasse, während meines Streams, da ich für ca. 10-20 Minuten kurz nicht anwesend wäre und noch neu bin und somit kein Upload hätte. Warte. Fragst du gerade, ob du eins meiner Videos abspielen kannst? Oder ob du allgemein ein Video abspielen kannst? Du musst es genau. Was ist deine Absicht, Semi? Ich verstehe nicht genau, was... was der Plan ist. Warum willst du was? Da ich für ca. 10-20 Minuten kurz nicht anwesend wäre und noch neu bin und somit kein Upload hätte. Was? Ein Video von mir? Das steht da nicht. Vielleicht meint auch einfach irgendein Video, so Daily Dose of Internet, während man nicht da ist. Also zu allem Ja, egal was du meinst, Ja. Aber ich würde gerne verstehen, was du genau meinst, dann können wir besser drüber reden. Was kam zuerst, das Arceus oder das Arceus Eye? Das Arceus Eye gelegt von Mew. Oder erschaffen von Mew. Ah, du hast ihn gefragt. Ah, da war ich noch nicht. Ein Video von mir. Es wäre ein Video von dir, das ist auch eine unverständliche Frage. Äh, klar kannst du ein Video von mir abspielen. Solange sichtbar ist, dass das Video von mir ist. Also zum Beispiel indem du... Mach nicht Vollbildmodus, sondern lass halt den YouTube-Screen so dastehen, sodass man sieht, dass es auf meinem Kanal läuft. Weißt du, was ich mein? Äh, Maori einfach... Äh, Edition, Edition, Exclusive Pokémon. Exclusive Pokémon Edition Version 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 Exclusive Pokémon. Nein, du musst verhungern. Den Legenden war Arceus zuerst da. Demnach dürfte Mew erst dann erschaffen von Raum und Zeit geboren worden sein. Ne, 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 Arceus wurde von Mew gelegt. Arceus war nicht zuerst da. Mew war zuerst da. Oder bringe ich es wieder durcheinander? Mew hat Arceus gelegt. Deswegen ist ja die Frage, was ist das erste Pokémon? Bizarzam, Mew, Rizeros oder Arceus? Welche offizielle Pokémon-Legende besagt dies? Keine, ich kenne mich nicht aus. Das sage ich. Welchen Legenden, von welchen Legenden redest du denn? Barsch war ein Shiny Platin? I sold my mom. Dafür hast du deine Mom versold. Um ein Barschwein-Platin zu finden. Mein Platin-Platin. Das heißt, du bist... Wo ist Barschwein-Platin? Wie findet man Barschwein-Platin überhaupt? Hecker, danke schön für deinen Prime. So, ich muss den hier ein bisschen in die Hand nehmen, weil ich es sehe, nicht... Wo kommt das Prä-Storische Huhn her? Im Endeffekt war das Wesen zuerst da, denn alles entstand ursprünglich bakteriell aus dem Meer und da stand jetzt mal davon auch... Ja, ganz ursprünglich sind wir alles einfach nur Einzeller. Und durch Evolution sind es verschiedene Wesen geworden. Aber wenn du fragst, woher das... Ist der nicht im Ball drin geblieben? Aber wenn du fragst, woher das Huhn kommt, das wir heute Huhn nennen, dann aus einem Ei, das ein prähistorisches Huhn gelegt hat. Und das kommt aus einem Ei, das ein Huhn da vorgelegt hat, das man noch anders nennt. Und das kommt wahrscheinlich von einem Dino und das kommt von einem anderen Dino und das kommt von einem Fisch. Das kommt von einem Bakterium und das kommt von einem Eizeller und was nicht alles. Und irgendwann hat Jesus alles erschaffen. Und ich meine den aus Pokémon Schwarz-Weiß. Heggard, dankeschön für deinen drei Monate Prime. Im Kraterberg auch an random Stellen war ein Krampf, aber hat sich gelohnt, sie zu verkaufen. GG, nice. Hallo Prani. Hey, bei einem Life of Brain habe ich was anderes gelernt. Stimmt. Ich nehme alles zurück. Wir sind ursprünglich keine Eizeller. Wir haben uns aus ursprünglichen Eizellern entwickelt. Korrekte Semantik ist wichtig. Okay. Komm, wir essen, Mama. Komm, wir essen, Mama. Oder Oma. JJ, du bist ein sogenanntes... Guck mal da. Es kann nicht urplötzlich unser Huhn aus einem Prä-Social-Ei geschlüpft sein. Doch, wenn wir davon ausgehen, dass Menschen ab irgendeinem Zeitpunkt sagen, das ist ein Huhn. Irgendwann musst du ja sagen, irgendwann ist die Grenze erreicht. Irgendwann sagst du, okay, das ist ein Dino und das ist ein Huhn, wie wir es heute kennen. In diesem Moment gab es irgendwann. Du kannst nicht sagen, das ist 10% Huhn und 90% Dino. Ich glaube, so formuliert es niemand. Leute würden sagen, okay, das ist immer noch ein prähistorisches Hühnchen und dann irgendwann hat es genug Charakteristiken von unserem heutigen Hühnchen, sodass du sagst, ab jetzt ist es ein Huhn. Natürlich gibt es den Moment nicht, weil damals niemand Buch geführt hat, als das passiert ist, glaube ich. Beziehungsweise war niemand da, der gerade in dem Moment da war, als dieses Ei geschlüpft ist. Aber irgendwo auf der Welt ist mal ein Ei geschlüpft, das zu, das am ehesten unserem Hühnchen heute ähnelt, sodass man sagen würde, das ist ein Huhn und das, was es gelegt hat, war noch kein Huhn. Habe ich das Kind nun umgefahren oder habe ich es umfahren? Das ist ein Rechtschreibfehler und nicht Semantik. Ist der Mond wirklich da, wenn niemand hochblickt am Abend? Macht der Baum wirklich ein Geräusch, wenn er im Wald umfällt und niemand da ist? Die Antwort ist nein. Wenn jemand den Mond anschaut, dann ist kein Mond da. Kein Beweis zumindest dafür. Äh, Hypnomorba bist du, Jay. Hypnomorba. Ich würde gerne einfach aus Interesse mal so einen Philosophie-Kurs belegen in der Uni. Ich liebe diese Gedanken so sehr. Wenn keine Kamera auf den Mond gerichtet ist, wenn kein Mensch hochschaut in den Himmel, ist der Mond wirklich da? Wir haben Who's That Pokémon von Haggard. Haggard, guck, was bist du? Was ist das? Na, was ist das? Was ist das? Was ist das? Hier geht's um Philosophie. Hier geht's um mehr als nur das einfache Ja, Nein. Du kannst nicht beweisen, dass der Mond nicht in dem Moment einfach kurz wegflickert, weil niemand guckt hin. Arctilas mit Käferbein? Ich hab auch zuerst Arctilas gedacht. Kann schon sein. Eins noch. Lotwurzel. Ich sage Fritzelblitz. So eine Frage können sich auch nur Menschen stellen. Das ist halt Philosophie. Philosophie ist dafür da, um Fragen zu stellen, die man nicht beantworten kann. Bist du jetzt gerade hier nicht drin geblieben? Hast du noch volle EP? Oh, damn it. Okay. Risky. Das ist... Als ob ich gecheatet hätte. Ich hab nicht gecheatet. Ich hab's gesehen einfach. Ich hab's gesehen. Oh Gott, wir sterben. Wir sterben. Wir sterben. Wir sterben. Wir sterben. Macht nix. Ich hab noch ein paar Pokémon, glaube ich. Hallo, King Mela. Ich hab's gesehen. Das Fritzelblitz. Nennt mich Arceus. Mann, ist das kacke, auf diesem kleinen DS hier zu spielen. So. Ich bin ein Fan von Philosophie, aber sich aus anzumaßen, dass etwas nicht passiert, weil Menschen das nicht mitbekommen. Anzumaßen. Kann ich sagen, ist es wirklich so krass, dass ein Pokémon nicht drin bleibt, wenn ich ihm keinen Schaden zufüge? Zeitverlust. So viel Zeitverlust. Oh mein Gott. Nein, ich werf jetzt weiter. Ich seh das nicht ein. Das ist dieses Wenn ich nicht wach bin, hört die Welt auf sich zu drehen Gedankenspiel. Ne, weil alle anderen sind auch wach, die das messen können. Aber wenn alle auf der Welt gleichzeitig schlafen würden, könnte etwas passieren, wo was niemand nicht beweisen kann. Es ist genauso wie die dumme Sache so, ich verstehe schon, ich finde es auch, es ist ein dummes Beispiel für coole Philosophie. Aber es ist genauso wie zu sagen, es ist genauso wie Agnostiker zu sein. Zu sagen, ich kann nicht beweisen, dass Gott existiert und ich kann auch nicht beweisen, dass kein Gott existiert, also bin ich Agnostiker und nicht Atheist. Ich würde zum Beispiel nicht behaupten, dass ich Agnostiker bin, sondern Atheist. Ich finde, es ist nur ein interessantes Gedankenexperiment einfach zu sagen, hey, wenn ich was nicht beweisen kann, heißt es nicht, dass es, aber eigentlich ist es Quatsch zu sagen, nur weil ich nicht beweisen kann, dass etwas nicht existiert, kann sein, kann es sein, dass es existiert. Weil so dürfen wir eigentlich nicht denken, vor allem die Wissenschaft darf nicht so denken, die Wissenschaft sollte eigentlich immer denken. Etwas existiert nur, wenn ich beweise, dass es existiert und nicht andersrum, weil dann existiert alles. Warum habe ich ein neues Pokémon gesucht? Wir wissen es nicht. Ich habe fünf Stück. Dankeschön, Erster. Dankeschön. Hallo. Da sind sie. Das war glaube ich der längste Reset bis jetzt. Ich mag auch die Theorie, sind unsere Träume gespiegelte Erinnerungen oder direkte Erlebnisse eines Paralleluniversums? Würde man sowas Theorie nennen oder einfach nur Fantasie? Warum kann ich nicht flüchten? Wie dieser, du langsames Stück. Knolle. Flüchte, Mann. Ich brauche zwei Kameras, um... Alter, flüchte! Okay, wenn der Staat da stirbt, ist das wirklich nicht gut. Lass mich flüchten, ey. Flucht gescheitert, was ist das? Oh Gott. Wieder ein geäcktes Pokémon im Raid? Hör auf, Raids zu machen. Was machst du denn für Raids eigentlich? Was willst du erraden, Komet? Ich wollte gerade meine Pokémon heilen. Oh mein Gott. Als ob ich lieb bin zu meinen Pokémon. Okay, wir sind hier. Wir sind endlich hier. Ob wirklich alles außerhalb unseres Sichtfelds existiert, baut es sich vielleicht erst erst auf, wenn wir hinsehen. Es sind Videospiele, die machen das. hier hin. Geheimgewürz? Und wofür sammelst du Geheimgewürze? Es tut mir leid, ich bin kein Fan von Geheimgewürzen, deswegen frage ich, was du mit den Geheimgewürzen vorhast. Bist du auch so verrückt wie Maori und sammelst 999 Geheimgewürze? So, hier habe ich keine Eier. Auf B habe ich keine Eier. Deswegen hier gehen wir so. Und hier gehen wir so. Raids kann schon Spaß machen. Ja. Wann ist Megania eigentlich? Erst in einer Woche, oder? Aber zusammen mit Hytera. Die Hytera Raids lohnen sich halt, finde ich, sogar mehr. Das Sandwich ist ohne Gewürze einfach zu fad. Warum ist der größte Teil der Menschheit dumm? Weil ihnen die Möglichkeit auf eine gute Ausbildung verwehrt bleibt. Wolltest du das hören? Hallo, PhilGaming24. Dankeschön für 30 Monate. Dankeschön. Wir haben gleich 20 Manaphis in drei Stunden. Wir haben Wir haben erst nach einer halben Stunde angefangen, glaube ich. In zweieinhalb Stunden läuft. Können wir das kurz ausrechnen? Zweieinhalb Stunden sind 60 120 150 150 150 durch 20 ist ist 120 durch 150 durch 20 70 75 7,5 7,5 7,5 jetzt habe ich es kurz nachgedacht 7,5 warum sind hier zwei ja warte mal was habe ich denn jetzt hier komisch gemacht hier bin ich hier das heißt hier muss ich ich habe falsche Reihenfolge gemacht Starlily hat ein Item oh nein das heißt 7,5 Minuten für ein Manaphis das geht eigentlich und ich bin auch noch schlecht im Moment wenn ich mich voll konzentrieren würde das können wir vielleicht 5 Minuten machen oder 5 mal 4 20 ja 20 soll anscheinend das Beste sein was man schaffen kann an Minuten hallo OnlyFabs und das Letzte So jetzt muss ich aber brüten also eigentlich will ich dass wenn das shiny irgendwann hoffentlich vielleicht eventuell möglicherweise kommt dass es natürlich auf dem großen Bildschirm kommt aber es ist angenehmer auf dem großen Bildschirm das Spiel zu spielen Schrödingers Katze ist dann genau es ist nicht Schrödingers Katze genau dieses Prinzip wenn du nicht hinsiehst weißt du nicht was es ist aber klar das ist schon klar dass der Mond nicht auf einmal abstürzen kann und dann wieder da sein kann bei der Katze ist das logischer weil solange du nicht hinguckst weißt du nicht ob sie tot ist oder lebendig ist manche Menschen lesen nicht glaubst nicht wie viele Leute hier immer reinkommen und fragen was ich gerade spiele wobei heute stimmt's nicht ich spiel gar kein Platin hihihi voll der Rabauke ähm rechts muss ich resetten hier muss ich hier muss ich brüten oder? ja hier muss ich brüten was spiel ich da eigentlich Final Fantasy 2 hier müssen wir brüten hier müssen wir resetten lauf 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 kleines Männchen richtiger Schlingel bei Schrödingers Katze werden beide zuständig gleichzeitig ja ja genau darum geht's ja aber so könntest du ja auch sagen wenn ein bei deinem Baum umfällt im Wald und keiner ist da hat er entweder ein Geräusch gemacht oder nicht und solange du nicht das die Audioaufnahme anhörst äh kann beides passiert sein was natürlich lang nicht so also Schrödingers Katze ist schon mal was anderes ich weiß ich weiß äh ich hab das Spiel gestartet äh egal Philosophie ich verstehe sie nicht aber ich find's interessant drüber nachzudenken fragt das Tier das neben dem Bau stand es geht ja darum dass wirklich niemand da ist auch kein Tier klugscheiß Alarm naja das Gedankenspiel bezieht sich auf Quanten und das hat keinen Einfluss auf die Größenordnung von uns exakt ich weiß genau was du meinst natürlich endlich kann ich meine heutige Manafi Session starten Andi viel Erfolg du bist bei was du warst bei 88 hast du gesagt gute Zahl denn ist mein Geburtstag was sagtet ihr glaubst du möben haben Ohren die feststellen ob der Baum ein Geräusch gemacht hat ich hab das mit dem umfallenden Baum im Wald noch nie gemocht es ist halt es ist halt Quatsch weil wir bewiesen haben dass etwas Sound macht wenn es umstürzt natürlich es geht ja nur darum dass du wenn keiner da ist kannst du es nicht beweisen der Schall ist aber nicht an die Existenz von Lebewesen geknüpft also ist das Beispiel Schwachsinn doch weil du niemanden hast der beweisen kann dass es passiert ist du kannst es nur beweisen auf der Ebene der Erfahrung aber nicht auf der Ebene des was da in dem Moment gerade tatsächlich passiert ist vielleicht sind ja Aliens gekommen und haben für eine Sekunde Schallwellen gelöscht aus unserem Universum und dann wieder hinzugefügt nicht so nicht so drück die Schaltfläche ja Mr. Lindus Maximus wie heißt du ich drück doch ich drück doch Eibe der verdient keinen Namen der lässt mich auf den Touchscreen drücken das ist das das ist auch so der redet vierte Dimension hier was ist das Wallbreaking was für ein dummer Knopf soll ich denn drücken ich bin ein kleiner zehnjähriger Junge der hat hier keinen Knopf vor sich wie heißt du ich heiße Leo nein nicht Le oh mein Gott fast verschrieben Leo ich hab nein gesagt scheiße ich spamm doch so gerne B Leo Professor touch me ja Professor toucht me Professor kommt gleich ins Gefängnis weil er will dass ich einen Ball anfasse ist der Eibe wie der Baum hab ich nicht gehört ich war nicht da wenn niemand da ist wenn Professor Eibe seinen Namen sagt wissen wir dann seinen Namen nein wie Wenn Professor Aibe umfällt und keiner ist da, macht es dann irgendein Geräusch? Wenn der Umfeld auf dem Boden liegt und schreit, ah, rettet mich, aber keiner ist da, dann ist er nicht umgefallen. Und Professor Aibe bleibt liegen, für immer, weil niemand weiß, dass er umgefallen ist. Das macht alles keinen Sinn. Warum laufe ich da, lauf hier, raus da? Wie funktioniert das mit dem Shiny Manafi Ei? Du kannst einmal ausruhezeichen Manafi machen, da bekommst du eine Erklärung, die ich gebaut habe. Kurz zusammengefasst, Manafi Eier sind Shiny Locked, also aus einem Ei kann niemals ein Manafi ausschlüpfen, das Shiny ist. Zumindest nicht auf dem Spiel, wo du das Manafi Ei empfängst. Aber du kannst die ID von deinem Spiel natürlich jedes Mal erneuern, indem du ein neues Spiel anfängst. Somit ist zwar von dem Spielstand die ID gelockt, wo ich das erste Mal das Manafi drauflade, aber nur diese eine ID. Somit, wenn ich jedes Mal ein neues Spiel anfange und die Manafis immer wieder auf ein neue Spiel packe, kann ich so lange meine ID resetten, bis sie übereinstimmt mit der ID Manafi. Shiny. Und dann ist es Shiny. Wir resetten nicht die Eier, die Eier sind immer die gleichen. Wir haben 4 Manafi Eier, von 4 Ranger spielen. Die können wir nicht resetten, weil das sind 4 mal die gleichen Eier, also 4 mal Eier, verschiedene Eier, aber die gleichen immer wieder. Aber wir können uns resetten. Und das machen wir. Ein Reset dauert im besten Fall 20 Minuten. Ich glaube, wir haben noch eins, oder? Das war das dritte. Kannst du auch zufällig die Manafi ID haben, wenn du das Ei erhältst und somit die Shiny ID lockt? Ja, ja, deswegen ist es ja Shiny lockt. Wenn ich das erste Mal von Ranger auf zum Beispiel Platin übertrage, kann es sein, dass mein Platin-Spiel die gleiche ID hat wie das Manafi Ei, dann wäre es Shiny. Aber das ist eben gelockt. Deswegen müssen wir es dann übertragen auf ein anderes Spiel. Und warten, bis wir die ID kriegen. Also... Es ist... Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Warte mal. Du sagst... Warte mal. Du sagst... Genau. Ein Reset 20 Minuten für 4 Eier. Genau. Also... Also quasi 5 Minuten für ein Ei. Äh... Du sagst, dass... Nee, das macht keinen Sinn. Nee. Passt schon. Alles richtig. Ich hinterfrage zu viel. Komet, was willst du? Warum schreibst du Glück oder Unglück? Zweimal. Was... Was soll ich darauf antworten? Mal, was du willst. Ich bin nicht dein Papa. Dankeschön, Gecko. Dankeschön. Tschüssi. Also kann man wie beim Eierbrüten mit Pokémon Box, wenn man das Shiny brütet, nochmal resetten und es einen cooleren Schlipfwort geben, wie zum Beispiel Safari Zone? Ich könnte... Das stimmt. Oder? Ich könnte, wenn ich ein Shiny bekomme... Ich hab schon 4 Eier. Ich könnte, wenn ich ein Shiny bekomme, einfach den Spielstand resetten. Also den Safe restarten. Und dann mit dem Ei woanders hingehen und es da ausbrüten. Nicht Shiny. Nicht Shiny. Nicht Shiny. Nicht Shiny. 20. Äh, ja. Könnte man. Aber... Würde ich mich das trauen? Ein Shiny zu resetten? Ich meine, es sollte definitiv Shiny bleiben, weil es ist ja auf die ID bezogen und nicht auf den Moment, wo es ausschlüpft. Deswegen, ich sollte damit dann... Ich könnte auch das Ei sofort in die Box tun. Das wäre verdammt cool. Vielleicht machen wir das. Das ist aber ein großer Aufwand. Ich könnte das Ei direkt in die Box tun und dann in die Zerrwelt gehen von Giratina. Und dann steht nämlich im Spiel steht da dann Herkunft Zerrwelt. Aber, wie Mexler sagt, Home zeigt den Fundort nicht mehr an. Aber hier in dem Spiel würde dann dastehen Fundort Zerrwelt. Das wollte ich ursprünglich eigentlich mit, ähm, Fion machen. Habe ich aber vergessen, als wir es ausgebrütet haben. Vielleicht machen wir das. Aber da will ich erst ein paar Profis fragen, ob das tatsächlich geht oder es sollte gehen. Oder? Also warum sollte dieses Ei dann nicht Shiny sein? Manafi wird, denke ich, einer deiner längsten Hands, die du je gemacht hast. Also zahlentechnisch bin ich ja jetzt bei Deoxys bei meiner längsten Hand. Da bin ich jetzt bei 12.000. Davor war es, davor war es Arctos in Gen 1. Jetzt ist es Deoxys mit 12.000, wo ich schon ein Shiny Fail hatte bei 9.000. Also, irgendwie ist es auch nicht meine längste Shiny Hand, weil ich hatte ein Shiny. Ich habe es noch nicht behalten. Ich trottel. Origin Dex Gen 1 nach 63 Stunden fertig. Sehr gut. 63 Stunden. Habe ich auch so lange gebraucht? Ich weiß es nicht mehr. Was war das anstrengendste, Hikaru? Aber wenn du es auf Home parkst, ist aber der Ort egal, wo es ausgeschöpft ist. Ja, da steht dann Sinnoh. Egal, wo ich es ausgeschlüpft habe, in Jubelstadt oder Zerrwelt oder Safari-Zone. Da wird einfach Sinnoh stehen. Herkunftssinnoh. Pipi in männlich hat bei dir am längsten gedauert. Pipi? Nicht Pummeluf? Pipi. Pipi ist... Ja, doch. Pipi, ja. Ich glaube, bei mir war es auch Pipi. Aber ich habe, glaube ich, nicht so viele Pipis fangen müssen. Ich glaube, so acht Stück. Pipi. Hallo Lurki. Und wie hast du Shiny Dioxys geskippt? Das habe ich auf Twitter hochgeladen und auf dem Discord. Ich kann es euch aber hier nochmal zeigen und mein Herz nochmal in tausend Teile zerbrechen. Okay, die Leute sagen, es soll bei Null anfangen, wenn ich das Shiny bekommen habe. Weil jemand hat geschrieben, I reset over Shiny Cyndaquil in SoulSilver once after 22. We returned after 27k. Das heißt, die Person hat nicht 5k mehr gemacht, sondern nochmal 27.000. Oh Gott. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch wieder bei Null anfangen bei dem Dioxys. Dann muss ich mir ausrechnen. Muss ich mir ausrechnen, was es war. Hallo Melly, Dankeschön für den Raid. Hier auch für euch mein wunderschöner Shiny Fail. Ich mache mir die Kamera kurz weg. Ach, das ist ein Bild. Ich bin am falschen Post. Das war vor zwei Nächten. 9, 8, 7, 6 war es. Hallo Marco. Ich habe es instant bemerkt. Nein. It happened. Nein. Ja, gemein, ne? Das wird mir... Das wird mir... Ich habe Angst, dass es mir nochmal passiert und dann das richtig peinlich. Wenn das mir nochmal... Vor allem habe ich ein paar Wochen vorher... Äh, wo bin ich hier? Ein paar Wochen vorher habe ich ein Clip gesehen, wo das jemand passiert ist. Auch im Stream. Auch vier Stück, glaube ich. Oder es war, glaube ich, nur einer. Ne, ich glaube, der hat nur einen Bildschirm gehabt. Nur ein Spiel gehabt. Und er hat dann, äh... Es kam gerade so angerast. Reset. Er hat es gesehen. Ausgerastet. Und ich habe das gesehen und dachte mir nur, wie kann man so blöd sein? Wie kann man so blöd sein und das nicht sehen? Chill doch mal. Es war so typisch. Er hat gerade mit dem Chat geredet. Hingeguckt. Finger waren schneller. Es ist wirklich so, die Muskeln sind schneller als das Gehirn in dem Moment. Vor allem, wenn du es seit 9000 Resets machst. Da habe ich gerade einen Film geguckt, habe auf den Film gerade aufgepasst und sowas. Ich habe es einfach... Meine Finger waren zu schnell. Es war wirklich, im nächsten Frame, wenn du dir das Video anschaust, im nächsten Frame vom Spiel, habe ich es bemerkt. Es war dieses typische, du gehst die Bilder durch und dann gehen die Finger... Und dann siehst du es erst. Ich wäre mehr geraged, aber es war 3 Uhr morgens und ich konnte nicht A machen. Ich kann mich ja da zusammenreißen. Wir verarbeiten das hier auch irgendwie gemeinsam. Dankeschön für den Raid. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Raid Mittwoch. Was ist denn heute geradet worden? Wir versuchen mal Nafi zu finden. Ich habe schon 20 gesehen. In zweieinhalb Stunden. Das bricht mir das Herz. Ist okay. Ich sehe es ein bisschen... Zum einen, ich will ja 4 Dioxys. Das heißt, ich muss es eh 4 mal machen. Ein Dioxys habe ich mir RNG manipuliert. Da war ich immer so, soll ich das jetzt behalten oder soll ich mir noch 4 extra holen? Und jetzt weiß ich sicher, ich werde das behalten und hole mir jetzt 3 zusätzliche. Das war jetzt quasi die Strafe dafür. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt gemerkt, es funktioniert. Es wird ein Shiny erscheinen und ich mache einfach weiter. Wir machen einfach weiter. Und es ist eine schöne, angenehme Shiny Hand. Es geht echt schnell. Ich meine, ich habe in einer Minute 4 Dioxys gesehen. Das ist sehr angenehm. Und du schaust währenddessen einen Film, sodass du es wieder verpasst. Aber es ist eine sehr angenehme Shiny Hand. Dioxys. Definitiv leichter als das hier. Ich glaube, selbst wenn du es vorher gesehen hättest, wären deine Hände schon schneller gewesen. Also seitdem versuche ich den Daumen, weil ich habe das ja so. Also der Reset ist ja, also der Reset ist auf dem GBA. A, B Start Select ist der Reset. Und meine Finger sind schon die ganze Zeit auf Start Select, weil ich sonst nur A und B drücken muss. Das heißt, meine Finger sind die ganze Zeit auf Start und Select. Ich versuche mir gerade anzugewöhnen, ich habe es noch nicht geschafft jedes Mal. Ich versuche mir gerade anzugewöhnen, dass mein Daumen nicht auf Start und Select ist. Sondern nur auf Start und Select ist, wenn ich wirklich Resetten möchte. Sodass ich halt nicht mehr aus Reflex so mache. Sondern selbst wenn ich es so mache, ist mein Finger nicht auf Start und Select. Aber es ist schwierig, bewusst den Finger von Tasten runterzunehmen, die man eigentlich gleich drücken wird. Anubis, Dankeschön, dass du deinen Sub geschenkt hast. Und wir haben Bugelhugel mit einem Quackso. Warum schlüpfst du aus, Staradini? Ich habe keinen gemoddeten GBA. Äh, das ist InsideGadgets, gehst du einfach auf die Website, da findest du solche Sachen. InsideGadgets, das ist quasi ein GBA-Spiel. Und dann in meinen Gamecubes hängt viermal das hier drin. Das kaufst du auch auf InsideGadgets, kannst du, genau. Und das ist der Empfänger dafür. Und ich habe vier Stück davon in jeder Gamecube. Und dann steuerst du mit deinem GBA vier Gamecubes gleichzeitig. Ist halt super, wenn du GBA-Spiele spielen willst. Der GBA ist quasi ein Wireless-Adapter, genau. Anubis, du bist ein Pan... Pampolipanfros. Wie heißt das? Pamparos? Nee. Pam... Pam... Fantoros? Sowas anderes? Pamparos. Doch, tatsächlich? Das klang gerade so komisch. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Ich wusste auch nicht, dass es das gibt. Der liebe Oliver MKP hat mir das gesagt. Ich gehe auf die Website Inside Gadgets, da kannst du es kaufen. Selbst wenn sie nicht im Vorrat sind, kannst du die Teile dafür kaufen. Und es ist relativ einfach, das selbst zusammen zu schweißen. Also ich habe die selbst zusammen gelötet. Ich mache das auch feuerrot und blattgrün, genau. Weil auf Smaragd ist das ja... Musst du halt genau den Frame treffen, der schon vorbestimmt ist. Ja, deswegen habe ich feuerrot und blattgrün mir geholt. Wo die Shiny Frames immer resettet werden. Philipp, du bist ein Hytera. Ragen bringt aber dann auch nichts mehr. Ich sitze einfach dort, ein kleines Augenzwinkern und weitermachen. So eine kleine Ader, die im Gehirn platzt. Die in 20 Jahren Probleme machen wird. Aber ansonsten passiert nichts. Man resettet über einen Deoxys. Kurz platzt eine kleine Ader im Gehirn, aber man lässt sich nichts anmerken. Wolltest du mir noch Beileid zum Deoxys aussprechen? Nein, danke. Das ist nicht so schlimm. Varesekil, du bist ein Bratini. Varesekil... Wie spricht man dich aus? Varesekil. Es ist einfach deswegen nicht so schlimm, weil es ist wirklich eine angenehme Shiny Hand. Es geht super schnell. Hier würde ich mich umbringen. Wirklich. In einem Videospiel würde ich mich definitiv hier sofort umbringen, wenn ich mal Nuffy resette. Was, glaube ich, nicht passiert. Aber hier oder bei Entei würde ich... Ich glaube, ich würde nie wieder das Spiel anfassen. Wirklich. Aber bei Deoxys geht es so schnell. Die Wahrscheinlichkeit, dass es bald wiederkommt, ist relativ hoch einfach, weil es so schnell geht. Außerdem brauche ich eh drei Stück. Oder vier Stück insgesamt. Deswegen... Ich hätte danach eh weiter gemacht. Weil ich danach immer... Ich hätte danach immer noch zwei gebraucht. Jetzt brauche ich halt immer noch drei. Mein Gott. Aber dann... Ich glaube, es ist allgemein eher angesehen, dass es ein gescheiterte Phase ist. Das heißt, ich gucke die Zahl an. Was war es? 9, 8, 7, 0. Und werde einfach zurückrechnen und gucken. Ich werde wieder bei 0 anfangen. Bei dem jetzigen Deoxys. Wenn man das so macht anscheinend. Ich habe Phasing nie wirklich verstanden. Für mich ist es einfach, ich zähle so lange hoch, bis das Pokémon kommt, was ich will. Aber Shiny-Hunter quasi rechnen ja in Faces. Quasi immer, wenn ein Shiny kommt, fängst du wieder bei 0 an. Und dann sagst du halt 17. Phase. In der 18. Phase hat man sein Ziel bekommen. Da halt nur Deoxys erscheinen, hätte ich mir nie... Na, habe ich mir nie überlegt, ob ich bei Deoxys Faces machen soll. Aber nee, weil es ist ja nur Deoxys. Was soll denn sonst noch kommen? Aber ja, es kann halt sein, dass es kommt und ich es nicht fange. Was ist denn heute mit den starren Lillys? Warum wollen die nicht drin bleiben? Heißt deine Projekte sind Shiny Deoxys, Shiny Manafi, Shiny Katzen und Gen 5 Origin Decks? Ich habe noch so viel mehr Projekte. Auf dem Discord habe ich die Projekte aufgelistet im Projekte-Kanal. Es gibt noch das Projekt Alle E-Cognitos in Shiny. Alle Katzen, genau. In jeder Gen ein legendäres Full-Odd-Shiny. Was Deoxys ist für Gen 3. Lurky, du bist ein Kramor Kranowicz. Heißt das Kranowicz? Wenn ich nicht gesehen hätte, dass es Shiny ist, dann hätte ich ja normal auch weitergezählt. Ja, das ist ein gutes Argument, aber ich habe es halt gesehen. Weil du sagst halt normalerweise, also du sagst ja rein stochastisch gesehen, die Chance, dass eins kommt, ist 1 zu 8000. Und jetzt kam eins. Also sollte ich wieder bei Null anfangen zu zählen. So rechnet, also so geht halt auch Mathe, so ist halt auch der mathematische Gedanke dahinter. Wenn ich eins finde, ist es die 1 zu 8000 aufgebracht und ich muss wieder bei Null anfangen. Ich habe eins gefunden. Aber am Ende habe ich halt einmal mehr gesucht, als ich gefangen habe. Was ist ein Full-Ord-Shiny? Wenn du keine Taktiken machst, um die Shiny-Chance zu erhöhen. Weißt du, wie es heutzutage Shinies gibt, die man mit Geheimgewürzen besser macht, mit Massenausbrüchen besser macht? Ein Full-Ord-Shiny ist, wenn du nichts machst, um es besser zu machen. Also kein Schiller-Pin, kein gar nichts. Einfach nur so, wie das Spiel es dir gibt. Und bis Gen 5 war das noch 1 zu 8000. Genau, Schiller-Pin etc. Herr Selfish, Dankeschön für dein Prime. Ich glaube, ich habe zu viele Sterilis gefangen. Ja, wobei. Okay, wir sind soweit. Es geht weiter. Ich glaube, ich habe zu viele Sterilis gefangen. Jetzt müssen wir aber auf dem kleinen Bildschirm spielen, das ganze Spiel. Es ist leider weg. Tschüss. Hallo, Pika Pikachu. Ups. Warum muss deine Katze ohne Abendessen ins Bett? Eure Katzen kriegen Abendessen? Meine Katze hat immer einfach... Ich glaube, es gibt Katzen, die sich überfressen können. Meine Katzen haben sich nie überfressen. Die haben einfach immer Essen dastehen gehabt. Immer. Und sie waren nie zu dick. Sie hat einfach gegessen, wenn sie musste. Aber nie sich überfressen. Hunde überfressen sich, habe ich immer nur gedacht. Aber inzwischen weiß ich, dass es auch dicke Katzen gibt. Ich dachte immer, Hunde, wenn du denen Essen gibst, werden sie es aufessen. Katzen, also meine Katzen haben das auch gemacht. Meine Katzen haben nie mehr gegessen, als sie wollten. Sie haben einfach, oh, ich bin satt, ich gehe. Dann kommt sie irgendwann später wieder und isst weiter. Aber ich glaube, Hunde hören nie auf zu essen. Ist wahrscheinlich auch rassenabhängig. Keine Ahnung. Fakten mit Leo's Mind. Wann scheinen die Giratina? Dude! Zuerst fragst du, wann endlich Manafi? Dann mache ich einen Manafi. Und dann sagst du, wann kommt endlich Giratina? Ich weiß, du meinst das nicht ernst. Aber ich muss dich ernst nehmen. Hunde haben kein Sättigungsgefühl? Genau. Hast ja trotzdem noch Code After Total of XXX, Deoxys Scene. Also fängst du ja nicht bei 0 an. Wenn ich diese Zahl mitzähle, ja. Aber die würde ich ja nicht zählen. Also ich kann die danach zusammenrechnen, was ich insgesamt gesehen habe. Aber mein Counter wird resettet auf 0. Ich habe keinen zusätzlichen Counter, der insgesamt zählt. Also werde ich auch nicht machen. Weil ich kann ja danach zusammenzählen. So, Moment mal. Welches Spiel ist jetzt wo? Fuck. Was ist dein Lieblings-Pokémon? Du. Manchini Victini? Morgen. Ich dachte, das ist nur bei Labradoren so. Labradores ist der Plural, der offizielle. Labradi. Kann man auch sagen. Auf Italienisch. Meine Katze hat auch immer Essen und ist aber sehr dünn. So gut. Meine Katze wird morgen kastriert. Sie bekommen morgens und abends. Und der Kater würde von beiden gnadenlos weggefressen. Daher teile ich auf zwei Portionen auf. Okay. Der Kater würde klauen. Stehlen. Hallo Dickbert und Kira. Würdest du dir nicht etwas Zeiterscheinendes bringen, wenn du die Eier bis kurz vor dem Schiller schlüpfen, die Schritte läufst? Hab ich. Balthasar. Das habe ich. Die Eier sind auf 2000 Schritte gebrütet und es fehlen noch 500. Genauer genommen funktioniert es nicht so, weil es geht ja um Egg Cycles und nicht um Schritte. Aber ja, ich habe schon 10 von den 12 Egg Cycles abgelaufen und man muss sich ein bisschen Puffer lassen, weil man jedes Mal, siehst du gleich, weil man jedes Mal, ähm, so die Eier sind hier. Weil man jedes Mal einen Schritt gehen muss, um die Eier rüber zu schicken. Also wenn ich keinen Puffer hätte, würde irgendwann, würde ich keine Schritte mehr haben und dann würde das Ei schlüpfen, bevor ich es verschicken könnte. Deswegen lässt man sich so einen Puffer von 500 Schritten, also von zwei oder einem Egg Cycle, ähm, damit es am Ende nicht schlüpft. Sondern immer nur auf einen neuen Spiel schlüpft. Weil ich gehe jedes Mal einen Schritt, bevor ich speichere. Also jeder Reset ist einen Schritt weniger. Aber das ist ja eben nicht so schlimm, weil man hat genug Schritte noch übrig. Und somit werden sie nie, das ist immer Plus Minus. Ist kompliziert. Aber habe ich. Sonst würde ich viel länger noch in diesem Pokémon Center rumlaufen. Und das Problem ist, diese Eier sind alle gleich abgelaufen. Aber wegen den Egg Cycles ist es eben so, dass selbst wenn ein Ei schlüpft, schlüpft das nächste nicht sofort. Sondern ich muss immer zuerst, ich muss immer zuerst nochmal einen Egg Cycle laufen. Das heißt, selbst wenn sofort das erste Ei schlüpfen würde, müsste ich die anderen Eier sowieso alle nochmal 500 Schritte gehen. Wie die Zeit rennt. Kim, Dankeschön für 35 Monate. Dein Kater ist ein Traumakater und er war früher ein Wildkätzchen. Da sitzt es im Kopf noch eher nach Hamstern und Essen, was man bekommt. Der wird jetzt kastriert, der Arme schnipp, schnapp, schniedel ab. Ne. Das dachte ich früher, ja. Dass einfach alles abkommt. Aber zum Glück kommt nicht alles ab. Schnibbel, schnabbel, weg mit dem Gebrabbel. Ne. Schnibbel, schnäppel, weg mit dem Gehängel. Ne. Lassen wir das. Shiny Yanmar. GG. Wo sind die Eier? Rechts. Oder? Fuck, dann muss ich ja hier raus. Trottel. Rechts sind die Eier. Ja. Ja. Der Kater ist bereits kastriert. Aber seine kleine Freundin ist nun dran. Die beiden sind circa drei Monate auseinander. Sagt man bei Katzen nicht sterilisiert dann? Schau, hier muss ich jedes Mal, wenn ich hier frisch rauskomme, frische Eier, ich komme raus, ein Schritt. Und dann wird gespeichert. Das heißt, jedes Mal wird es ein Schritt weniger. Aber wird es zum Glück nicht, weil es eben Egg Cycles sind. Wodurch man immer einen Puffer hat von so 500 Schritten. Egal welches Geschlecht, kastriert. Okay, kastriert ist, wenn was weggenommen wird und sterilisiert ist... Moment, aber ich dachte... Kastrin ist wegschneiden. Also, Eier. Und wann sagt man dann sterilisieren? Dieses dumme... System... Nein. Okay. Katzen werden kastriert, da alles rausgenommen wird. Sterilisation heißt einfach nur schnipp schnapp. Hä? Ich dachte... Hä? Ich dachte genau andersrum. Weibliche Sterilisation, da werden Leiter durchtrennt und männlich kastriert. Da werden Samenleitungen durchtrennt. Dude, was? Deswegen wird auch beim Kater der ganze Sack abgenommen. Oh mein Gott. Sterilisation ist nur... Dankeschön für die allgemeine Aussage. Sterilisation ist nur, wenn es abgebunden wird. Und Kastration ist immer, wenn was rausgenommen wird. Meine letzte Ex war übrigens sterilisiert. Okay. TMI. TMI. Aber okay. Bin mir sicher, deine Ex-Freundin findet es bestimmt toll, dass du das hier gerade erzählst. Hallo Jacques. Kommt zu Manafi ein Video, verstehe ich nur Bahnhof hier? Das Video kommt, wenn ich das Shiny Manafi habe in ein paar Jahren, ja? Aber was verstehst du nicht? Ich kann dir alles erklären. Du kannst auch Ausrufezeichen Manafi machen. Dann findest du eine Übersicht, die ich gebaut habe. Da siehst du auch schon einiges an Erklärung. Schau, das ist was ich dachte, Lurky. Deswegen sage ich ja, Frauen werden sterilisiert. Männer werden kastriert. Aber dann sagst du, nein. Das habe ich ja gesagt. Männer werden kastriert. Frauen werden sterilisiert. Aber wenn die Definition ist, Sterilisation ist abbinden und Kastration ist rausschneiden, dann ist das natürlich anders. Das kannst du bitte diesen Touchscreen benutzen. Wir gehen heute auf die 100. Wir gehen heute auf die 20. Es ist schon halb sieben. Ich habe nichts geschafft, gefühlt. Oh, da kommt die dumme Schaltfläche. Ich dachte, Sterilisation bei Frauen, bei menschlichen Frauen ist schier unmöglich. Oder so aufwendig, dass es niemand macht. Name, 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 Leute. Oh mein Gott, Name. Äh. 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 Fuck. Frauen können sich auch sterilisieren lassen. Das Problem sind eher die Ärzte, die das einem ausreden wollen. Okay, jetzt beginnt das Thema zu heiß zu werden. Hören wir auf damit. Es geht noch um Katzen, oder? Nicht mehr. Was gibt's zum Abendessen? Ah ja. Verdammt. Thema Wechsel ist unmöglich. Jacques, du bist ein Kloptopus. Nee, ähm. Rosa geht zum Sport. Also werde ich mir selber was Schnelles machen, damit wir so lang wie möglich... Aber ich habe schon Hunger. Äh. Ich werde mir wahrscheinlich... Chicken-Guyons... ...aus der Gefriertruhe warm machen. Die sind so sackenlecker. Aber natürlich nicht gut, nicht gut. Und gestern war ein schlechter Gym-Tag für mich. Ich bin original. Mir war das peinlich. Weil ich mir denke, so... Vielleicht beobachten dich Leute, ne? Weil ich beobachte schon Leute, wenn ich da stehe und irgendwie Sport mache, oder? Ich meine, man beobachtet immer irgendwie Leute. Das hat meine Mutter immer gesagt. Wenn du in einer Menge bist, in einer Masse bist von Menschen, irgendjemand schaut dich immer an. Das heißt, wenn du dir denkst, so... Ah, kurz in der Nase bohren oder kurz hier eklig irgendwas machen. Irgendjemand guckt dich gerade immer an. Selbst wenn es nicht so ist und der Baum umfällt und kein Geräusch macht. Aber, ähm... Ich beobachte halt schon Leute und denke mir so, was machst du da für ein Quatsch? Deswegen, Leute beobachten auch mich. Aber ich war auf jeden Fall... Ich bin ins Gym gegangen. Und ich habe vergessen, davor was zu essen. Weil ich keinen Hunger hatte. Ausnahmsweise in der Früh. Und habe es einfach total vergessen, was zu essen. Und dann bin ich auf den Stepper. Und bin gesteppt. Normalerweise steppe ich 10 Minuten. Und nach 5 Minuten ist mir so schwindelig und schwarz vor Augen geworden. Dass ich auf Stopp gedrückt habe. Und erstmal meinen Liter Wasser ausgedrungen habe. Und dann, äh... Habe ich kurz überlegt, soll ich jetzt weitermachen? Und dann bin ich wieder gegangen. Und dann bin ich gegangen. Und das dachte ich mir auch. Wenn so die Leute irgendwie in die Überwachungsmaterials... Oder halt die Kameras sich anschauen. Die denken sich auch, geht so einer rein? Geht nach 5 Minuten wieder raus? Muss ich auch so denken. Okay. Schlechter Tag? Jupp. Deswegen, morgen muss ich gescheit gehen. Seit wann gehst du ins Gym? Schon viel zu lange. Seit Anfang Dezember. Und ich hasse jede Minute. Ich hasse jede Sekunde. Ich hasse jeden Gedanken daran. Ich hasse ich. Egal? Ach, wirklich? Scheint ja nicht egal zu sein. Der Fast Guy. Leon Moses ist so sackenteuer. Ja, das ist der einzige Grund, warum ich gehe. Weil es so sackenteuer ist. Das war ja der Plan. Aber inzwischen ist ja die Phase abgelaufen. Also ich könnte de-abonnieren. Und nicht mehr 70 Euro zahlen im Monat. Worauf es hinauslaufen wird. Aber noch zwinge ich mich. 70 Euro. Ja, und ich habe 200 Euro gezahlt, um überhaupt rein zu dürfen. Normalerweise kostet es 600 Euro und 100 Euro im Monat. Aber sie haben mir einen Deal gegeben. Den natürlich hoffentlich jeder bekommt. Nur 70 Euro, nur 200 Euro Einstiegsgebühr. Und dafür darf ich aber nur morgens und nicht an Feiertagen und nicht am Wochenende gehen. Was okay ist. Weil es gibt genug Nicht-Feiertage und genug Früh. Genug frühe Zeiten. Ich habe sicher keinen Bock, abends zu gehen oder so. Das war die Bedingung. Für nur 70 Euro. Dachte, Irland ist günstiger als Germany? Bitte was? Dublin ist ungefähr doppelt so teuer wie München. Und ich habe in München gelebt. Vom Essen inzwischen hat München angezogen. Also, wenn du da in den Supermarkt gehst, zahlst du fast genauso viel wie hier. Aber hier ist immer noch teurer. Aber Miete ist hier immer noch teurer. Und alles, was Luxus anbelangt, wie Gym und sowas, ist natürlich auch erst recht teurer. Gute Nacht, Cynthia. Lächerliche 50 Euro, egal wann, inklusive Dusche und Soli. Ja. Aber ich bin absichtlich ins beste Fitnessstudio gegangen. Damit es teuer ist und damit ich mich zwinge zu gehen. Und es ist schon krass, was die alles haben. Also, ich könnte da bouldern. Ich kann in VR-Boxing gehen. Ich kann VR bouldern. Ich kann von morgens bis abends in der Kurse, die du einfach gratis besuchen kannst. Du kriegst einen Personal Trainer, wann immer du willst. Musst dich halt anmelden. Schwimmbad, Sauna, Dampfbad, Kletterwand, wie gesagt, Boxstudio, alles. Tennis, drei Tennisplätze, alles. Deswegen ist es so teuer. Und das ist der größte und beste in ganz Irland. Aber das muss man nicht machen, um Gottes Willen. Aber ich habe das ja extra gemacht, weil sonst würde ich erst recht nicht gehen. Wenn das nicht teuer wäre, würde ich sagen, fuck it. Dankeschön, Nico. Hallo. Ich finde 50 Euro schon teuer. Aber klar, die McFit-Zeiten von 10 Euro im Monat sind vorbei. Wobei, es gibt bestimmt noch McFit oder so mit 10 Euro. Gibt es das noch? Ich trainiere zu Hause mit Gymnastik-Bändern und Eigengewicht. Ja, könnte ich auch. Aber... Da will keiner 70 Euro von mir. Nico, Dankeschön für dein Prime. VR-Boldern, vier Griffe am Boden montiert und eine VR-Brille. Nee, VR-Boldern ist es nicht. Aber es ist so VR oder halt Augmented Reality. Also du kriegst, weiß ich, so eine Kamera aufgesetzt und dann... Ich glaube, du bockst. Ich glaube, es war boxen. Du könntest zum Ausgleich mir die 70 Euro geben und mit Eigengewicht trainieren. Das ist aber nicht das Gleiche, weil du kannst mich nicht zwingen. Im Gegensatz. Ich habe kein Problem damit, dich zu enttäuschen, Verox. Du hast bestimmt das Lieber-Bild und sobald das T-Shirt ausgezogen wird, erscheint Adonis. Nein. Ich habe nur das Glück, groß zu sein, sodass sich alles schön verteilt. Warum gehe ich in das Haus? Halt, wir checken die Manafis. Ich glaube, es waren vier. Vier Manafis ist ein Shiny. Meine Waffe Nummer eins. Nummer zwei. Nummer drei. Nummer vier. Kein Shiny. Vier mehr. Weiter geht's. Ich sollte mir eigentlich einen von diesen Kursen aussuchen und da halt immer hingehen. Ich weiß nicht, ob so ein Kurs macht mehr Spaß. Aber ich hasse es. Ich hasse einfach alles daran. Ich stehe eine, auf dem Hinweg bin ich schon außer Puste, weil ich da zehn Minuten hingehen muss. Mein Gym ist zehn Minuten entfernt. Ich gehe zu Fuß. Oder zehn Minuten ist übertrieben. Wenn ich rennen würde, vielleicht. Du bekommst noch neue Eier. Ich bekomme keine neuen Eier. Das ist ein Loop, Dick, Bert. Das ist ein Loop. Ich bekomme keine neuen Eier. Ich habe vier Eier. Wir gucken uns dauernd die gleichen Eier an. Wir ändern nicht die Eier. Wir resetten nicht die Eier, wie normalerweise du es machst. In Egg Shiny Hunting. Shiny Breeding. Wir resetten uns. Wir resetten unsere ID. Denn Pokémon sind Shiny. Schon immer. Wenn unsere ID übereinstimmt mit deren ID. Wir können die ID von Manafi nicht ändern. Wir kriegen keine neuen Eier. Also ändern wir unsere ID, indem wir das Spiel jedes Mal neu starten. Deswegen starte ich das Spiel neu. Tausche die Eier rüber. Schaue, ob sie Shiny sind. Währenddessen starte ich das Spiel auf der anderen Konsole neu. Übertrag die Eier. Schaue, ob sie da Shiny sind. Und somit resetten wir die ganze Zeit uns. Weil die Eier können wir nicht resetten. Hörst du Gaming Musik? Ich höre Podcasts. Ich höre den Podcast We're Here to Help. Kann ich nur empfehlen. Sehr lustig. Das ist von... Einer von den beiden ist der Schauspieler von Nick aus New Girl. Und das Prinzip ist, dass Leute anrufen und ein Problem schildern. Und die helfen denen bei dem Problem. Was sehr lustig ist. Weil Leute haben sehr lustige Probleme. Sowas wie, meine Mutter hat Onlyfans. Was soll ich tun? Ja, 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 ja. Hör doch, Powerwolf. Denn Wut treibt an. Nee. Ich stehe wirklich nur die ganze Zeit da und hasse jedes Gefühl von Sport. Ich hasse es, dass meine Lunge sich quasi brennt. Ich hasse es, dass meine Muskeln anfangen weh zu tun. Ich hasse alles an Sport. Und das Problem ist noch eher, wenn dann da vorne jemand sitzt und sagt, mach, 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 mach. Dann mache ich es erst recht nicht. Also wenn da irgendwie so ein... Wenn ich zu einer Spinning Class oder sowas gehen würde. Erstmal... Entweder würde ich mich so schämen und nicht aufgeben, sodass ich umkippen würde. Ohnmächtig werden würde. Oder... Ich würde noch fünf Minuten sagen, ich gebe auf. Jetzt fühlst du dich zumindest fitter. Nope. Ich fühl mich genauso fit wie davor. Das ist ja das Problem. Ich fühl mich fit. Ich hatte früher oft Momente, wo ich mich krass unfit gefühlt habe. So, der Rücken hat weh getan. Ich konnte keine Stufe gehen, ohne nicht krass außer Gefecht zu sein und sowas. Aber irgendwie hat es irgendwann aufgehört. Keine Ahnung warum. Und irgendwann kommt es wahrscheinlich zurück. Tausendmal schlimmer. Aber... Ich fühl mich nicht schlecht ohne Sport. Und ich fühl mich nicht besser, seitdem ich Sport mache. Und das liegt vor allem daran, dass ich mich nicht extrem pushe beim Sport. Also ich schwitze wie ein Wasserfall. Deswegen ist es schon mal ein Zeichen, dass ich definitiv mich bewege und alles. Aber... Ich fühl mich nicht fitter. Ich fühl mich nicht stärker. Ich seh nicht stärker aus. Gar nichts. Weil ich halt nicht bis... Ich pushe mich nicht, bis ich kurz vorm Unfallen bin. Aber... Ich hab... Leichten Muskelkater jedes Mal. Das Beste am Sport sind die Rest Days. Ja, aber schau mal. Jeder Tag könnte ein Rest Day sein. Ist das nicht wundervoll? Das kommt ja nicht nach drei Monaten. Ich weiß. Es kann nach drei Monaten kommen, wenn du richtig krass bist. Also wenn du es dir richtig hart gibst. Dann sind drei Monate genug, um definitiv Fortschritte zu sehen. Ich mein, Schauspieler machen nichts anderes. Aber was die machen, ist ja... Nicht mehr menschlich. Aber klar. Mach daraus ein Familienunternehmen. Aus was soll ich ein Familienunternehmen machen? Manafi. Jetzt muss ich wieder dauernd hier auf den DS gucken. Reinigsee. Hallo? Hallo? Hast du beim DS zufällig Stufe 2 Tech Speed? Ich glaube, ich hab das eingestellt, oder? Hab ich's vergessen einzustellen? Ich dachte, ich hatte es eingestellt, als wir gestartet haben. Everything is a blur. Ich weiß es nicht mehr. Warum hast du keinen Schaden? Hab ich dich nicht angegriffen? Hä? Ich hab dich doch angegriffen. Ja, wo soll denn sonst der Volltreffer hergekommen sein? Hat mein Tackle nicht getroffen? Hat nicht Tackle 100%? Ich weiß, selbst 100% kann daneben gehen. Ein starre Lilly hat mich quasi umgebrocht. Fast. Ich hab zum Beispiel heute ein Restday, dann leider erst Sonntag wieder. Oder morgen. Nächste Woche Geburtstag. Dann hab ich 25 hinter mir und geh auf die 30 zu. Bruh. Ich geh auf die 40 zu. Chill. Chill. Du hast noch so viel vor dir. Mach daraus ein Familienunternehmen wegen Onlyfans. Das ist so, ja. Du bist dieses Jahr 39. Schau, beim Verox ist es schon vorbei. Für 40 siehst du immer noch recht jung aus. Ich bin nicht 40. Ich bin nicht 40. Ich bin nicht 40. Ich bin nicht 40. Ach Gott. Ich werde niemals 40 sein. Dino wird 40. Schau. Diesen halt. Meiner Meinung nach sieht es so wie 27 aus. Aber auch nur wegen Bart. Ohne Bart sehe ich jünger aus tatsächlich. Ich bin nicht 40. Vor allem umso kürzer der Bart ist, desto jünger werde ich auch. Aber sobald ich die Cap abnehme, werden 10 Jahre drauf gemacht. Wer von denen gibt mir jetzt einen Trank hier? Der da, ne? Nein. Wer von denen gibt mir einen Trank? Ach Gott. Tabaluga. Ich wollte nie erwachsen sein. Ist Peter Pan nicht der, der nie erwachsen sein wollte? Ah, hier. Nein? Gib mir auch keinen Trank? Irgendjemand gibt mir doch einen Trank hier. Aber wir werden die geschlüpften Eier wieder zu denselben Eiern. So ganz habe ich es noch nicht gecheckt. Ich starte... Schau mal. Ich zeige dir wie. Hier. Hier auf dem hier. Rechtser, rechter Bildschirm habe ich jetzt vier meiner Vieh-Eier, ne? Hier habe ich vier meiner Vieh. Eier ausgebrütet. Weg. Weg sind die Eier. Also weg sind die Manafis. Mit dem Wunder des Nichtspeicherns werden sie wieder zu Eiern. Ach, hast du jetzt an der Kasse die Macht, Leute nach ihrem Ausweis zu fragen? Sehr gut. So, und dann bin ich hier. Pass auf, pass auf. Ach, du setzt beides zurück? Nee. Und jetzt hier ist so, als ob nichts passiert wäre. Aber ich weiß, dass diese Eier nicht shiny sein können auf diesem Spielstand. Und jetzt gebe ich die Eier auf das Spiel gleich, dass ich gerade wieder neu angefangen habe. Somit habe ich hier eine neue ID. Ich glaube, ich brauche noch ein Pokémon. Noch zwei brauche ich. Wer gibt mir ein Ei? Äh, einen Trank. Peter Pan ist gruselig und böse. Hat Leuten die Fersen abgeschnitten, damit sie so groß wie Kinder bleiben. Die einzigen, die sich dagegen wehren, sind so angeblich böse Piraten. Hast du Gebrüder Grimms Peter Pan gelesen? Oder wo kommt diese böse Peter Pan-Geschichte her? Das ist wie bei jedem Disney-Film. Der Ursprung ist eigentlich voll asozial böse. Jetzt machen auch die vier Cartridges hin. Genau. Viermal Ranger. Vier Eier aufs Spielladen. Dann hast du vier Eier. Und die tauschst du dann einfach die ganze Zeit zwischen zwei frischen Spielen hin und her, bis irgendwann die ID stimmt und eins davon shiny ist. Das ist immer der Trade, den man mit Bart eingeht. Auf dem Kopf verliert man alles, aber dafür ist der Bart umso beharter. Ey, so wenig Haare, wie ich auf dem Kopf habe, sollte ich definitiv einen dichteren Bart haben. Mi, 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 mi. Los, Cellast. Survive. Kannst, Stachelily, kannst du auch heulen? Nein, Stachelily, nein. Why you hate me? Ich bin gar nicht zu dem Typen mit dem Trank gekommen, weil nur wilde Pokémon kamen. Geil, jetzt bin ich auch noch davon gelaufen. Bist du der Mensch mit dem Trank? Tatsächlich. Hätte ich dich mal zuerst angesprochen. Oh, der Labrador war ganz schön viel. Jetzt muss ich schon wieder Geld wegen dir ausgeben. Willst du das auch machen? Oh, warte mal. Der Sound von dem GBA ist ja... Mit 45 kommt dann das Kratos-Cosplay, deswegen auch das Gym-Training. Mhm. Mhm. Ich mach keinen... Ich zwing mich nicht zum Sport, um gut auszusehen. Ich will nur nicht im Alter mich nicht mehr bewegen können. Ich hab sowieso schon Rheuma. Ich sollte so viel mehr machen, um in 30 Jahren nicht wie der Glöckner von Notre Dame rumzulaufen. Ich sollte eigentlich Yoga und Pilates oder sowas machen. Sollte, sollte, wie der Pfarrer Nolte, aber ich mach das alles erst, wenn es zu spät ist. Das letzte Human Way. Okay, ich hab 5 Pokémon. Let's go. Hab ich 5 Pokémon? Lieber checken. Mein Rücken ist auch schon RIP, aber die beste Motivation. Ja, ich brauch irgendwie so einen Arzt, der sagt, wenn sie jetzt nicht Sport machen, dann sind sie in 3 Jahren tot. Und dann so, oh, damn. Okay. Motivation. Bum, bum, bum. Sind wir echt erst bei 24? Das schockt mich ein bisschen. Wo hab ich keine Eier? Hier. Wäre das dann Motivation, Sport zu machen oder keinen Sport zu machen? Vielleicht wäre es auch die Motivation, jedes Spiel, Film und Serie auf der Welt anzuschauen, bevor es zu Ende geht. Habt ihr euch das noch nie gefragt? Was würdet ihr tun, wenn ihr nur noch ein Jahr hättet? Würdet ihr die Welt bereisen? Also ich würde versuchen, jedes Land auf der Welt zu sehen. Und dann, oh, warum hat der nicht geantwortet, was? Warum hat dieser eine Mensch hier nicht geantwortet, der ich bin? Dann würde ich versuchen, jedes Spiel und jeden Film anzuschauen und jede Serie, die ich noch anschauen will. Und dann wäre es schon vorbei. Ich würde meinen Receipt resetten. Okay. Ich muss den Spielstand neu laden. Ich würde auf jeden Fall die Welt mal bereisen, aber erst in meinen 3-Scan. Warum erst dann? Ich dachte, dein Rücken ist im Arsch. Das, das, das. Königin und Shiny handen. Weltreise. Du hast dir ein Walking Pad gekauft? Habe ich mir auch immer überlebt. Ich meine, ich habe hier ein Standing Desk. Und jetzt wird es irgendein Idiot einsetzen, weil ich es gerade sage. Ich habe ja sogar einen Tisch, an dem ich mich stellen kann. Benutze ich es? Nein. Bin ich sauer, wenn Leute es einsetzen? Ja. Gegen Räumer hilft Brennnesseln? Ich spüre nichts von meinem Räumer, zum Glück. Aber irgendwann wird sich das ändern. Ich würde nie erfahren, was das One Piece ist. Das One Piece ist die Freundschaft, die die Nakamas zwischen sich gemacht haben auf dem Weg. Das wissen wir doch alle. Ich würde meine Bucketlist an Achterbahnen noch abarbeiten. Meine tausendste Bahn möchte ich noch schaffen. Du hast eine, du hast eine Liste an Achterbahnen, die du schaffen möchtest, die du, die du fahren möchtest. Bist du so ein Achterbahn-Fan? Ey, bei der Menge an Achterbahnen, die du dann fährst, da kann man doch noch irgendwann Pech haben, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, never. Ich habe früher Achterbahnen gemocht. Inzwischen sage ich mir aber, das lohnt sich nicht. Ich soll mir so ein Laufband holen? Nee, weil, also ich, es gibt ja Streamer, die das haben. Und ich finde das so kacke, denen zuzuschauen. Weil es ist ja kein gechilltes Gehen. Es ist ja, ne, alles bebt, alles, du hörst es, es macht klopp, 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 klopp. Es macht wuuuuh. Vielleicht gibt es extrem stille Laufbänder. Aber die kosten wahrscheinlich zehnmal so viel. Hunger hat das. Da habe ich es noch nicht gesehen. Aber bei denen, denen ich es gesehen habe, war das so was von anstrengend, denen zuzuschauen. Weil es ist auch nicht gechillt, jemandem zuzuschauen, der die ganze Zeit geht. Vom Geräusch und vom Visuellen, die ganze Zeit dieses Wumm, 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 Wumm. Und darauf an natürlich, wie energisch du gehst. Du hast 760 verschiedene Achterbahnen schon probiert. Hast du das geschafft innerhalb Deutschlands oder Europas? Weil in Deutschland gibt es nicht 760 verschiedene, oder? Und was zählt als Bahn? Es müssen Gleise sein, oder? Also jetzt zum Beispiel Wildermaus zählt, aber hier, Geisterbahn zählt nicht, oder? Schwebebahn U-Bahn S-Bahn Bei Nioh Gott, dieses Verbindung wird hergestellt, es dauert so lange, muss ich mir meine Hand wegtun, dass es schneller geht? Hallo Blue Master Die Bimmelbahn Als Kind habe ich immer die höchsten Achterbahn-Videos gesucht Die höchsten Achterbahn Autobahn Papierbahn Flugbahn Bimmelbahn Palim Palim Da sind sich viele uneigentlich Grundsätzlich muss es Sheen haben und von eigener Energie wieder in die Station finden Es gibt aber immer Ausnahmen Oh Gott, da gibt es sogar Lore drüber Okay, okay, okay Ich habe gar nicht gewusst, dass es es gibt Rollercoaster Tycoon 3 auf der Switch Ich frage mich aber, ob das geil ist nicht am PC zu spielen So, das war das Die Eier sind jetzt Links Ja, links sind die Eier Das heißt, hier kann ich rausgehen Genau, hier kann ich raus Verbindungsfehler Ist das einmal eigentlich okay? Ist das blöd mit Verbindungsfehler? Ja, hier geht Hallo? Sag mal Gedrückt Hallo Daniela Immer solche Art von Games am PC spielen? Schon, gell? Ich hasse es am PC zu spielen Also Hauptsächlich wegen Tastatur Ich hasse es einfach mit Tastatur zu spielen Es gibt einen Controller und ich spiele auch am PC Klar, aber Das Problem ist, dass man spielt ja am PC Um eine Tastatur zu benutzen Hallo Sakura Kegelbahn Rollercoaster Tycoon ist so geil Aber eigentlich Toast-Ö Coaster Tycoon Ne, Coaster Planet Soll doch eigentlich Aber Rollercoaster Tycoon war glaube ich halt noch mehr verspielt einfach So Planet Coaster ist dann schon halt eine Simulation fast schon Einfach Ich schätze mal die Leute haben immer noch mehr Spaß mit Rollercoaster Tycoon Ich mache vier Eier gleichzeitig Warum nur zwei? Das ist das erste Okay, wir haben zwei Leute gefunden Die lieben Achterbahnen Ich habe zwei Bildschirme, ja Ich habe sogar vier Bildschirme vor mir Ich habe mal ein Video Von Meat Canyon gesehen Wieder in Amerika Die Achterbahn Unfälle durchgegangen ist So die größten Und da Also ich habe schon ewig Keine Achterbahn mehr gefahren Ich habe keinen Schiss davor Aber jetzt habe ich auf jeden Fall Schiss Davor in Amerika Achterbahn zu fahren Weil die da sowas von Nicht so genau glaube ich sind Wirkt zumindest so Aber ich habe einfach nicht so einen großen Nutzen Das ist zwar ganz schön Aber das Schlimmste ist einfach Wenn du eine Stunde anstehen musst Für 30 Sekunden Wuuu Und meistens bin ich auch zu groß Für die Fahrgeschäfte Ich hatte Ich weiß noch Ich bin als Kind immer saugern Topspin gefahren Auf dem Oktoberfest Also es ist das wo du quasi So einer riesigen Reihe Nebeneinander sitzt Mehrere Reihen Nach hinten Und zur Seite Und dann halt dieses Ding Sich so Wuuu Bewegt Und dann kommt Wasser von unten Und so Das war cool Das geht auch echt lang Und du musst nie anstehen Aber Irgendwann war ich zu groß dafür Und dann stand da maximal 1,90 Und ich so Ah 92 Wird schon nicht so schlimm sein Gehe ich rein Oh mein Gott War das schlimm Die kommen ja dann so Und drücken das Ding nochmal fester Und das Problem ist Wenn du halt Zumindest bei dem war das so Da steht maximal 1,90 Und das Problem ist nicht Dass du dann irgendwie Ein Buckel machen musst Sondern diese Dinger Sind ja so gemacht Dass du wirklich so Gerade drin bist Und wenn die dann nochmal kommen Und das nochmal drauf drücken Dann ist es nicht so Dass du irgendwie so machst Sondern das Ding drückt Von oben runter Das heißt es staucht Es hat wirklich meine 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 Wirbelsäule Dann so zusammengestaucht Weil einfach Zwei Zentimeter zu viel waren Und ich weiß Diese Fahrt geht irgendwie Drei Minuten Das war drei Minuten lang War ich so Über die ganze Zeit so Oh Es tut so weh Es tut so weh Es tut so weh Danach bin ich nie wieder gefahren Zumindest Ja Und ich weiß auch noch Dass ich einmal In Spanien In Barcelona Irgendwo In einem Freizeitpark war Und die hatten so eine Holzachterbahn Und Holzachterbahnen Sind ja dafür da Ach der B gedrückt Weil A nicht geht Ich muss auf okay gehen Okay Wir haben wieder was gelernt Nach drei Vier Stunden Ähm Und Holzachterbahnen sind ja Dafür gemacht Dass sie rütteln Naja deswegen fährt mehr Holzachterbahn Das ist Sie sind ja unbequem Gemacht Das rütteln Ist ja der Spaß Und Auch da Da stand nicht Dass ich zu groß Dafür bin Aber meine Knie Waren halt ständig Vorne Sind halt Haben halt Vorne berührt Und wenn dieses Ding Da losgefahren ist Und dann auch so Zwei Minuten Meine Knie Wurden Maltretiert Auf dieser Achterbahn Ich glaube ich Seitdem bin ich nie mehr Wirklich Achterbahn gefahren Ich bin zu groß Suffering Wie groß bist du denn bitte Ich bin 1,92 Ist jetzt nicht so groß Achterbahn Trauma Nee Aber seitdem Hab ich halt nie wirklich Also den Spaß Den du hast Der ist halt nicht So groß Dass ich das eingehe Dass es vielleicht Unangenehm ist Die zwei Male Waren halt Schmerzhaft Und meistens Das ist halt Finde ich Mehr unangenehm Als dass es cool ist Und dann muss er Noch eine Stunde Anstehen Ist jetzt nicht so groß Ich bin 1,73 Ja das ist das klein Musst du dich dücken Um durch Türen zu gehen Nein In anderen Ländern Vielleicht Aber selbst Japan Ging ganz okay Aber Keine Ahnung Wenn du in so Festungen gehst In irgendwelche Mittelalter Festungen Oder Klar Aber da muss sich so gut wie jeder Ducken Ich bin nicht 2,10 Meter Gibt es von dir Real Life Bilder Mit Ganzkörper Auf Instagram Zum Beispiel Gamescom Ähm Du kannst mal Instagram anschauen Guck doch Ich glaube schon Dass da Ganzkörper Bilder sind Dafür müsstest du wissen Wie groß Die um mich rum sind Leute 1,92 Ist gar nicht so ungewöhnlich Ne Es ist Vor allem Deutschland Selbst Japan Zum Beispiel In China Bin ich mir sehr groß Vorgekommen Japan hat sehr viele Große Menschen In Japan Hat auch keiner Zu mir hochgeguckt Oder sowas Das war alles Japan Sind die Menschen Echt nicht so klein Zum Beispiel Wie ich jetzt gedacht Hätte Weil Leute mal sagen Klein Muss jetzt mal ein Kompliment loswerden Ich bin zwar selten im Stream Aber deine Stream Stream sind sehr Meditativ und beruhigend Bist du gerade bei so Einem Moment da Ja Das ist doch schön Das ist doch schön Keine Angst Wir haben auch andere Momente Wo ich Leute nur Beleidige Aber danke Dein Monster Hunter Spielstand ist hin Sicher Hast du keinen Cloud Spielstand Hast du nichts Irgendwie Was anderes In Japan In Japan haben sie Godzilla gerufen Wenn sie Leo gesehen haben Das haben sie Tatsächlich gemacht Bei Hassan Als Hassan Paika In Japan war Da gibt es Ein Clip Wie jemand Sag Oh Gojira Aber ich stand Schon mal Neben Hassan Auf der TwitchCon Und der ist Zwei Meter Der ist nochmal Kopfgrößer Und auch Kräftiger als ich Also der ist Bei dem kann man sagen Okay fuck Du bist groß Aber der ist auch Zwei Meter Bei mir hat das Niemand gesagt Ja Kaka Sakura Wieso passiert Denn sowas Bye Anne Dann reparier doch Deine Arme müssen In der Holzachterbahn Drin bleiben Damit es Echt Ich bin kein Mensch Also in der Achterbahn Habe ich noch nie Meine Arme ausgestreckt Ich finde das Ich weiß manche Leute Lassen dann los Und das ist dann das coole Sich so frei zu fühlen Aber ich finde das creepy Ich habe da viel zu viel Angst Dass meine Arme Irgendwo ankommen Dran stoßen Oder sowas Das wird doch sicher Da Das war so ein Fall Oh mein Gott Aber ich wiederhole es gar nicht Es gibt schreckliche Achterbahnunfälle Wenn man sich da mal Reinliest Aber macht es nicht 100 Mal Nafi Auer Andi Nice 8% Nee Weniger 10% wären 800 Oh Gott Oh Gott Flash Irgendwann Wenn du schon sagst Dass du es cool findest Wenn der Bügel So ein bisschen locker ist Boah ich weiß noch Ich war auch einmal In so einem Ich glaube Breakdance Heißt es auf der Wiesen Wo du einfach nur So in so einem Kleinen Waggon Bis eingeschnallt wirst Und dann drehen Die Dinger sich In alle Richtungen Breakdance Glaub ich Hieß das Und ich weiß noch Dass mein Ding Nicht fest angezogen war Und bei jeder Bewegung Gewackelt hat Das heißt Ich bin immer so Keine Ahnung 5 cm 10 cm So dieses War so Luftspielraum Und ich hab mich Wirklich Das war so ein Gefühl Ich klammer mich An mein Leben fest So Dass ich Selbst wenn das Ding Locker ist Dass ich mich noch Festhalten kann Ich hab mich quasi An der Bahn festgehalten Das war ein schreckliches Gefühl Bis wann geht der Stream Mir fällt keine dumme Antwort ein Wobei die Antwort Die ich gebe Ist schon immer dumm Bis ich aufhöre Warum ruckelt das Spiel Was Ist eigentlich der Sound Das Spiel ruckelt Ich glaube es liegt daran Schön oder Ich glaube das liegt daran Dass ich diese zweite Kamera Eingesteckt habe Und dann hat das USB Ding Nicht mehr genug Power Und dann fängt es an zu ruckeln Geil oder Das fixen wir bis morgen Hab ich schon 4 ausgebrütet Oh wir haben schon 4 ausgebrütet Okay Check Wir haben Nicht shiny Nicht shiny Nicht shiny Nicht shiny Plus 4 So ein Reset Machen wir noch Und dann habe ich Hunger Ich bin halt klein Und sehe nicht oft Leute Die 30 cm größer sind Als ich Ja du musst halt hoch gucken Ist schon klar Dass du sie nicht siehst Das geht mir bei dir auch so Ich habe das Gefühl Dass ich nicht so groß bin Weil ich sehe halt Die kleinen Leute nicht So dumm Für mich ist immer verstörend Wenn ich Leute treffe Die größer sind als ich Weil es selten vorkommt Und das ist echt ein komisches Gefühl Hochschauen zu müssen Das hatte ich doch letztens erst Wo war das Ah ja bei Runny Also ich Runny kennengelernt habe Runny ist größer als ich Runny war so Oh Das war seltsam Hallo GaliTube Das verstehe ich nicht Sakura Also du brauchst auch nicht erklären Weil ich habe keine Ahnung Von Monster Hunter Aber eigentlich hast du ja Nicht nur den Monster Eigentlich der Monster Hunter Save ist ja auch in der Cloud Aber du hast ja auch Achso du hast kein Playstation Plus In Playstation Plus Wird jedes Spiel In die Cloud geladen Von Playstation Plus Und wenn du das hast Da sollte eigentlich Ein Save drauf sein Der Noch älter ist Was machst du eigentlich Wenn du ein anderes Shiny findest Behältst du es? Ich glaube ich kann es nicht behalten Wie soll ich das denn behalten? Kommt drauf an Zu welchem Punkt es kommt Aber es gibt kein Shiny Das ich Also es wäre cool Und ich würde sagen Auf jeden Fall So quasi Natürlich wäre es Ein schöner Clip Und so Ein schönes Andenken Aber ich habe nicht Wirklich ein Traden Ja aber Es kommt drauf an Zu welchem Zeitpunkt es kommt Aber es muss ja Auf dem Spielstand kommen Wo ich Noch nicht das Manafee Ausgebrütet habe Stimmt Dann könnte ich es einfach Traden auf Platin Zum Beispiel Also wenn es jetzt kommt Habe ich da Kein Manafee Ja dann Traden wir es einfach Auf Platin Und dann kann ich es Auf Bank packen Kein Problem Stimmt Starter könnte ja auch Shiny sein Schlechteste Änderung in Gen 4 Wenn man gegen ein Schild rennt Liest man es Warum Lass mich doch A drücken Um es zu lesen Wenn von YouTube hier Wollen mir seit Wochen Nur noch deine Videos Vorgeschlagen werden Und die mir mies geholfen haben Danke dir für die Nice Videos Gali Gerne Bei was haben sie denn geholfen Boom Mein Mathelehrer in der 5. Klasse war so groß Glaube auch an die 2 Meter Oder knapp drunter Konnte das damals Nicht so einschätzen Das finde ich auch Ein interessanter Gedanke Wenn man versucht Zurückzudenken An so keine Ahnung Als man in der 5. Klasse war Ich meine Wir alle waren ja mal 1 Meter groß 1,20 Meter groß Ich kann mich Nicht mehr erinnern Wie das war Auf der Höhe zu sehen Meine Erinnerungen Sind alle quasi so Wie ich heute sehen würde Ich kann mich nicht Daran erinnern Zu einem Erwachsenen Hochzuschauen Das ist quasi Meine Erinnerung Ist zwar damals Aber Mit den Augen Die ich jetzt habe Oder auf Homeladen Ja davon reden wir Einfach auf Homeladen Ich habe schon Auf alle hinabgeschaut Nein Ich weiß noch Dass ich immer Nicht groß war Meistens sind ja auch So in den unteren Klassen Die Mädels größer als einer Als man selber Und dann kommt halt Die Pubertät Und ich habe einmal In einen Sommerferien Ich weiß ich nicht Wahrscheinlich so 6. auf 7. Klasse 7. auf 8. Klasse Oder so Da bin ich 20 cm gewachsen Und das tat so weh Wir armen Männer Ich glaube Frauen Können auch Wachstumsschübe haben Aber das war schrecklich Es tat so weh Ich bin 20 cm gewachsen Quasi in 6 Wochen Oder 2 Monaten Oder was das ist Und dann waren wirklich Ich kann mich noch Genau daran erinnern Dass eine Aus unserer Aus meiner Klasse Zu mir her kam Und gesagt hat Wow Weil die hat davor Auf mich runter geguckt Und dann hat sie Zu mir hoch geguckt Und es waren nur Sommerferien dazwischen Und das nur Dank Fruchtzwerge Benjamin Button Nur mit Körpergröße Okay du redest Von meinem alten Kanal Gallytube Du redest nicht Von meinem Pokémon Kanal Dankeschön Dass du die Videos guckst Bin selber knappe 2 Meter hoch Oh nein Ich muss zu dir hochgucken Fruchtzwerge Ey das ist doch eine Studie wert Alle großen Leute fragen Ob sie Fruchtzwerge In der Kindheit gegessen haben Meine war so schmerzhaft Ey du liegst im Bett Für 2 Monate Und du hast So wie wenn man krank ist Gliederschmerzen ohne Ende Und dass es halt Wirklich Gliederschmerzen sind Weil alles einfach nur wächst Ich glaube ich habe deswegen auch Ich habe an den Knien So 2 Narben Und ich glaube das sind Wachstumsnarben Exakt symmetrisch Auf den Knien So eine weiße Linie Weil da natürlich sehr viel Gezogen wird Beim Wachsen Keine Ahnung Ich habe Fruchtzwerge gegessen Und ich bin nur in die Breite gewachsen Verdammt Das Studie wurde jetzt schon Widerlegt Marco hat jetzt schon Studie widerlegt Verdammt Ich habe welche an den Beinen Solche Linien Oberschenkel Ich habe wirklich nur Knie Ich habe mich immer gefragt Ob das vielleicht Als Kind Dass ich da drauf gefallen bin Aber das wäre sehr seltsam Weil ich habe sie exakt symmetrisch Ausnahmen bestätigen die Regel Nein Wenn dann alle Ich habe aber auch Fruchtzwerge gegessen Und bin nur 1,70 Vielleicht habt ihr alle Das Rauchen angefangen Mit 10 Ich habe gehört Das soll Problematisch sein War halt eine Bordsteinkante Genau Nein 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 Mit 12 Uh Wenn das stimmt Das kann mit 14 Der rote Jay Okay Aber du bist groß geworden Mit 13 das Saufen Ich glaube halt wirklich Dass das ein Grund sein kann Ich habe das erste Mal Eine Zigarette geraucht Mit 17 Und da war ich schon So groß wie ich jetzt bin Ich glaube mit 16 Oder 17 Sind wir zum Arzt Und haben aus Interesse Ein Röntgenbild gemacht Von der Hand Weil daran kann man sehen Ob man ausgewachsen ist Ob so ein gewisser Knochen Schon zusammengewachsen ist Oder sowas Und dann haben wir ein Röntgenbild Von meiner Hand gemacht Und dann hat er gesagt Ja, ausgewachsen Dann wieder so Gott sei Dank Und ich glaube Das war so mit 16, 17 Und dann habe ich angefangen Zu rauchen Ich glaube das ist schon Ein Problem Wenn man als Kind anfängt Soll Also das sagt man doch immer Oder Dass das Wachstum Hemmend ist Und natürlich Genetisch Aber ich bin größer Als beide meine Eltern waren Brauchst du denn noch? Nur im Urlaub Also nur wenn ich Nicht in Irland bin Weil Irland kostet Die Schachtel 17 Euro Und 17 Euro Zahl ich niemals Ich bin 1,92 Hypophysen Deine Mutter hat dich Deine Größe gekostet Kielbrust? Was ist denn eine Kielbrust? Ich lerne so viel Wie teuer ist das Bier in Irland? Da habe ich letztens Eine Umfrage zu gesehen Weil Die Bierpreise wurden angehoben Und dann gab es Interviews auf der Straße Was die Leute für faire Preise hielten Also wir reden vom Lokal Im Laden weiß ich nicht Keine Ahnung Ähm Und Moment Und die meisten haben gesagt A Fiver A Fiver Wäre Fair Ein Fiver würden sie noch fair finden Also 5 Euro für ein Bier Für ein Pint Und ich glaube nämlich Die Preise wurden angehoben Auf geschlagene 7,50 Weswegen die Leute Extrem Auf die Straße gehen Nein Sich beschweren halt Irgendwie 7,50 Für ein Glas Guinness Oder so Im Pub 5 Euro für ein Glas Guinness 8 Euro für 0,3 Das wirkt zu viel Ach das Ding an deiner Hand Das gemessen wurde Ah so nennt man es Hypophysen Okay Ich muss was wieder mal so machen Dass ich Ähm Oben Ne Unten hier Unten Oben Schweiz ist schon teuer Ja klar Schweiz ist noch mal Noch neu teurer Hab nie Obwohl beide Eltern und Freunde rauchen Bin trotzdem nur 1,8 groß Vielleicht hat dich das so gestört In der Kindheit Dass du erst recht so ne Raucherhass entwickelt hast Was denkst du wie groß der Umfang der Erde ist Frag für ein Freund Er hat 20.000 Kilometer Ne 40.000 Quatsch 40.000 Oder Waren es 20.000 Oder 40.000 Umkreis der Erde Ich glaube 40.000 Kilometer By the way Es kommt nicht darauf an Was denkst du wiederum Ich weiß es Nein Ich weiß es nicht Was ist die Antwort Hier zahlst du für eine Flasche zu trinken Im Restaurant 8 Euro Eine Flasche Bier 8 Euro Ja Klar Zahlst 2,50 Für ein Bier im Supermarkt Oh Ich will jetzt wissen Was unser Was der Erdumfang ist Hallo Komet Du musst doch jetzt auflösen Auflösen Eva Drei Shinies Nö Das ist Das ist Das ist Die Ich habe die alte Zahl gelassen Das ist Seit Ich habe es nicht Auf null gemacht Zwei Eva Hier sind fünf Dankeschön Also der Zettel Für deine fünf Dankeschön Okay cool Ich weiß nicht Hier war niemand Auf hier drauf Dich muss ich verschicken Dich muss ich verschicken Frank nicht Euro Das ist das gleiche 40.000 Kilometer Hallo Wer von euch weiß Aus dem Stegreich Ich habe 20 40 Aber ich war auf 40 Ich habe gesagt 40 am Ende Schau 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 Allgemeinwissen Ne Ich weiß noch Das war letztens Letztens war das Irgendwo Auf TikTok Oder sowas War die Frage Und dann hat eine Person Irgendwie 5000 Und dann dachte ich mir Oh Gott bist du dumm Und dann habe ich nämlich gesagt 10.000 natürlich Und dann war die Antwort 40.000 Und daran habe ich mich Daran erinnert Es war vor einem Monat Oder sowas Ich wusste zufällig noch 40.000 So letztes Du Und Du Die brüten wir jetzt noch aus Und dann Verlosen wir zwei Shinies In Pokémon Home Die ich doppelt habe Ausrufezeichen Daily Ihr könnt euch schon mal Was aussuchen Zwei Leute von euch Werden ein Shiny Von mir kriegen Wenn ihr es denn wollt Danke Mina Hallo Dann ist Schluss Dann esse ich was Und morgen Mittag Kommt das neue YouTube Video Auf YouTube raus Auf YouTube YouTube Video Es geht über den Pokerus Was ist der Pokerus Was war einmal der Pokerus Warte ich Hier sind jetzt die Eier drauf Das heißt Ich kann dich Resetten Dann kommt der Verbindungsfehler Das ist aber okay Und ich glaube Dann mache ich ehrlich gesagt Dich aus Und wir brüten die Eier Schnell hier aus Ich nehme nun Shiny Manafi Falls es zwei Im selben Vierer Set sind Was? Es können nicht Zwei im selben Vierer Set sein So funktioniert diese Shiny Hand nicht Manafi ist Shiny Wenn es die gleiche ID hat Wie mein Account Es ist unmöglich Dass ich Zwei Manafis habe Die die gleiche ID haben Hätte ich quasi Einen Klon Nicht wirklich aber Oder? Hätte man da einen Klon? Weil die ID Gibt an Was es für ein Manafi ist Ich glaube es ist kein Wirklicher Klon Weil ich glaube nur Die letzten vier Stellen Vom Code müssen stimmen Es ist kein kompletter Klon Aber ja Die Wahrscheinlichkeit Dass ich zwei Manafis habe Ist weit über 1 zu 8000 Es ist schier unmöglich Dass ich zwei gleiche Manafis habe Wenn es Zufall Die selbe ID ist Ja aber dass ich Ich habe nicht Jedes von meinen Manafis Ist komplett anders Es ist kein Klon Weil es nicht jede Zahl Muss übereinstimmen Aber Es ist sowas von unmöglich Schaffen wir noch 15 Suns zu verschenken Subs Du das Das wisst nur ihr Hast du ein männliches Kloptypus Ich finde einfach keins Äh Musst du gucken Guck die Liste an Ob da ein Kloptypus ist Sagt die ID auch Was für ein Wesens hat Und welche Stats es hat Ja die Secret ID Also die versteckte ID Die komplette ID von einem Pokémon Sagt alles über das Pokémon aus Keine Ahnung Die Der dritte und vierte Die dritte und vierte Nummer Sagen welches Wesen es ist Die fünfte und sechste Nummer Sagen Welche KP es hat Und so weiter Ich meine es ist eine Sechzehnstellige Zahl Dann in Verbindung mit Irgendeiner Rechnung Mathematik und sowas Kommt halt dann raus Wie viele Welche Stats es wie wo hat Danu Warum Die Schweizer Die Schweizerin Danu Die übrigens Eins von diesen Manafis mir geschenkt hat Eins von den Ranger Spielen Wo ich das Manafi iPhone habe Hatte Danu mir geschenkt Danu Dankeschön Für 10 Subs Hier Danke Für diese 10 Fetten Subs Ich nehme alles Was deine OT hat Okay Nicht viele also Dann nennst du wahrscheinlich Auch Danu Ich weiß nicht mehr Welches von den Eiern Deins ist Das wäre natürlich interessant Welches von welcher Cartridge kam Aber keine Ahnung Kann das Manafi auch Ein Square Shiny sein Jedes Shiny kann Ein Square Shiny sein Ist einfach nur Ein bestimmter Wert Im Code Aber nur Schwert und Schild Können Square Shinies anzeigen Deswegen ja Es kann Square Shiny sein In Schwert und Schild So Ich glaube das war Nummer 2 Alpollo Ob das meine OT hat Weiß ich nicht Das gucken wir gleich nach Vielen Dank Danu Wozu Square Shiny einfügen Und nicht weitermachen Das verstehe ich auch nicht Das ist so seltsam gewesen Weil es war echt cool Danu Da habt ihr es Wir verschenken 3 Shinies Weil Danu Uns 15 Subs geschenkt hat Wir verschenken 3 Shinies Aber 3 Shinies zu gewinnen Ist schon mal Höhere Wahrscheinlichkeit Danu Dankeschön Für 5 Subs I love Zettel Ich hoffe die werden Eingeschweißt Und an die Wand gehängt Dankeschön War das schon viel? Oh ja Der Knaller ist da Knaller im Hintergrund Hallo Knaller Ein Manafi Nein Zweites Manafi Nein Drittes Manafi Nein Viertes Man 1 2 3 4 Oh waren schon 4 Wie waren das denn jetzt schon 4 Okay keins davon ist Shiny Plus 4 Sind bei 32 Das dauert lang Aber ich habe auch viel verkackt Natürlich Das geht auf jeden Fall schneller Aber Mann Oh Mann Oh Mann Das ist eine Shiny Hand Ich glaube morgen machen wir wieder Gen 5 weiter Und dann Am Freitag machen wir wieder Manafi Raus Raus Wir könnten schon bei Odd sein Hätte ich mich nur angeschränkt Du hast eine 1 Na klar Einer der ersten Subs hier Dankeschön Dano Für 400 So wir gehen rüber Zu Home Ich starte das Giveaway Ihr könnt bei einem Giveaway mitmachen Jeder darf mitmachen Aber bitte macht nur mit Wenn ihr euch einen Shiny aussucht Wenn ihr das Shiny erhalten könnt Wenn ihr Nintendo Online habt Denn wir müssen das Shiny jetzt tauschen 3 Leute ziehe ich Das heißt eure Chance ist relativ hoch Ein Shiny von mir zu kriegen Das sind Shinies von mir Und anderen Leuten Aber ihr könnt natürlich Ich zeige euch welche es sind Und ihr könnt dann aussuchen Eins was von mir ist Oder es ist euch egal Aber Giveaway geht jetzt los Ausholzeichen Giveaway Dann kommt ihr auf die Liste Ihr braucht es nur einmal machen Keine Angst Technik funktioniert Solange ihr es richtig schreibt Und da ist unser Schwert und Schild Hier ist übrigens ein wunderschönes Ditto Das ich für den Pokerus benutzt habe Und hier ist unser Home Drei Knaller Ist in den drei Das von Montag dabei Was war Montag nochmal Achso Nee die sind noch auf der Bank Ich habe sie schon auf die Bank übertragen Aber die sind noch nicht in Home Nee Die sind ja auch nicht von mir Zum Beispiel So wir gehen hier nochmal durch Kamera aus Und bitte Ausholzeichen Daily Da habt ihr auch ein Bild Von den Shinies Aber hier sind nochmal Die Die ich alle doppelt habe Und nicht mehr brauche Wenn ihr euch eins ausgesucht habt Gehen wir drauf Und ich zeige euch Ob es von mir ist Oder von wem es ist Deswegen habt vielleicht eine Auswahl Bisher sind 21 Leute Eure Chance zu gewinnen Ist 1 zu 7 somit Eure Chance zu gewinnen Ist 1 zu 7 Stimmt das? 3 zu 21 Ist 1 zu 7 Ja 3 zu 21 Eure Chance zu gewinnen Ist 1 zu 7 Das klingt viel zu gut Kann nicht sein Danke Carmine Dass du einen Sub geschenkt hast Die nicht Okay Das heißt Ich drücke es aufs Knöpple 22 Leute Wer Ist die erste Person Hikaru Hikaru Welches willst du? Wir suchen zuerst aus Und dann Ziehe ich die nächste Person Hikaru Huhu Hast du dir was ausgesucht? Vielleicht Vielleicht eine Wampel Vielleicht Ein Cravaloro Ein Parmo Ein Hatsune Miku Corvenite Du hättest gerne ein gelbes Cravaloro So einfach So fix Hast du Sanft oder Solo Die sind beide von mir gefangen Beide weiblich Sanft oder Solo Ist das dir egal? Ich glaube ich habe nicht mehr Ich würde so gerne wissen wie das Programm heißt Was in deiner Taskliste zwischen Speakerbot und Playback ist Speakerbot und Playback Achso Das ist das Programm Von Murky Mit dem man einen 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 Mit sowas nervst du nicht Das ist tatsächlich eine gute Frage Damit Damit zeige ich das Bild an Von meinem 3DS Das brauchst du um Hier Hier Das ist Da kommt das Bild von der Capture Card Von meinem 3DS dann Das ist die Software die du benutzen musst Sonst hast du ja kein Bild vom 3DS Weg damit Das ist egal Okay Nächste Person Die ein Shiny bekommt Also Hikaru Bitte in Kamsin Oder Popo online gehen Und Auf mich warten Die zweite Person Die ein Shiny bekommt heute Ist Mauri Racing Du hast letzte Woche schon gewonnen Was ist da denn los? Mauri Mauri Was willst du? Willst du dein Donfarn zurück haben? Willst du Ein Paragoni Ah ja Pupanze Pupanze Woher Ah ja Ich glaube das habe ich in Schwert und Schild gebreedet Das kam eins zu viel raus Wo ist Pupanze 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 Ich finde es nicht Es sind zu viele Es ist nicht grün Ich finde es nicht Schon zweimal vorbei Glaube ich Weil ich bin schon zweimal durchgegangen Ich finde es nicht Ah da Ja das ist von mir Schwert und Schild Überball jetzt nicht unbedingt schön Aber okay Dann ist das für Mauri Und die dritte Person Und die letzte Person Ist Hikaru zockt Okay wir müssen nochmal drücken Das zählt natürlich nicht Okay der wählt einfach nochmal aus dem gleichen Pool aus Äh die letzte Person Ist Anubis Redemption Arc Anubis Jetzt hoffentlich zu Hause Und kann tauschen Anubis Was willst du Was hättest du gerne Glomanda Äh Ich habe dieses Glomanda von Toni Falls dich das nicht stört Das war letztens jemand Und der mir Genau wir haben Toni Toni hatte ja gewonnen Da wo du nicht zu Hause warst Hat Toni dann gewonnen Und hat mir dieses Glomanda gegeben Wenn du das willst Ansonsten hatte ich glaube ich Hatte ich noch ein Glomanda Ich hatte glaube ich ein Glurak Aber ich glaube das tausche ich nicht Das Glurak ist hier Ne das tausche ich nicht Das ist ein Glurak Ja genau Entweder das eine Glomanda Was von Toni ist Oder Du suchst dir was anderes aus Wenn das Glomanda okay ist Dann sollten wir jetzt alle Ah Pupanze Du Sack Mauri Pupanze ist nicht in Kamsin und Popo Ne Müssen wir jetzt wegen dir In Schwert und Schild gehen Extra kurz einmal Okay Aber Glomanda ist in Kamsin und Popo Ist Wurfels von dir? Ein Wurfels ist von mir im Tauchball Nicht das Event Wurfels Das ist Munterkeit Und ein anderes Wurfels auch von mir Beide heißen Lea Die sind beide von mir ja Aber es ist ein normales Wurfels Das wird nicht zur Zwielicht Version Shiny Diox ist im Pokéball gefangen Das beim ersten Anklicken Shiny war Und auch noch das Giveaway gewonnen Zweimal Einmal Gerne Wurfels Okay Dann können wir das in Kamsin und Popo reinhauen Okay wir machen zuerst das Wurfels Und das Was war das andere? Das Wurfels und das Äh Warte ich weiß es ohne hinzuschauen Ich weiß es Das Wurfels und das Alter Das Wurfels und das Warte ich weiß es gleich Glumanda Oh wir haben ein Schlickvieh auch geschenkt bekommen Aber das war Das ist normal ne? Das Wurfels und das Ich weiß es ganz genau Was es war Ich weiß es Ich muss nicht hingucken Ah Cravaloro Egal welches Machen wir Solo Ich muss nicht hingucken Oh warte Machen wir noch Schwert und Schild So dann Na wir lassen das giveaway noch weiterlaufen Vielleicht hat irgendjemand von euch kein Nintendo online So wo ist jetzt das Popanze Popanze Da ist es Hier sind übrigens meine Für das Video Habe ich extra meinen Pokémon den Pokerus gegeben Wie gesagt Morgen 15 Uhr YouTube Pokerus Video Ich habe es versucht so lustig wie möglich zu machen Und informativ Jeder kann jetzt wissen Jeder sollte danach wissen Was der Pokerus ist Und was er bringt Aber es ist kein Trockenes Ich Äh Lese Pokewiki vor Sondern es ist ein bisschen Geschichte Geschichte Ich habe ein bisschen lustig Lustige Geschichte versucht draus zu machen Aber Vielleicht die die es schon gesehen haben Vielleicht könnt ihr sagen Ob ihr Die Analogien richtig fandet Oder zu dumm fandet Soll ich mehr von solchen Videos machen Oder soll ich lieber dabei bleiben Korrekte Videos zu machen Danu Vielen vielen Dank Tschüss War schon sehr trocken Was war daran trocken Was Ich nehme kein Feedback an So ein schlechtes Feedback Mix Was heißt Mix Boke Portal Leute vergesst nicht online zu gehen Ihr wisst Der Code Er ist 6969 2424 Anubis Oder Hikaru Wer zuerst kommt Mal zuerst Egal Trocken und lustig Okay Also gerade die Sache Mit der nassen Kammer Fand ich genau richtig Für die genannte Spezies Kinder Ja genau genommen Hat sich Ich glaube Der Witz Oder die Analogie Mika Du bist Krawaloro Oder Genau der Witz War quasi Wegen dem Grund Habe ich den Pokerus Über Überhaupt vergleichen wollen Mit Dingens Ja ist Nein Mika bist du Anubis Das bist du Okay dann kriegst du Sklomanda Also ich habe zuerst mir gedacht Okay wie kann ich ein Pokerus Video Lustig machen Okay ich vergleiche es mit etwas Okay ein Kind Was man in die Box tut Damit es den Pokerus nicht Heilen kann Das war der Grund Warum ich das ganze Video Mit dem Mit Eine Krankheit vergleichen wollte Die tatsächlich existiert Aber harmlos ist Also Nicht dass Gürtelrose Harmlos ist Aber Und dann habe ich halt Super viele andere Analogien gemacht Die dann nicht mehr So viel Sinn gemacht haben Aber ich finde es trotzdem lustig Ey Karp für die Hallo Nach deinem Twitter Clip Weiß ich ja jetzt leider nicht Ob du Gerade super sauer Oder total glücklich bist Ich meine gerade verschenke ich Von mir Shinies Das macht mir nichts aus Das heißt Ich bin apathisch So wie meistens Äh Ja Aber ich kann euch Ich kann euch den kompletten Wo ist denn das Ich kann euch den kompletten Das habe ich noch gar nicht Ich kann euch den kompletten Clip zeigen Ich habe kurz aufgeschrien Aber das habe ich rausgeschnitten Weil Wo ist es Shiny Deoxys Deoxys fail Ich hatte das rausgeschnitten Weil ich das Mikrofon Da noch nicht an hatte Hier Hier Audio 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 Spur Mic Ja da bin Wo bin ich Okay egal Und wo ist es passiert Hier Acht Minuten 19 Sekunden Da ist es Da kommt es Genau hier kommt es Ich gucke hin Gehe einzeln die Bildschirme durch Bin beim vierten Meine Hand macht automatisch Quasi Muscle Memory Nach 9872 Resets Muscle Memory Tritt ein Deutsches Spiel langsamer Weil 24 Frames Ich bemerke es Instant bemerke ich es Instant bemerke ich es Mein Mikrofon ist aus Weil ich davor aus Versehen glaube ich Mein Mischpult Geresettet habe Normalerweise habe ich Das Mikrofon immer an Beim Shiny Handen Und ich bin noch so Uuuuh Und dann genau Dann Da ist deine Emotion Aber da ist das Mikro leider aus Ich hau volle Kanne auf den Tisch Und da war ich so kurz So oh fuck Das hat sie jetzt vielleicht aufgeweckt Ich habe sie am nächsten Tag gefragt Sie hat nichts mitbekommen Aber ich habe kurz so Ah gemacht So Ah Und das war Schau da Oh nein 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 Ah Und dann habe ich gemerkt Weil ich das A nicht gehört habe In meinem Kopfhörern Dass ich das Mikro nicht an habe Habe das Mikro angemacht Und Aber ja das Mikro war noch nicht an Und da Ich habe Ich habe Emotionen Ah So Aber ja Die Resets Gehen super schnell Von Dioxus Deswegen bin ich nicht so zerstört Äh Und ich gebe Cocaine Bear Definitiv die Schuld So das war Tony Jetzt Sorry 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 Äh Jetzt Hikaru Hallo Zelda Das war's Das war's Und ich glaube ich habe Was mir ein bisschen Gegen den Strich geht Aber ich muss mich ja Der Shiny Hunting Community fügen Mein Beileid zu Gen 5 Dennis Mein Beileid zu Gen 5 Wurde es rausgeschmissen? Noch einmal Wie steht's um Manafi? Ähm Was war's? 32 Wir haben 32 Resets In Viereinhalb Stunden Wir sind Phase 2 Das Hans Ja Ich habe nie Phases gemacht Weil ich nie Shiny Hands hatte Wo es Phases gab Deswegen habe ich nie Ich habe dieses Dieses Phases System Habe ich nie wirklich Akzeptiert Aber Inzwischen Das ist jetzt das erste Mal Dass ich sowas wie eine Phase Anerkennen muss Weil wenn ich Shiny Hande Dann ist es immer nur ein Gibt es immer nur eine Sache die erscheinen kann Und da gibt es nicht Wirklich Phases Außer man hat halt Ein Fail Die drei Jahre waren ja Wirklich real Ja Manafi ist ein 20 Minuten 25 Minuten Reset Soll ich wir stream derailen? Ne 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 Alles gut Ich habe das Zeug schon Mehrmals gezeigt So jetzt ist Maury dran Auf Schwert Und Schild Let's go Gerne Hikaru Ey dass ich dich Zweimal gezogen habe Komisches System Warum funktioniert das System Sodass man zweimal Die gleiche Person ziehen kann Vielleicht kann ich da irgendwo Einen Haken setzen Was das nicht passiert Ist auch nicht so schlimm Schönen wir die Flügel In den Boden glitschen Wer braucht schon Grafik Wenn wir Leistung haben Es ist ein Reclaim Keine Phase Trotzdem fange ich wieder bei Null an Oder? Jetzt egal welche Terminologie wir benutzen Ich muss wieder bei Null anfangen Alter 4000 Anubis Chill Anubis Chill 40 Euro Für ein Glumander Oh mein Du wolltest Wuffels Oh mein Gott Anubis Warum bedankst du dich Für etwas Was auch noch falsch ist Hä Du wolltest doch Wuffels Hä Du kriegst gleich Wuffels Alter Hättest du das jetzt nicht gemacht Hä Bist du Bist du doof Ist egal Alles gut Ne 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 Du kriegst gleich Wuffels Ich wollte gerade sagen Für ein Glumander Das nicht mal dir Das nicht mal mir gehört hat Warde fuck Ich hab mich verklickt Hä Nein 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 Geh zu Wir gehen gleich wieder rein Du kriegst natürlich zusätzlich noch Das Wuffels Hä Was ist das für ein Quatsch Warum hab ich Warum hab ich Glumander gemacht Hat irgend Ich hab schon wieder auf Tausch gedrückt Oh mein Gott Oh mein Gott Ich hasse es Ja Passwort So jetzt Mauri So Wir haben's Gib's Glumander zurück Wie du willst Musst du aber nicht Das war mein Fehler Ich war so Ich war am Cravaloro nachdenken Brauch ich Cravaloro Was war's nochmal Dann hab ich einfach Glumander rübergepackt Weil wir über Glumander geredet haben Anubis Vielen vielen Dank Für 4000 Bits Für 40 Euro kriegst du noch ein Wuffel Das ist hier Pay to Win Falls ihr das noch nicht wusstet Hier ist Pay to Win Pay to Shiny Wir haben gerade einem Shiny Einen Wert gegeben Pokémon Hört Hört weg Schaut weg Bitte band mich nicht Maury Hier ist dein Pupanze NFT ist genau Wir haben gerade ein NFT erschaffen Hab ich gerne gemacht Danke danke Aber Du hättest was sagen können Ich will nicht Das war ja super dumm Suchst dir Wuffels aus Und ich geb dir Glumander Wahrscheinlich wär ich heute Nacht Im Bett gelegen Und wär so hochgefahren So Moment mal Er wollte Wuffels Mir wär's noch aufgefallen Gerne Gerne Maury Warum willst du Pupanze Ey Ligakarte Och schon wieder will er nicht Meine Ligakarte Der undankbare Sack Okay Nochmal Kamesin Nein nochmal Home Und dann Kamesin Brauchst es noch Okay Bekomme ich für den Giftshub Auch ein Shiny Ich leih mir den Mix von Prani Pokémon Popo Und Legends Arcus aus Ich bin jetzt doch interessiert An den neuen Gents Hast du nicht letztens Irgendwann mal von mir Ein Shiny gewonnen Und du wolltest es nicht War da nicht irgendwas War da nicht irgendwas War das eine Karte Irgendwas war Shiny Hast du gesagt Interessiert mich nicht Ich hab noch nie mal Geräusche mitgemacht Aber irgendwas war Irgendwas war Dass du gesagt hast Schön Cool Aber Ich sammle das ja nicht Passt schon Irgendwas war So Wuffels Hier Wuffels Kühen mäßig Mäßig Ist doch immer Besser Ich weiß nicht Ob bei Wuffels mäßig Gut ist Aber Ich hab mir für Sandern und Sandermeer In Shiny Ein schönes neues Zuhause Gewünscht Ah Jetzt Als ich meine Go Shinies verschenkt habe War Sandern und Sandern und Sandermeer dabei War Sandern und Sandermeer dabei In Shiny Da hab ich gesagt Hey Henriette Ich weiß wie sehr du Sandern magst Wenn du willst Kannst du die haben Dann hast du gesagt Nee Passt schon Ich hab keinen Nutzen von Shinies Und jetzt sagst du Dass du doch damit anfängst Das heißt ich hätte es dir geben können Das Sandern Schwuppdiwupp So dann hör mal auf Es war heute ein anstrengender Tag Es war wirklich für den Kopf ist es schon anstrengend Zwei DS Systeme mit zwei verschiedenen Contents gleichzeitig Und bei dem einen musst du das Und dann darfst du nicht aufpassen Dass du das überspeicherst Also Ich glaub ich werd so gut wie nie Ein Reset von 20 Minuten hinkriegen Es wird immer so 25 Minuten sein Warum am Anfang musst du so ein Bullshit die ganze Zeit klicken Von wegen Drücke hier auf den Pokéball Um zu zeigen dass es ein Spiel mit Touchscreen ist Drücke hier auf keine Information Sonst werde ich dir 5 Minuten lang erklären Was die A-Taste ist Und ach ja Willst du die Turbo-Träter? Äh 69692424 wieder Vergiss ja nicht dass du Mama Sagst dass du die Anleitung von den Turbo-Trätern kennst Denn wenn du A spammst Aber weil du B drücken musst Aber wenn du A spammst Dann erklärt sie dir nochmal Was die Turbo-Träter sind Und nochmal Und nochmal So Mika Hier ist Wuffels Wunderschön Und ein Eisenkrieger Du hast abgebrochen Deswegen spamme ich auch den B-Knopf Aber wenn ich den B-Knopf spamme Dann erklärt sie mir Wofür die Turbo-Träter gut sind Aber ich glaube es ist egal Ob ich B über A drücke Sie erklärt mir sowieso Wofür die Turbo-Träter gut sind Weißt du was die Turbo-Träter sind? In Telltale-Games Okay das war's Sorry Sorry Anubis Dass ich dir zuerst Glumanda gegeben habe Aber hey Jetzt hast du zumindest zwei Tony denkt sich jetzt What the fuck Mein Glumanda? Einfach so hergegeben? Ja Und warum habe ich jetzt Host-Dateien angelegt? Warte Es gibt keine Hosts mehr Achso Ja auf Twitch kann man nicht hosten Aber raiden Ist quasi das gleiche Nur dass man es halt Live macht Hosten kann man Man kann eigentlich auch Offline raiden Deswegen es ist eigentlich Was war nochmal der Unterschied? Warte mal Ich hab da auch ein Video drüber gemacht Warte was war nochmal der Unterschied Bei einem Host läuft der Stream Auf deinem Kanal So dass wenn jemand Auf deinen Kanal kommt Läuft da der Stream Von jemand anderem Das ist nicht mehr so Sondern immer wenn du jetzt Raidest Gehst du mit deinen Zuschauern Zu jemand anderem Aber der Stream läuft nicht Auf deinem Kanal Aber du kannst immer noch Streams auf deinem Kanal Laufen lassen Solange sie zum Beispiel In deinem Team sind Oder wenn du kannst Du kannst eine Gruppe an Leuten Doch das kannst du machen Das ist was du meinst Wahrscheinlich Du kannst eine Hostliste machen Und die laufen dann Auf deinem Kanal glaube ich Also wenn es auf Twitch Im Dashboard geht Kennst du den Unterschied? Ja aber das hat sich ja Verändert dadurch Dass es gelöscht wurde Aber es gibt eine Du kannst Menschen empfehlen Und die laufen dann Ich glaube die laufen dann schon Oben in diesem Egal Wir kriegen das hin Die Frage ist Zu wem Gamer? Gibt es jemanden Der gerade Pokémon spielt Den jemand empfiehlt Ich gucke in meine Liste Da ist gerade nicht viel Keiner da Ich habe niemanden Ich empfehle dich Danke für nichts Ist der Poker Nicht Gen 4? Wir müssen nicht drüber reden Wir müssen nicht drüber reden Dass ich Falsschlag Aber beim Poker Kommt es glaube ich auch Also es kommt bei den Turboträtern am Anfang Und beim Poker Dann auch Im Radiotower Da sagen sie dann Weißt du ist der Oder Mama? Egal Egal Scheint der Pichu 2 Gerade gefunden Nice Andere die Leos Mine schauen Schauen auch Blazer Okay Was? Koronospa Resetten? I'm intrigued Was heißt denn Koronospa Resetten XD Ah Okay XD Koronospa Resetten Haben wir noch Jemanden Ansonsten Bambarabum Bambarabum Ich habe Hunger Schnell Äh Dann Weil schnell Dann Machen wir Die 2 geschrieben Ja und da ich sie Ignoriert habe Will ich nicht Außer Außer Wir gehen zu Blazer Weil Titel funny Weil Titel funny Blazer Vielen Dank fürs Dasein Wir sehen uns Morgen wieder Um 16 Uhr Wir spielen morgen Gen 5 Am Freitag Machen wir wieder Manafi Vielleicht machen wir es einfach so abwechselnd Hin und her In Gen 5 Sind wir morgen Wahrscheinlich bei der 8. Arena Ich glaube nicht Dass wir Top 4 machen Weil ich wahrscheinlich Super viel trainieren muss Dafür Und wahrscheinlich Kommt noch einiges An Story Vor der Top 4 Keine Ahnung Aber ja Wir werden einfach Gen 5 spielen Vielen Dank fürs Dasein Und Bis morgen Morgen Äh 15 Uhr Neues YouTube Video Über den Pokerus Tüülülü